Was geht Leute? Willkommen zu The Last of Us Part 1. Ich hab das ja damals schon begonnen, aber heute spielen wir es nochmal auf dem Uncut-Kanal sind wahrscheinlich, geh ich mal davon aus, ja. Und, äh, ja, wir spielen es im Livestream. Und, äh, es wird crazy sein, weil ich, das Ding ist, ich weiß wahrscheinlich nicht im 4K-Hochula an, weil ich momentan einfach nicht das Internet dazu habe. Kommt ja erst in ein paar Tagen. Aber, ja, ich spiel's im 4K auf jeden Fall. Ähm, deswegen lass uns mit The Last of Us beginnen. Es gibt sogar hier Left Behind, seh ich gerade. Also, ich hoffe ihr habt Bock, ich nehm das auch im Livestream auf, was wir nicht wundern, wenn ich mit Leuten rede im Chat. Also würde ich sagen, neues Spiel, Moderat, und Start. Und, oh, es gibt sogar Permadeath, krass. Also man kann, wenn man stirbt, dauerhaft tot sein. Hätte ich nicht gedacht, aber es geht. Ich spiel's jetzt auch mit Controller, weil, äh, ja, weiß nicht, irgendwie hatte ich dort Lust auf Bequemheit. Okay, jetzt aber. Jetzt auch auf Deutsch. Tommy, hör mir zu, er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay, ich brauch den Job. Ich versteh. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines bitte nicht jetzt, ich hab keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Deest. Sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Finde ich aber eigentlich viel besser. Oh, gut. Ich find, ich find beides gut. Ich find Deutsch auch gut. Ja, stimmt. Boah, die Musik bei dem Spiel ist auch so heftig, ne? Nicht alles klingt auf Englisch viel besser. Also viele Sachen schon, aber... Manche Sachen klingen auf Deutsch sehr gut. Weil viele deutsche Synchronsprächer sind ziemlich gut. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit dem Sprechende also. Onkel Tommy? Hallo? Hm. Okay. Was ist denn da los? Gute Frage. Verdammt. Ich hab mich total vergessen. Herzlichen Glückwunsch. Achso. Du bist kein Fossil. Noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Papa. Es ist schön, dass du... Du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Oberstack, Papst. Hat er nie schon mal gespielt? Wenn ja, wie weit ist er? Ich hab ungefähr... Ja, ich hab auf jeden Fall schon gespielt in der Zeit lang. Also ich hab es einmal, glaube ich, durchgespielt damals. Also das Originalspiel. Und dann hab ich mal ein Netzprojekt begonnen, aber es nicht zu Ende gebracht. Hab ich nicht so lange gespielt. Es ist tot. Okay. Äh, ich bin immer noch am überlegen, ob ich das vielleicht sogar... Weil guck mal, mit dem... Mit der Maus und so finde ich das irgendwie... Ich probier's mal mit beidem, einfach mal. Das Spiel ist halt ziemlich auch geil mit der Maus und... Also ich find's echt cool. Ey, die Grafik ist so krass, ne? Die bringen ja auch ein Remaster-Teil für den zweiten Teil raus. Wow. Das Handtuch sieht besser aus, als das Handtuch, mit was ich mich heute geduscht habe. Also abgetrocknet hab. Ah, ich kann lesen, warte. Okay, ich werde jetzt nicht alles lesen. Aber ich werde es am meisten zeigen. Für die Leute, die jetzt anschließend im Video pausieren wollen oder so. Daddy? Bin ich das als Kind? Ich glaube, ja. Hier sind auch so viele Details in der Gruppe, die CDs. Einfach crazy. Boah, ich glaub, boah, du siehst sowas im echten Leben. Explosionen sind irgendwie cool, aber... Wenn man sie im echten Leben sieht. Weiß ja nicht. Ob das so cool ist. Ey, denkt ihr übrigens, das Spiel wäre... Ich sollte mich nach rechts tun. Denkt ihr, das wäre besser? Oder soll ich links bleiben? Ich glaub, ich bleib links. Oh, ich spiele... Fußball? Fußball? Cool. Eigentlich ist Fußball voll der gute Sport. Ich finde das ganz okay, okay. Finde ich gut. Eigentlich... Fußball ist ein guter Sport, um seinen Arsch zu trainieren. Weil man ja viel läuft und so. Und sehr gut joggen dann auch, aber... Ja. So Fußballerinnen haben schon oft einen guten Ass. Verdammt, wo bist du? Ruf an! Bin auf dem Weg. Hast du schon als Intro für das Uncut-Wid gemacht? Wir haben das Intro hier gleich im Video gemacht. Wer will nicht gern seinen Arsch zu trainieren? Ja, das ist ab und zu schon wichtig. Ach, verpasste Anrufe. Tommy, wozu höre ich schlecht? Du ruf mich an, wenn du unterwegs. So viele kleine Details, die man einfach übersieht. Das Spiel hat Todesfälle-Details. Ich hab so ein Spiel nie diese Tasse hier gesehen. Diese Orangene, oder? Hier gibt's auch gefühlt Millionen Sachen. Ich komm heute später nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Wo ist er? Der Schrank zum Beispiel. Schau dir mal den Schrank an. Hast du den schon jemals beobachtet, als du es gespielt hast? Oder? Oder sowas halt. Oder diese Spiegelung hier. Ich find's crazy. Oder dein Bild. Okay, zu spät. Wieso ist dasselbe Bild überall aufgehängt? Guck mal, die sind voll stolz drauf. Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jim, komm her. Komm her. Jimmy. Jimmy, komm her. Jimmy, ich war nicht. Nein. Du hast ihn erschossen. Ich hab ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Alice, ist das meine Wohnung? Ja, meine sowieso. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da ne Ahnung. Komm, scheiße. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach... Das ist nicht meins. Hauptsache, das ist nicht meins. Können wir bitte gehen? Ah ja, und was ich gespielt habe, da ist es immer wieder abgestürzt. Und da hatte ich auch keinen Bock mehr, bin ich ganz ehrlich. Hey Sarah. Wie geht's dir lieber so? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher palavert. Und wo sollen wir hin? Er sagt, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis Cowan. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Hier zum Beispiel ist das Milieu um abgestürzt. Aber jetzt läuft's gut. Ich bin immer noch ein Kind, da habe ich mich nicht vergessen, Bruder. Mein PC stürzt ab, weil der Prozessor es immer überhetzt. Boah. Weil ich habe so einen PC, der ist halt richtig krass, aber wenn man ihn nicht kühlt, richtig. Oh mein Gott. Na ja, dann überheizt er halt und das Spiel stürzt ab und sowas halt. Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Glaub mir. Ah, warte, den sehen wir doch später, oder? Oder war das, hieß er Jimmy? Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Show. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, Tommy. Stopp! Ich glaube, ich hätte die eine auch nicht mitgenommen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Jetzt ist es eh zu spät. Deswegen habe ich den E-Scooter geholt, Leute, für diese Fälle. Guck mal, ich könnte einfach durchfahren. Oder Motorrad wäre geil. Das wäre... Motorrad wäre hier richtig geil. Das spielt so krass aus auf dem PC, wie teuer ist es auf Steam. Ich habe es für... Also auf ein paar Key-Seiten kann man es für wenig Geld bekommen. Obwohl, nee, was heißt wenig. Irgendwas schon mit 30 Euro noch. Nein, 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 nein. Wo verrennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Verschalten. Fahr. War so klar. Das war klar. Daddy? Hey. Hey. Servus, Boss, Alex. Wie willst du deinen Elektroroller laden? Ich brauche ihn in der Steckdose. Ja, ich glaube, ein Motorrad wäre schon noch besser als ein Elektroroller. Aber den musst du ja nicht laden. Der lädt sich ja selbst. Du musst ja nur Tank einfüllen. Ich denke mir manchmal so, wieso können Elektroautos sich nicht aufladen, während sie fahren. Also so, die benutzen Strom, um zu fahren. Und dann, während sie fahren, laden die es wieder auf. Machen die bestimmt auch zum Teil. Da, Kleines. Okay, gib mir die an. Was ist denn? Ein Beinschut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Komm, Schatz. Halt dich fest. Okay. Yo, sogar hier, eigener Mann. Solaranlage auf Auto nachbauen. Ja, ich glaube aber nicht, dass Solaranlage irgendwie genug Strom produziert. Kann ich mir nicht vorstellen. Digga. Man kann leicht vergessen, wie krass dieses Spiel eigentlich ist. Oh, scheiße, ich hab verloren. Ich bin in die falsche Richtung genannt. Aber das ist mir aber letztes Mal auch passiert. Hier lang. Ach so, ups. Haha. Seht sich auch auf Steam. Ja, aber es gibt auf Key-Seiten das für die Hälfte. Aber ich würde sagen, es lohnt sich. Obwohl, die neuen Konsolen haben auch schon eine gute Leistung. Hat sie die Augen zu eigentlich? Nee. Lol, sie muss alles mitteleben. Und, ich meine, auf PC spiele ich das mit 120 FPS oder so. Oder 100 oder so. In 4K. In 4K. Los zum Highway. Los. Du hast gesagt, ich bin schneller als sie. Uncle Tommy? Wir werfen uns dort. Mach schnell. Ich hab einfach so viele Sachen über PCs gelesen, weil ich wusste nie, dass PCs... Ich hab mir nie drüber gesorgt gemacht, dass die überhitzen können oder... Das Netzteil zu langsam oder zu schwach sein kann. Weil ich dachte, auch meine Probleme lagen am Netzteil, aber nee. Weil ich hab ein 1000 Watten als Teil, das reicht hundertprozentig für mein PC. Jo, sogar der Polizist. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaub, ihr Bein ist gebrochen. Stopp! Stopp! Okay. Wir sind nicht krank. Ich hab hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte nicht. Oh, nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah, bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Kleines, du weißt das nicht, dann. Du weißt das nicht. Ich weine nicht. Du weinst, ich weine nicht. Oh, Gott. Bitte nicht. Ich weine nicht. Für eine RTX 4090 braucht man einen Gegenstand-Prozessor. Ja, genau, das ist ja das Ding. Ich habe so einen guten Prozessor, der ist halt zu schnell warm. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von sechs angeblichen Fireflies. Sommer. Ich finde, Joey sieht irgendwie so viel besser aus, wenn er älter ist. Manche Männer sehen echt irgendwie besser aus, wenn sie älter wären. Sorry. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Wie heißt es wirklich so? Badass trifft's gut, wie er aussieht. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir, wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Neben die Arschlöcher noch. Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert. Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvor zu kommen. Mist, Kerl. Er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Tess ist voll die Power-Frau irgendwie. Ich feier sie. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Okay. Halt in so einer Situation. werden Menschen gegen Menschen. Da hast du nicht nur Zombies gegen Menschen, sondern halt auch Menschen gegen Menschen. Eigentlich ist das Spiel größtenteils Menschen gegen Menschen. Lol. Obwohl, naja. Teils, teils. Manchmal müssen wir gegen Menschen kämpfen, manchmal gegen... Zombies. Guck mal, er sieht so viel besser aus. Älter. Hm. Ich überlege, wo ich leben würde, wenn sie in einer Zombie-Apokalapse, ich glaube... Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde einfach ein Motorrad nehmen und rumfahren. Aber ich glaube, es ist einfach gesagt, was getan. Anscheinend gibt es immer mehr Infizierte. Weil Zombies ja auch körperlich meistens überlegen sind. Ich bin cool. Ich bin der coolste Typ, den du hier sehen wirst, glaub mir. Oder? Was sagt ihr? Ziemlich cool, oder? Ausweise, bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuch einen Freund. Ich vergesse mal, sind die Feierfleisch jetzt böse oder nicht? Ich glaube, die sind böse, ne? Obwohl... Die Frage ist, ob man alleine auf dem Land lebt oder mit anderen zusammen. Ja, das ist die Frage. Aber es ist halt... Ich weiß nicht, ob ich die Story jetzt erzählen soll. Aber ich wurde von einem... Kennt ihr diese Handliefertrag-Firm? Sie hat keine Namen, aber... Äh... Was? Sieben? Okay, sieben ist eine komische Zahl. Wieso sieben für Medikid? Das verstehe ich nicht. Wir werden alle Checkpoints schließen. Aber... Wir werden außenrum gehen müssen. Gestern, oder war es vorgestern? Vorgestern war das, glaube ich. Hat mich versucht, ein Typ... Bei diesen Handy-Firmen... Verträgt... Vertragsfirmen, ähm... Ich weiß noch nicht, ob ich in diesem anderen Video zählen soll. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Auf jeden Fall hat er versucht, mich, ähm... Zu verarschen. Ist auch schon länger, dass mich jemand versucht zu verarschen. Wir wollen Robert besuchen. Wir haben schon krasse deutsche Grundsprecher. Ist wirklich so. Marlene, sie hat nach ihm gefragt. Ich fand die voll gut. Also... Vor allem Männer haben auch eine richtig coole deutsche Stimme. Tja, was hast du ihr gesagt? Sie war alt. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt dich zum Stimmen. Das bin ich in der Top-Apokalypse, Leute. Ja, dann bis bald. Und so stehe ich immer auf der Straße. Wenn du mich siehst, stehe ich so. Weil ich cool bin. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Boah, ich genieße das Spiel gerade. Vor allem, wenn es sich abstürzt, Digga. Das ist ein Traum. Wir sind dran. Hey, Leute. Wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Habt ihr jemals das Darts-Board beobachtet? Geht mir mal damit. Klar doch. Ich glaube, er ist schon schlauer, in der Zombie-Apokalyse mit Leuten zu leben. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Es werde Licht. Also, auch schon irgendwie dem Essen. Obwohl, ich glaube, ich würde dann auch... Ich glaube, das wäre so eine Situation, wo ich... So, unser Zeug. Ja, Zombie-Apokalypse mit Vegetarier sein, ich glaube, ist ziemlich schwer, oder? Also, ich weiß nicht, ob man da Vegetarier sein will in der Zombie-Apokalypse, glaube ich, nicht. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Easy. Ich kann gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Hm, lass was nicht vergessen, Leute. Immer schön umschauen. Man kann leicht was übersehen. Ich hatte auch mal Bock, so Synchronsprecher zu sein für so eine... Keine Ahnung, für so einen Pixar-Film oder so. Benjamin Blümchen und Mr. Krabs hatten den selben Synchronsprecher. What the hell? Ja, weil Synchronsprecher haben auch die Talente, die können viele... Die haben viele... Also, viele Verschwörung. Äh, verschiedene Stimmen. Das können die. Ich feiere diese Diner so hart, ne? Ah. Fünf Schüsse nur, Lull. Hab mich immer verwirrt. Die waren nie zusammen, oder wie? Voll weird, irgendwie. Hm, ne Leiter? Hab sie gefunden. Aber ich wollte so ein Synchronsprecher sein für so... halt eine Kinderanimation, weil ich glaube, das könnte ich gut. Ich glaube, ich selbst könnte sowas. Aber dazu kam es noch nicht. Ja, sie ist... Sie ist eine... Keine Ahnung. Ja, so ein... Ich meine, so ein Kinofilm. Von, keine Ahnung, Illuminati oder so. Es wäre auch okay, wenn es jemand Unbekanntes wäre. Oh, okay. Das Sammeln beginnt. Ab jetzt... Müssen wir... Vorsichtig sein. Dass wir nichts übersehen. Hä? Was? Gefallener Firefly, achso. Cool. Hab ich Licht? Wie mache ich Licht an? BT? Ist ja weird. Hast du I'm Legend gesehen? Die Zombies waren echt creepy, ja. Der Film ist so gut. I'm Legend ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Was zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Aber ich finde die Zombies in der Last war es auch sehr, sehr gut. Auch sehr gruselig. Vor allem, weil die halt so... Hast du schon mal das beobachtet, hast du das Spiel gespielt, das zum ersten Mal? Fluix? Nein. Jetzt siehst du es. Selbst das kann man lesen, das ist crazy. Aber ja, I'm Legend ist ein guter Film. Ich würde hier auch irgendwann durchgehen. Ich würde nicht mal... Oh mein Gott. Yo. Hab ihm gefallen getan, glaube ich. Hab aber nicht lange zugehabt, ne? Krass. 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 Und dann lauter Sackle. Oh. Vielleicht der Doppelkill? Hallo, wo ist sie? Geh mal da hin. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Nein. Die hilft gar nicht. Was ist das für eine Scheiße? Der Zweite ist schon erkündigt. Will Smith wird wieder dabei sein. Oh, Gott sei Dank. Echt? Der wurde erkündigt? Aber wann? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil er ja schon so alt ist, oder? Ja, also wenn wir mal was übersehen, glaube ich, ist das okay. Also man muss jetzt nicht perfekt hier sein. Aber ich schaue mich trotzdem immer mal sehr gut um. 4K-Monitor wahrscheinlich dort. Okay, jetzt können wir weitergehen. 7 Schüsse sollte reichen. Aber das Spiel ist halt so gemacht, dass man meistens auch genug Munition hat und alles. Also brauchen wir da keine Panik haben. Kennst du Sound in Mind? Ja. Habe ich gehört, dass es richtig gut sein soll. Es soll ein richtig gutes Horror-Spiel sein. Habe ich gestern auf die... Sogar das Spiel auf die Wunschliste bei Steam gesetzt. Boah, diese Gegend ist echt so schön, ne? Das Spiel ist krass. Habe ich auch schon mal gespielt. Wäre ich auch mal am Versuch gehen, wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist auch ein längeres Spiel, oder? Weil 30 Euro sind ja jetzt kein... 5 Euro ist jetzt kein 5-Euro-Spiel. Man muss ja mal unterscheiden. 5 Euro-Spiel sind ja meistens... Ja, viel, äh... Kürzer. Alright, alright, alright. Die Main Story geht 10 Stunden lang. What? Okay, dann lohnt sich 30 Euro, eh. Mega. Also 30 Euro für 10 Stunden ist ein guter Preis. Kannst du bestimmt, wenn du jeden Tag 2 Stunden spielst, bis wir mehrere Tage spielen? Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Ich lass einfach mal auschecken. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Kommen wir nicht von da, oder? Hä? Von hier kommen wir, oder? Ah, nee, hier geht's auch hoch. Cool. Gibt's schon sehr viele gute Spiele, die nicht so bekannt sind. Und die nicht so gruselig wie The Last Wars sind. Äh, ich meine Outlast. Outlast? The Last Wars? Hat das ja zeitlang voll auf verwechselt, irgendwie. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Ich folge dir, Tess, wo er immer so hingeht. Er hat auch seine Runde. Wieso sind die eigentlich nicht zusammen? Ich finde, es ist voll das perfekte Pärschen, irgendwie. Obwohl, ich glaube, Tess braucht so ein... Weil sie ja so männlich ist. Das braucht vielleicht so einen weiblichen Freund, ja. Obwohl, sie ist jetzt nicht komplett nur männlich, aber... Also, sie ist schon noch eine Frau, aber... Sie hat halt sehr starke männliche Züge. Was vielleicht sogar gut in dieser Welt ist. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Kinder manipulieren ist immer schlau. Weil keiner wird die ermorden. Was hat mich hier? Äh, HPL? Oder was soll das sein? Alter, Alter. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay. Ich frage mich, ob er sie anflirten will, aber er Angst vor ihr hat. Ich frage mich, ob er sie anflirten will, aber er Angst vor ihr hat. Doggies! Oh, Hunde wird sie auch geben. Ich glaube, die müssen wir dann auch noch... ...um uns in die kümmern. Anfassen heißt kaufen. Lull. Yo, Hinterkopfschlag. Übertreib deine Lage, Bruder. Wo willst du denn hin? Malik, setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Ja, besser so. Ich glaube, die schlagen sich gegen Langeweile oder so. Lull. Hallo. Ich glaube, die ist wichtig. Okay. Awkward erst mal in die Augen schauen. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. So leicht lässt sich für Geld bestechen. Aber gut, vielleicht in dieser Welt sogar verständlich. Oh, sieht aus, als wäre das die erste Waffen... Ja. Waffe... Äh, als wäre das der erste Krieg. Wenn man sich da so gut verstecken kann. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück. Ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß. Yo. Eiskalt, Digga. Ja. Ich werde euch dachten. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Alright. Zeigt euch. Du bist tot. Ich werde auch versuchen, immer auf Heldschuss zu gehen, übrigens. Ja, einfach so war es jetzt nicht. Also, der Typ hat uns ja nicht vorbeigelassen. Guck mal. Bro. Ich sag euch, das ist eiskalt. Aber ich bin ganz ehrlich, in dieser Welt wäre ich das wahrscheinlich auch. Weil das testet wirklich, wie stark du wirklich bist. Mist. Hier geht's nicht durch. Okay, gut. Da musst du halt ein bisschen crazy sein, um da zu überleben, weil die anderen Menschen sind ja auch crazy. Läuft's flüssig für euch, Leute? Oder gibt's Beschwerden? Bitte. Die Frage ist, ob alles in schön smooth, wenn 60 FPS läuft. Das ist das Wichtigste. Mindestens 60 FPS, dass alles schön smooth läuft. Hier drüben, Joel. Alles smooth, sehr schön. Oh, ja, ja. Gehen wir durch. Okay. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Boah. Jäger. Weiter. Weiter. Nehmen wir sie berater auf oder? Ich nehme immer sie berater auf. Ich nehme immer sie berater auf. Ich tate irgendeine Stream hoch, weil ich glaube, dann ist die Qualität noch schlechter. Also ich streame und nehme gleichzeitig auf. Oh. Yo. Nein, nein, nein. Digga. Was ich sagen wollte. Ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr fünf Zivilisten. Alle gefesselt. Wie mache ich denn? Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten... War das nicht mit Kuh? Peng, peng, peng. Okay, vielleicht habe ich glaube ich auch gar nicht diese Funktion. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Was war das bei denen? Ehrlich? Ja, der Idiot denkt, der kann die Welt retten. Tess, komm schon. Scheiße. Yo, Tess. Schlüssel nice. Danke dir. Aber da ist auf dem Ankerkanal hoch, lade ich natürlich auch Anker hoch. Da kommen wahrscheinlich auch die meisten Storygames hoch, weil... Ja, die sind halt anker, ne? Keine Ahnung. Die dauern auch länger und ich will jetzt keine 30 Minuten Parts hochladen. Dann werden das nämlich... Ah, weiß nicht. Wenn es schon ankert, dann auch lange. Gibt ja Leute, die mögen das ja auch sehr. Wieso habe ich diese Fähigkeit mit Kuh nicht? Dass ich die durch Wände sehe. Wenn du bist der Streamer, ich gucke dich schon seit 6 Jahren ohne Spaß und es macht immer noch Spaß, die Trüche schon. Ja, mach mir mal lautlos einen Kill. Scheut mich. Okay, das ist ein bisschen rassistisch gerade. Das ist mir nicht so cool, dass er das tut. Wieso geht das nicht? Weiß das jemand? Wenn ich... Obwohl, warte. Wenn ich Kuh drücke, kann ich nicht... War das Kuh? Was war das denn für ein Button? Er hat doch so eine Fähigkeit, wodurch er durch Wände schauen konnte, oder nicht? Oder kommt die erst später? Weird. Okay. Da oben, die zwei merken nix, Lull. Das Herrschhaus geht das schon. Sprint the Joel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her, komm her, komm her. Komm raus, du Mist. Let's go. Sie ist ja, wenn die Munition droppen, ne? Ah. Fast übersehen, Digga. Ja, das stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Alright, Tess. Wo auch immer du sagst, wo wir hingehen, dann gehen wir hin. Das ist wie eine Schwester für mich. Ja, also was kann auch passieren. Das ist mit einer Frauen-Friendzone. Das gibt's auch. Da ist der. Lol. Ey, ohne Scheiß, der Typ, der mich verarscht hat, sah genauso aus. Oder verarschen wollte. Dieser eingebildete Mistkerl. Der hat auch, der sah genauso aus. Glaub ich, dass wir da hart und doch nicht lang wachsen. Sonst werde ich auch noch so, ne? Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder mit langen Haaren irgendwie an jemanden verarscht, ist aber... Ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Oh. Deshalb machen wir wohl dieser scheiß Bewacherjob. Hä? Nein. Er sollt uns lieber was liefern. Okay, ich dachte schon, es ist abgestört. Ich sage dir, hier sind wir am Tag. Lol. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Da rauszugehen wäre selbstmacht. Die anderen Schmuggler machen das. Was glaubst du, was hier abgeht, wenn es nichts weg gibt? Ich versuche mein Glück lieber hier. Ich versuche mein Glück lieber hier. Ich will sogar im Stream bleiben, aber kann nicht. Aber das ist gut. Das kommt ja auf YouTube hoch. Auch wenn ich sagen muss, live ist natürlich immer cooler. Ist ja einfach so. Deswegen heißt es ja auch Fortnite Live Event. Digga, was ist nochmal der Button? Kann ich den aktivieren mit dem Controller? Ich glaube auch nicht, ne? Ich glaube, das geht auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich die Fähigkeit dort nicht. Boah. Digga. Ach, da. Okay. Ich glaube, ich war den... Da ist noch einer. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. Das war so schlecht von mir. Digga, jetzt ist mal gut. Gib mir deine Munition. Oh nein, ich bin tot. Digga. Okay. Ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Wieso kann ich nicht... ...diese Fähigkeit machen? Wie bei Hitman. Die funktioniert nicht, aber mit Control auch nicht. Das heißt, ich habe sie noch nicht, oder was? Nö. Irgendwie habe ich sie noch nicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Weird. Ich glaube, ich werde einfach gleich aggressiv gehen, Leute. Gar keinen Bock irgendwie auf den Scheiß jetzt. Nein! Digga. Das war so schlecht von mir. Nein! Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Wieso lernt der Typ da jetzt halt so rum? Oh nein. Nein! Ich bin tot. Kann ich heilen? Nein, nein, da hinten ist jemand. Oh mein Gott. Ich bin tot. Kann ich mich bitte heilen, Digga? Das ist nicht gut. Komm, das ist die erste Mission. Wir können doch nicht so verkacken. Achso. Hallo, Melvin. Ich glaube, gar nicht cool. Ich habe mich dort getötet. Ich kann da nicht cool bleiben. Okay, wie wäre es, wenn wir uns einfach mal heilen erstmal? Wir werden später sowieso zu viele Medikids und sowas haben. Und nicht den Platz im Inventar. Hast du ein Favorite Game? Nee, eigentlich nicht. Wahrscheinlich Mario-Spiele, Pokémon-Spiele. So. Ich kann es nur... Ich kann nur sagen, Nintendo ist meistens mein Lieblingsspieler, aber Sony hat auch Uncharted. Ja, Uncharted ist auf jeden Fall einer Medikidsspieler. Aber ich habe ganz viele Lieblingsgames. Ich glaube, Favorite Game of All Time ist wahrscheinlich Pokémon Gold und Super Mario 64. Also Pokémon Gold ist allererste. God of War, ja. Aber es gehört nicht zu meinen Lieblingsspielen. God of War ist gut, aber... Ich spiele es in meinen 4K, dann schauen wir mal. Okay, gibt es hier eine Einstellung, weiß das jemand, automatisch sprinten? So, als wenn ich... Ich teste das. Ich gucke mal jetzt. Ich probiere das mal. Genau, diese Fähigkeit, die meine ich. Ja, okay, cool. Happy Wheels? Happy Wheels sind nicht einer meiner Lieblingsspieler. Also nicht mal annähern. Lull. Happy Wheels ist ja ein Meme-Game. Ich schaue mal nach. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... Es ist kompliziert. Okay? Hör zu. Lasst mich einfach rausreden, okay? Ah! Fuck. Ja, Lil Nightmas auf jeden Fall. Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauch einfach nur mehr Zeit. Gib mir ne Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Aber schon so weit ist es doch gar nicht. Wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah, verdammt! Wer hat unsere Waffen? Weißt du schon, mit wem du Lil Nightmasai spielen möchtest? Alleine erstmal. Kann man auch alleine spielen. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hm? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist ne Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann? Suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebens. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich hab sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen. Und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Okay, Moment mal. Na gut. Wir müssen hier weg. Sofort. Dann eben nicht. In welchem Spiel würdest du leben? Minecraft nicht erlaubt. Wahrscheinlich in Pokémon. Weil guck mal, da bist du neun und kannst sofort Pokémon Trainer werden. So mit nur zehn Jahren. Eigentlich voll geil, wenn man so überdacht denkt. Muss nicht zur Schule gehen. Kannst einfach die Welt durchreisen. Pokémon fangen. Eigentlich voll geil. Und jetzt seid ihr alle tot. Läuft. Ach, die guten Fireflies. Wer liebt sie nicht? Eigentlich ist voll ein cooler Name. Firefly. Vielleicht mache ich auch mal eine Gang auf, die Fireflies heißt. Schaffst du schon. Du bist doch ne coole Flau, oder nicht? Moment, Soldaten. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie's läuft. Lasst uns gehen. Gute Idee. Schleichen kann ich gut. Wir müssen zu dieser Tür. Okay, kriegen wir hin. Ich wollte ihr einfach mal trauen, weil sie so verletzt ist. Und ehrlich gesagt, sie macht auch einen ganz guten Eindruck. Da ist jemand. Nein, da ist... Da ist ein Polizist. Oder... Keine Ahnung. Ist das der? Oh mein Gott. Oh, yes. Kennst du Madison? Das Game ist auch krass. Ja. Habe ich mal angespielt und dann waren mir die Puzzle zu viel irgendwie. Ich finde... Ja, man kann den Puzzle ein bisschen übertreiben. Also so... Also ich weiß, Puzzle gehören ja zu jedem Spiel dazu, aber... Bei zu viel werde ich auch so ein bisschen... Weiß ich es nicht. Wir machen mal einen Controller-Test. Wie kann ich nochmal... Achso. Ja, auf Controller ist es irgendwie so anders, das Spiel. Ganz schwer zu erklären. Was ich denn mit meiner... Lautloser Kill. Aber ja, Madison ist ein sehr gutes Spiel, nur... Ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt gab es mir so viele Puzzle. Ich glaube, wenn ich mit Controller spiele, dann... Ah. Das ist so... Kennt ihr das? Wenn das so... Ah, wie nennen... Wie... Ah, wie sage ich das? So... Weich ist irgendwie... Ah, das... Ist halt irgendwie weird. So, seht ihr das? Das ist so... Ich mag das mehr. Yo, ich teleportiere mich auch zu ihm. Easy, Bruder. Ich weiß nicht, ob man das Weiche ausschalten kann. Ist auch schwer zu erklären, was ich meine. Ich glaube, da kann man bestimmt was machen in Einstellungen. Okay. Okay. Wir sollten los, Marleen. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Jetzt sind wir gleich da. Los, alle rein. Wohin gehen wir, Marleen? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Okay, Marleen. Wir vertrauen die einfach mal. Lernen wir nicht so Ellie kennen? Ich glaube, ja, ne? Ich bin schon fertig. Aber es geht schon. Ich glaube, das war so. Man kann nicht so schnell hinter sich schauen. Ja. Wir sind jetzt auch gleich da. Das meine ich ja. Es ist irgendwie richtig weird. Und so geht das. Also ich finde das Spiel besser mit Maus und Dessertur. Einer der wenigen Spiele. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Bei Controllers ist das eigentlich viel bequemer. Achso. Die Sperrstunde sind jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Versierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Man will sich doch befriedigen, sich zu bewegen, finde ich. Sie braucht immer Hilfe von Joel, ne? Kannst du dich mal selbst nicht, was? Wo, 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 wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass dich scheiß Finger von hier. Hör auf damit. Du musst dir jetzt schon Kinder rekrutieren. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh, Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Man hat mehr Freiheit, ja, ist so. Finde ich auch. Wir schmuggeln sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du's grad sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen hab. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaub, das ist keine Waffe bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich an. Und du? Komm her. Gehen wir. Ja gut, aber die Fireflies müssen irgendwie auch gut sein, wenn die wissen, was für ein Wert Ellie hat. Ich glaub, so ein normaler Militäridiot hat das nicht gewusst. Dann hat Ellie vielleicht geschossen. Ich hab Schüsse gehört, aber Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Bass. Ich folge dir nur. In der Serie, ich hab die jetzt nicht komplett geschaut, aber da ist die viel krasser Ellie irgendwie. Hier ist sie noch so relativ entspannt. Aber in der Serie ist sie richtig frech und vollhammer einfach. Ich find sogar die Ellie in der Last of Us Serie besser als die im Spiel. Los, mach ihn. Ja doch. Ach. Unterstützung des Bundeskanzig in der Lande für den Boden. Wo gehen wir hin? Folg mir einfach. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Gehen wir hin? Nur kurz Geduld. Du hast hier ein Supergenie. Vergesst das nicht, Ellie. Ich bin super gut im Videospielen. Ich mein natürlich im Zombies töten. Haha. Hat er seine Waffe in seinem Arsch stecken? Weird. Obwohl, wo wir mal sie sonst... Obwohl, ne, guck mal. Stell dir vor, die schießt auf... Stell dir vor, die Waffe schießt aus Versehen ab. Ah, Riga. Das wird richtig wehtun. Das wäre richtig crazy. Du bist illegal. Bist du eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? Zwölf? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Okay, gut, dass wir Freunde wären. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Voll die Atmosphäre mit dem Regen. Feier ich richtig. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey. Hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Also greifen wir doch mit ihr. So schläft man am besten, wenn es draußen regnet. Ja, wie oft passiert es aber, dass es draußen regnet abends. Das wäre cool, wenn man so schlipsen könnte, wenn es regnet. Wäre eigentlich voll geil. Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, ordentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Aber geile Atmosphäre. Richtig, geile Atmosphäre. Jetzt sollte es regnen. Aber leider regnet es nicht. Schade, eigentlich. Wenn ich darüber nachdenke. Motoren, oder? Warten, warten, ne? Ähm, hä. Awkward. Ähm, alles gut. Ich hab keine Störung. Hä? Digga. Können wir mal... Das ist voll awkward, Digga. Achso. Ich wusste, da war was. Wenn die nur wüssten. Wenn die nur wüssten, wie wichtig Ali ist. Wahrscheinlich ist Ali der wichtigste Mensch im Spiel gerade. Geh ich mal davon aus. Boah, das Spiel zu spielen in 4K macht so Bock. Alles ist so extrem scharf und... Das ist aber geil. Und Zombies können einen schwerer Kennenring, glaube ich. Das ist auch so ein Fakt. Ja, Ali kann schon sehr unvorsichtig sein, das stimmt. Alter, guck mal, wie der Effekt. Oh, ich glaub, ich erinnere mich daran. Yo, guck mal. Crazy. Die bringen ja auch ein Remake vom zweiten Teil raus. Was ein bisschen weird ist eigentlich. Weil der ist ja eigentlich noch neu, oder? Ich dachte aber, man merkt eigentlich die Remakes von Spielen los, die... Keine Ahnung. Älter sind. Okay. Jetzt kommt's raus. Das ist ja voll die krasse Ausrüstung. Eigentlich müsste man mit der Versicher sein. Jo. Sie ist infiziert. Hat Marlin uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein. Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Ich glaube, sie erinnert ihn sehr stark an seine Tochter. Deswegen will er sie nicht töten. Oh, yo. Okay, wir dürfen uns nicht sehen lassen. Hm. Kommt mir vor, es war echt im Gefängnis oder so gerade. Nein. Oh, no. Okay. Okay, gut durchgeschafft. Ich glaube, ich habe mich da mal erwischen lassen. In der Vergangenheit. Ich glaube, es war so eine Stelle. Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Im Bedingen ist halt diese Stelle noch geiler, ne? Bleibt zurück. So, Gefängnisausbrüche im Regen sind bestimmt auch geiler. Das ist unser Auftrag. Also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Na bei Joel. Oh, no. Nein. Ah. Scheiße. Ach, das Spiel hört nicht auf, wenn ich gesehen werde? Wie? Ich dachte, es hört auf, wenn ich gesehen werde. Anscheinend nicht. Okay. Kann ich was erstellen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. No. Okay, das war ein Schuss. Digga. Deswegen mache ich mal Headshots, ey. Ganz genau deswegen. Nein. Okay, ich bin aber weg, ne? Haut rein. Ehrlich gesagt schade. Ich dachte, wir schaffen die Stelle, ohne gesehen zu werden. Ich bin auf. Sad. Okay. 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 I don't believe you, let me ab jetzt. I don't know what you do, let me tell you. Yeah, okay. 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 Digga, wie lange ist die Verfolgung? Das ist ja crazy. Sie sind echt überall. Nein, nein, nein. Oh, danke für das Schubsen. Sie hat meine Arsch gedacht, glaube ich. Können wir sprinten und geduck gehen? Die machen sie auch die ganze Zeit. Nee, irgendwie geht das bei mir nicht. Was, lol. Warte, gib mir das hier mal. Oh, no. Ja, witzig. Wie? Digga, wie sieht der uns nicht? Ist der dumm oder was? Ich warte mal nicht töten. Lauf, lauf, lauf. Nein. Nein. Oh, nee, ey. Der verliert seine Maske. Oh, mein Gott. Das pisst mich an. Ah, Mann, jetzt. Digga. Auf was für eine Schwierigkeit spiele ich hier gerade? Kann doch gar nicht sein. Ah, Mann. Und deswegen am besten einfach nicht gesehen werden. Das ist gar nicht so einfach. Okay, ich glaube, ich darf wirklich einfach gar nicht sprinten. Ich glaube, sprinten ist wirklich verboten. Nein, 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 nein. Okay, ja. Einfach hier durchgehen, lol. Einer von denen ist so einfach. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ohne Scheiß. Oh, mein Gott. Es geht noch weiter? Okay, lass abhauen. Ich bin da mal weg. Hä? Geht's da lang? Ach, da geht's wirklich lang. Krass. Sehr nice, sehr nice. Und gleich haben wir bestimmt wieder Zombies. Super. Wir leben noch. Also alles gut. Ja, genau. Brech die Verfolgung ab. Sehr gute Idee. Lol. Haut rein. Okay, wir haben uns in Ruhe. Hier müssten wir durchpassen. Ich habe schon vergessen, wie anspruchsvoll diese Mission war. Okay, jetzt kriegen wir... Jetzt fängt es an mit dem... Mit den ganzen Sachen zum Aufsammeln. Ich glaube, dass ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, da... Da, ähm... Na klar, Boss. Habe ich Sachen nie richtig eingesammelt. Okay. Dann habe ich mich gewundert. Wieso ich nicht genug habe. Weil ohne Munition will man das Spiel nicht spielen. Aber wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Emmys. Oh, 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 oh. Warte, warte. Wer flut. Sammeln. Die Ruflust zurück. Zurück zum Wald. Weiter. Ich habe mich nicht noch so voll von den Menschen. Ich habe... Meist aber vorzüglich lieber Zombies, weil die sogar... Ich will nicht sagen, die sind dümmer. Diese Menschen sind auch dümmer, aber... Die Menschen sind anstrengender. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie... Sie sagte, sie... Hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, huh, Tess? Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es soweit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Tess hat voll Verständnis für sie, find ich irgendwie geil. Für Joel hat, ich glaube, keinen Bock mehr. Aber durch seine Vergangenheit, weil seine Tochter gestorben ist, hat er mehr Beschützer-Einstinkt wahrscheinlich. Krass, ne? Oh, die sind echt groß. Krass. Oh, was ist hier passiert? Die Bereiche, um die Quarantäne zu nehmen, wurden heftig bombardiert. Oh, nein, Klicker. Äh, was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Lang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich, wie viel dieses Haus noch steht. Würde mich mal echt das hier runterschubsen. Sie würde sterben, würde ich hier runterschubsen, lol. Was soll ich mir ansehen? Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Durch das Haus wahrscheinlich. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Ich gehe mal immer den komischen Weg. Vielleicht fänden wir noch was. Oder auch nicht. Okay. Hier drüben. Ich finde das immer so krass, wie Leute so hohe Gebäude bauen irgendwie. Da darf hier kein einziger Fehler passieren. Das ist richtig crazy. Oh. Munition? Nein? Schade. Wäre cool gewesen. Würde ich voll feiern. Oh nein. Er wurde zerfetzt. Ja. Vielleicht ist noch was. Ist das schlecht? Erli hat sowas wahrscheinlich schon öfter gesehen. Ist auch mal eine ganz andere Weckenheit, sowas zu sehen. Oh, nice. Immer noch der Munition dabei. Weiß ich nicht so schätzen. Lol. Oh nein. Scheiße. Aber sie riechen gut. Und die hören verdammt gut. Ist wirklich crazy. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Das habe ich auch das Gefühl. Okay. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh. Sehr okay. Wenn man blind ist, hört man besser. Ja, das stimmt. Sogar zehnmal besser oder so. Also es ist wirklich krass, wie viel man besser hört. Weil man ist ja darauf angewiesen. Hilf mir hier mal. Bitte gar nicht lecker, bitte gar nicht lecker. Oh mein Gott. Darf ich nicht ein Schuss, Digga? Scheiße. Nur verstört fürs Leben, wenn ich. Sonst ist alles gut. Ich bin nur verstört, aber ist alles gut. Ja, Clicker sind schon echt krasse Zombies, ey. Und ich glaube, man kann die auch nicht erwürgen oder so. Oh, Messer, danke. Man kann die auch nicht erwürgen oder so, sondern man muss sie mit einem Messer töten. Und Messer braucht man aber für, ja, für so, ähm, Türen manchmal. Da gibt es halt viel Loot und so. Wie hier zum Beispiel. Deswegen, wenn ich Messer machen werde, werde ich immer die behalten. Also meistens. Noch was? Ups. Ich schwöre, das war aus Versehen. Ich schwöre. Oh. Ich wöte, da sind noch mehr, Mann. Ach ja, man kann nur im zweiten Teil ehrlich spielen. Ich glaube, in dem Teil geht es nicht. Stimmt. Eigentlich ist es schade, dass man in dem Teil nicht ehrlich spielen kann. Oder kann man? Weiß ich gerade gar nicht. Im zweiten Teil weiß ich, geht es auf jeden Fall, aber den habe ich auch nicht ganz durchgespielt. Hilfe, Hilfe. Oh, was ist mit dem passiert, Lull? Los, komm. Weirre Position. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich noch nie jemand genannt. Cool. Yo, scheiße. No. Ey, die Klicker im Film waren auch so gut, also in der Serie. Oh, der Resto. Ja, habe ich schon Kopfschmerzen. Du drehst vom Klicker oder drehst du... Du drehst vom Klicker, oder? Ich will ihn gar nicht töten. Oh, Riegel. Deswegen lohnt es sich manchmal nicht, sich nicht zu heilen. Ey, 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 ey. Genau, schon auch da. Nice. Ich brauche mal Riegelmann. Ja. Ach, Ellie hat so viel Humor. Wie kann man sie nicht lieben? Bitte, die Damen. Eine seltene Art von Migräne. Lol. Ja. Ich bin froh, dass ich keine Migräne habe. Ich glaube, das ist nämlich sehr, sehr schmerzhaft. Das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? 20 Jahre alte Plattformen. Oh Gott. Oh mein Gott. Wow. Ich wollte ihm nicht vertrauen. Nein. Tigger. Das habe ich auch nie verstanden, wieso er einfach runterspringt. Grüße an alle mit Höhenangst. Oh. Ich hoffe, das ist gut für die. Obwohl, das ist besser, ja. Beide ist dasselbe eigentlich. Nice. Ich frage mich gerade, ob man die Waffe auch übersehen kann. Ich glaube nicht. Oder wie kann ich sie wechseln? Okay, das ist weird. Das ist weird. Das ist weirdo, Martico. Da unten. Okay. Kommen wir von hier? Nee, ne? Wee. Oh no. Okay. Sie ist der Einzige dazu, ne? Okay. Ich glaube, die Klicker hören das auch nicht, wenn man die so erwirkt. Oh ja, das brauche ich. Mehr Riegel. Riegel wären auch nicht wirklich schlecht, ne? Also selten zumindest. Ich teste immer ganz gerne so einen bestimmten Riegel. Also einen gesunden Riegel. Jetzt habe ich ja viel Bock auf den. Da ist auch Schokolade drin. Es schmeckt echt gut. Lecker. Oh no. Das überwegt sich zu. Fransisch. Fransisch. Ihr wisst schon. Nice, nice. Oh oh. Messer erforderlich. Nein. Zwei Schläge. Oh scheiße. Nein. Ich meine, wir haben die voll viel Munition, lol. Hallo, Peter. Da schwinden wir von dir. Ich weiß gar nicht, hätte ich sie nicht ausschlagen können? Ich glaube nicht. Da ist noch ein geheimer Raum. Oder ist es der richtige Weg? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Lull. Das ist der richtige Weg. Sehr nice. Hallo. Ähm. Die lassen sich aber Zeit. Okay. Cool. Ja, ist anscheinend doch der richtige Weg. Was geht bei Hause? Das ist klar. Ich glaube, da ist noch ein paar Medi-Packs vielleicht. Bin ich voll geheilt? Nee, noch nicht. Nimm mal. Genau. Hier. Verabste dich. Die Riegel habe ich davor irgendwie gar nicht verstanden. Wieso wurde ich vor einer Woche gebannt? Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nicht gebannt. Dann mal los. Vielleicht war es ein April-Scherz. Jemand wollte dich pranken. Ein Prank war das. Ein Prank. Hier können wir durch. Vorsichtig. Scheiß Scherz. Das finde ich auch. Nein, wird schon eine Runde gehabt haben. Musst du mal überlegen. Aber eine Woche ist schon echt krass. Ich wusste gar nicht, ob man jemand für eine Woche nur bannen kann. Ich dachte, man bannt Leute so für immer. Und Timeout. War das dann eine Woche Timeout? Krass. Dieses Haus ist hier echt so ikonisch, ne? Ich gehe mal kurz runter. Oh, Digger. Bin ich jetzt wieder... Ach du Scheiße. Eine Woche auf die stille Treppe, genau. Ist eine Bestrafung für böse, böse Kinder. Oliver. War wahrscheinlich so eine Talkshow. Ich muss echt sagen, das ist so einer der Spiele, die ich wirklich lieber mit einem Aus- und das Atom spiele. Ist ja wirklich crazy. Ich bin ein gutes Kind. Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Hier unten. Oh nein, die Stelle war gefährlich, glaube ich. Oh, mal laut auf. Bisschen verbuggt, aber gut. Jetzt geht's. Werd ich wahrscheinlich nicht so oft stellen. Wer ist dein Lieblingscharakter bei Demon Slayer? Passt gar nicht so zum Spiel, aber egal. Nezuko, würde ich aber sagen. Ich glaube, die meisten mögen Nezuko am meisten. Obwohl Tanjiro eigentlich auch ziemlich cool ist. Aber ich mag viele Charakteren. Aber ich glaube, mein Lieblingscharakter ist Nezuko, aber danach kommt ich mal Tanjiro. Ich glaube, das ist dieser... Kennt ihr noch diesen, äh, das mit dem Zug? Mit dem Zug, äh, dieser Rothaarige. Nezuko Smash or Pass? Naja, irgendwie ist er ja noch minderjährig, oder? Ein Messer verwende ich an dir. Aber nur, weil du cool bist. Du bist ein Goku, genau. Das ist eigentlich so einer meiner Lieblingscharakter nach Nezuko. Ich liebe dein Goku. Ja, Nezuko ist 13 oder 14, also da kann man nicht von Smash oder Pass reden. Weiß nicht, ist halt schwierig, ne? Obwohl, man muss... Ja, gut, sicher, dass die so alt ist? Die werden schon sehr sexualisiert, so in Animes, ne? Muss man einfach mal so sagen. The Last of Us wurde damals von den Kritikern in den Olymp des Spiele gelobt. Es hat eine Gesamtbewertung von 9,8 und wurde auf Platz 3 der besten Spiele des Jahrzehnts gewählt. Das ist eine Cray... Oh, merkt euch das mal. Kann sich das jemand merken? Oder ich mach mal ein Bild von auch. 3, 43, 78. Ich sehe dem Internet, wie alte sie ist. Komm mal, Leute, habt ihr diese erste Nachricht gesehen von dem Zuschauer? Habt ihr die gesehen? Nehmt euch mal ein Beispiel dann. Das war ein... guter, informativer Text. Ja, ich glaube, das ist für ein, ähm... Chesor. Aber wo? Was stand da denn noch? Mangas? Ich hab mal Yu-Gi-Oh-Mangas gesammelt. Das kennt ihr aber. Zu Erfolg, gerne. Oh, mein Gott. Wie hat sie mich gesehen? Nein, nein. Oh, mein Gott. Wir sind am Arsch. Nein, Digga! Okay, das war's. Was würdest du direkt als erstes tun, wenn ein Zoperatorippse kommt? Ich glaube, ich würde erst mal ein Land ausreisen, wo keine Zombies sind. Ähm, ja. Also, wenn ich es schaffen würde. Ich würde mir einen Motora zuerst holen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Wird auch so eine geile Mahete. Ja, ich weiß. Ah, ich hab auch Molotov-Cocktails. Stimmt, die gehen ja auch, ne? Vielleicht sind die sogar doch besser, die Molotov-Cocktails, als ich dachte. Ja, Motora würde ich mir zuerst holen. Und dann, äh, ja. Wär geil. Wär geil, auf jeden Fall. Ist deine Wohnung besser, eine neue Wohnung besser als deine alte? Besser nicht, aber größer. Und bessere Location. Und besseres Internet vor allem. Auch, wenn ich das Internet noch nicht habe. Nein! Oh, mein Gott. Wie, äh, ich hab doch... Oh, mein Gott. Schönen, du Arschloch. Attackier's. Wolltest du eine Rune to machen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ich bin noch nicht ganz mit dem Ausstreifen fertig. Das ist quasi... Ups. Das ist quasi das Ding. Okay, äh, genau der Tresor. Habe ich den damals gefunden? Was? Ah, war das nicht der Buchladen sogar? Ich hab... Oh, scheiße. In vorne, da gibt's jetzt ein Ninja-Turtle-Skin. Okay, das ist funny. Ist echt witzig. Wie war das Passwort? Okay. Drei. 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 78. Danke. Danke, Freunde, danke. Ihr seid beide Freunde. Ah, sehr nice. Was hab ich jetzt bekommen? Was war da drin? Lol, ich hab irgendwie nicht richtig geschaut. War irgendwas Gutes, oder? Trinkst du genug Wasser? Gute Frage, eigentlich. Ich glaube nicht, aber... Ich glaube, das gleicht sich bei mir so aus, weil ich esse viel Obst. Und Obst ist ja 90% Wasser. Deswegen glaube ich, das gleicht sich bei mir sehr stark aus. Ach, von der kam wir, ne? Stimmt. Trink jetzt? Ist das ein Buffet, oder was? Ich glaube, morgens zu trinken ist einfach wichtig. Oh no. Taker! Das ist ein Scherz, oder? Ist doch ein Scherz, oder? Okay, dann fangen wir wieder hier an. Nein! Das ist Munition, die so verschwenden in dem Spiel. Er hat ja nicht mal Munition dabei, schade. Okay, na los! Ja, ein YouTube-Heisen-Fortnite-Scan würde ich mir tatsächlich sogar holen. Das würde ich sogar machen, aber ich spiele ja kein Fortnite momentan. Also, doch, Lego-Fortnite wollen wir weiterspielen, ne? Ich hasse Klicker. Ja, du musst sie lieben lernen. Vertrau mir einfach. Wir wollen nur Liebe. Ist halt wirklich so, ne? Ich weiß, dass es Yu-Yu zu Kai's-Fortnite-Scan gibt, aber... Ach ja, weiß nicht. Also, es ist halt irgendwie schwierig, ne? Schwierige Situation. Hallo, Gotha. Es ist wirklich crazy, wie schnell zwei Stunden der Last of Us spielen vergeht. Oder? Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Das geht echt schnell, Leute. Ich dachte irgendwie am Anfang, das wäre so ein Loch. Guck mal, das sieht irgendwie so aus, oder? Aber dann ist es nur eine Wasserpfütze. Das ist ein schwieriger Hase. Boah, der Weifen sieht sogar gut aus. Oh, nee. Digga. Lol, sehen die mich nicht? Meinung zu... Nee, das habe ich jetzt nicht hier. Merken die das bitte nicht? Ja, die denken halt über ihr Leben nach, was schiefgelaufen ist. Hör, beschäftigt, Leute. Sowas übersehe ich halt bestimmt voll oft. Aber ich schaue mich halt schon echt gründlich um. Aber ich glaube auch, das Spiel ist nicht dafür gemacht, um jetzt irgendwie... ...alles zu finden. Fragen sind immer okay, aber ich beantworte nicht alles. Also wenn ich eine Frage auch nicht beantworte, dann... Ja, dann liegt es nicht daran, weil ich sie nicht gesehen habe, sondern wirklich, weil ich sie nicht beantworten will. Oder nicht werde. Dann gibt es wieder Legends of Zelda. Ähm... Das Ding ist, ich habe das Spiel... ...alleine weitergespielt. Deswegen mache ich die nächste Folge erstmal solo. Und dann kommt es wieder am Stream wahrscheinlich. Kann man hier machen bei Legends of Zelda, ne? Wenn da was nicht die Antwort ist, finde ich es okay. Ja, aber fragen dürft ihr ruhig. Also, fragen ist ja nichts Schlimmes. Vielleicht ist Befüben, benutzt du? Ich habe ganz viele... ...auch hochwertige Befüben, aber ich benutze sie nicht. Ich benutze keine Befüben mehr. Ich mag lieber so den natürlichen Geruch eines Menschen. Oh. Oh. So was wie Versage oder so, das habe ich nicht. Da musst du schon hochnäsig sein, um sowas zu haben. Also, sorry. Wer Versage trägt, ist schon einfach... ...voll abgehoben irgendwie. Versage. Das klingt ja schon so... ...da musst du reich für sein, um das zu tragen, glaube ich. Okay, ähm... Hm, die Waffe benutze ich am meisten, sondern verbessern wir die auch. ...wurde im Einkaufszentrum gebissen. Es ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich, äh... ...kannte Wege. Naja, einer dieser... ...was ihr Runner nennt... ...16 Euro? Ah ja, okay, das geht echt. Aber der Name... ...wes... 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 ...versage. Ich kann das ja nicht mehr aussprechen. Aber gut. Alles, was französisch ist, klingt irgendwie... ...ja... ...klingt irgendwie reich. Louis Vuitton. Ich hab nur einmal eine Tasche in Louis Vuitton geholt. Und das war ein Fehler. Und das war nicht mal für mich. Das war zum Geburtstag von einer anderen Person. Und es war ein Fehler. Also ich... ...keine Ahnung. Das ist aber dumm. Jeremy Fragrance. Okay, ich will jetzt nicht so viele... ...Namen hier sagen. Aber... ...ja, es gibt viele gute. Ja. Sieht gut aus. Parfüm ist einfach zu kompliziert, das ist das Problem. Das musst du mit deinem Deo anpassen. Am besten ein Deo, was gar nicht riecht. Oder gar kein Deo tragen. Und dann muss es noch auf deinen eigenen Körpergeruch abgestimmt sein. Ach, das ist alles zu kompliziert. Komplett unnötig. Und dann ist die Frage, für was eigentlich? Nur damit du einen falschen Geruch von dir selbst hast? Versteht ihr, was ich meine? So, man hat ja... Man täuscht ja seinen eigenen Geruch. Parfüms sind... Ich fände Parfüms sogar richtig scheiße, wenn ich darüber nachdenke. Weil stell dir vor, ich habe ein Date. Und die Person denkt sich so... Oh, was für ein toller Typ oder Frau. Trägt voll das geile Parfüm. Und dann... ...nach einer Woche trägt ihr das mal nicht. Dann denken die sich... Oh, du stinkst ja voll eigentlich. Du riechst ja gar nicht so. Ne, Parfüms sind echt unnötig, Leute. Sage ich ganz ehrlich. Voller Hater auf einmal. Wenn ich so drüber nachdenke, werde ich echt zum Hater. Das Parfüm riecht nach mir. Ja, dann kannst du einfach ohne Parfüm. Oder nicht? Dann brauchst du ja gar kein Parfüm. Wenn es nach dir anfängt zu riechen. Wenn das wirklich stimmen sollte. Also, wenn du mich fragst, trägt halt einfach kein Parfüm. Deo ist... Ja, Deo ist das Minister, das reicht. Aber selbst Deo ist auch nicht nötig. Wenn man sich regelmäßig duscht und... Ja gut, das kommt wahrscheinlich dann doch auf den Körpertyp an. Wie sehr man schwitzt und so. Ich schwitze zum Beispiel gar nicht. Deswegen benutze ich manchmal gar kein Deo. Ich... Ich stinke halt nie so wirklich. Los, 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 los. Scheiße. Ich lebe. Ich werde außenrum gehen. Wir sind hier. Tess. Renn. Renn. Scheiße. Dusch du Eis kalt? Äh, ne, mag ich auch nicht. Ich hasse Kälte. Ich hasse Kälte über alles. Letztens bin ich in meinem E-Scooter. Mal wohin gefahren. Und dann bin ich auf der Hälfte des WGs zurückgefahren. Weil mir das zu kalt war, habe ich das Auto genommen. Ist mir einfach zu kalt. Also, ja, hasse ich. Ist mir egal, was mir vor... Ist mir egal, was mir Vorteile es hat. Ich bin ein Barmling, ja. Ich bin ein Barmduscher. Ich glaube, Einschuss tötet ihn, aber... Hm. Wie kann ich denn mal langsam gehen? Das ging doch irgendwie, oder nicht? Warte mal kurz. Ging das nicht irgendwie? So richtig langsam gehen. Das geht irgendwie. Äh. Gedrückt halten vielleicht. Nein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Hast du schon mal was gespendet? Ja. Aber ich mach's nie wirklich öffentlich, weil... Keine Ahnung. Wenn ich was spende, dann ist das wirklich eine Privatsache. Ich glaube, so geh ich ganz langsam, ne? Aber Q ist dann... Lauf, 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 lauf. Bang. Noch einer ist da. Hä? Oder auch nicht. Okay. Ja, diese Spendengeschichte muss man nicht immer so öffentlich machen, finde ich. Ich find's ja schön und gut, wenn du spendest, aber wenn man wirklich spenden will, dann muss man's ja niemandem sagen. So wirklich. Kann man natürlich, oder... Bei YouTubern versteh ich auch noch ein bisschen, weil die Community auch spendet. Aber... Ja. Ja, manche machen's halt wirklich, um sich einfach nur gut darzustellen und... Ja, sollen die machen. Immerhin kriegen die anderen da das Geld. Okay, das klingt gerade weird. Genau, jedem muss seine, das ist ich auch so. Nein, Digga, ich wollte die Waffenmunition aufheben. Oh nein, wurde sie jetzt gebissen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will die Munition holen. Nein! Was für ein Upfreak ist das denn? Scheiße. Okay. Gut, Munition gespart. Immer schön die Heilschuss machen, Leute, nicht vergessen. Yo, wie viele? Nein, nein, nein. Oh, no, no. Das ist so ein Moment, wo man doch gerne... Ach, scheiße. Willst du das Video hoch, weil ich hab keine Zeit zu gucken? Ja. Das kommt das Video hoch. Wir haben ja auch einen Traumanfang gemacht. Die ganze Serie kommt als Video hoch. Aber ich glaub, ich wär's, weil es auf dem Uncut-Kanal ist. Also wenn sowas auf einem Cut-Kanal hochkommt, dann würd ich schon in einem Video alles hochladen. Aber auf dem Uncut-Kanal unterteile ich das in Parts. Versuch, du brauchst dir keine Sorgen machen. Wie hast du die Motivation, Videos zu machen, obwohl deine Videos schlechter ankommen als damals? Ähm. Naja, was heißt Motivation? Ich kann ja nix anderes machen. Ich mach ja nix anderes. Ich mach ja eine Jura-Ausbildung nächstes Jahr. Und vielleicht kommen dann keine Videos mehr, wer weiß. Aber ich denk mir so... Ja, also für mich das so... Also ich hab das wirklich gebraucht. Also für mich persönlich hab ich das gebraucht. Und ich hab immer auch so das Ding, egal wie... Sagen wir zum Beispiel, ich wär jetzt reich als Beispiel. So, ich hatte 10 Millionen, okay. Sagen wir, ich hab das jetzt so 10 Millionen, ne? Als Beispiel. Und dann hab ich nur noch so... Auf dem Konto, keine Ahnung, 2000 Euro. Dann denk ich mir... Ich denk ja nicht wirklich so an die Vergangenheit, sondern ich denk ja so... Das Ding ist, es kann ja immer besser laufen, als es gelaufen ist. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist ja nicht so... Es ist ja... Also es gibt... Es gibt keine Story, die nur super ist. Mein Leben ist auch keine Story, die nur super ist. Und deswegen bin ich irgendwie okay damit. Ich hab das Gefühl... Irgendwie wird das schon alles. Ich weiß... Ich weiß auch nicht, Leute. Ich glaub, ich mach mir da einfach irgendwie keinen Kopf drüber. Ja, ich mach mir irgendwie keine Sorgen. Das ist ganz weird irgendwie. Ich mach mir einfach keinen Kopf drüber. Ich... Ich weiß es nicht. Außerdem ist ja auch meine Entscheidung mit den ganzen Kanälen und so. Hab ich auch selbst entschieden, neuen Kanal aufzumachen. Wieso hab ich... Trag ich jetzt das Holz die ganze Zeit? Also, versteh mich nicht falsch. Ich weiß schon, dass es besser läuft. Also, ne? Aber ich mach mir irgendwie kein... Weiß nicht. Ich mach mir irgendwie keinen Kopf gerade. Nicht überdenken, einfach machen. Ja, genau. So, vielleicht hab ich irgendwann eine Idee im englischen Bereich oder so auch. Oder ich bleib im deutschen Bereich. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Und dann, ähm... Und dann auf einmal kommen die Videos, keine Ahnung, Millionen, Millionen, überall. Aber ich mach mir darüber nicht so Sorgen und ich kann euch auch erklären, wieso. Schauen wir erstmal die Cutszene. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann. Was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Hast du nicht vielleicht Bock, mit anderen YouTubern Videos zu drehen? Könntest mehr Aufmerksamkeit bekommen. Würde ich nie machen. Ich würde nur mit anderen YouTubern was machen, wenn ich... Also, wenn ich von selbst... Also, entweder aus Spaß oder wenn ich selbst, ähm... Sachen schaffe. Also, ist ein bisschen so... Willst du nicht von einem Millionär Geld nehmen? Oder einfach so, ich meine. Das ist irgendwie taurig. Das ist ein bisschen, wie Leute das machen, finde ich. Aber das Ding ist, ihr müsst bedenken, selbst wenn ihr zum Beispiel... Keine Ahnung, egal was ihr haben wollt. Wenn ihr es bekommt, dann wollt ihr eh mehr. Das ist halt die Natur des Menschen, ne? Man will immer mehr. Und es hört nicht auf. Also, egal wie man bekommt, es ist eh ein unendlicher Prozess. Selbst wenn man mir 10 Millionen Abonnenten gibt. Deswegen bin ich auch spirituell. Weil das ist etwas, was nie endet. Da ist man immer dabei. Leute, ich werde mit anderen keine Videos machen. Ich mache nur mit anderen Videos, wenn ich es will. So, ein paar Leute fragen mich, ich mache mit denen Videos, ich mache mit denen Videos. Ich mache mit denen keine Videos, außer wir selbst entscheiden das und es kommt dazu. Wir können deswegen aufhören zu fragen, ob ich mit anderen YouTubern Videos mache. Also, jetzt nichts gegen die YouTuber, aber... Ja. Außerdem habe ich schon immer gerne alleine aufgenommen auch. Das ist mein Hauptding. Ich nehme meine Videos größtenteils alleine auf. Ich will nicht bedanken. Ja, kein Ding. Danke für die Bits, Blanco. Oder, ja, ich habe... Videos alleine aufnehmen ist das Beste, da... Da muss man sich nicht so... Also, natürlich macht es mit Freunden auch sehr wichtig Spaß, keine Frage. Aber ich habe schon mal mit vier Leuten Videos aufgenommen, mit vier anderen YouTubern. Und es war eine Katastrophe, einfach weil... Die meisten YouTuber wollen nicht dasselbe Video haben, wie der andere YouTuber. Weil man kann es ja nur einmal schauen. Oder die meisten Leute schauen es nur einmal. Aber ich dachte mir immer so, ja gut, aber... Viermal aufnehmen an einem Tag? Ist doch viel zu viel, so. Für jeden Video. Das ist einfach zu stressig, finde ich. Nein. Nein, nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwohin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir. Oh Gott. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt, ob ihr versteckt... Nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaff euch Zeit. Aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Ich glaube, man sieht dann ihre Leiche auch. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach! Geh doch endlich. Ali. Tut mir leid, ich... Ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Mit mir leiden zu drehen ist auch anstrengend, würde ich mir ja denken. Ja, also es macht schon Spaß, mit mir Leuten aufzunehmen. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht drehen, weil, ähm... Manche Spiele machen schon Bock. So Partyspiele... Macht schon Laune. Aber... Bis man sein Leben hundertprozentig im Griff hat... Hundertprozentig sollte man erstmal Zeit alleine verbringen. Egal wie lange es dauert. Und sie ist tot. Hat sich wahrscheinlich auch mit Absicht erschießen lassen. Findest du... Was findest du alleine sein so schön? Also wenn du nicht alleine... Ich find das nächste ganz schön. Ich find nur, wenn du nicht alleine sein kannst, dann... Hast du halt die Arschkarte, ne? Also, wenn du nicht ab und zu mal alleine sein kannst. Sie werden bald hier sein. Weil sonst... Also... Ist halt... Irgendwie weird. Wenn man nicht alleine sein kann. Also... Ich mag es ja auch mit Leuten. So ist es nicht, aber... Hier ist die Framerate so ein bisschen schlechter, glaube ich. Ich kann nicht wissen, was hier los ist. Nein. Alleine sein ist aber wichtig. Dass man das auch kann. Würdest du kennen, wie Baki aussehen lässt. Das ist ja krass. Ich finde, Baki sieht Hammer aus. Ich bin ja nicht... Also, ich bin eher... Ich mag Muskeln. Ich bin zwar selbst nicht... Momentan nicht hardcore muskulös. Aber... Ich mag Muskeln und... Ich finde Baki sieht noch... Ah, noch ganz gut aus eigentlich. Was machen wir? Außen rum! Ja, ich habe es. Erledigt sie! Ich habe sie! Ausgänge sichern! Lass den Kopf unten! Schade! Hallo Sweat Urbs! Wie leidet der aus? Der Bruder. Nice. Hier sind noch mehr. Ich kann mich erinnern, hier ist das Spiel öfter abgestürzt. Aber, guck mal, ihr seht. Läuft wieder, Leute. Läuft wieder. Bleib bei mir. Na los! Oh mein Gott. Haben die Waffen vielleicht oder irgendwas? Ne, ne? Welche Supplemente benutzt du? Ähm, ich benutze... Ah, das nimmt aber... Ihr werdet niemand kennen, der das nimmt. Das ist so... Ich benutze Neem und... Oh doch, Kurkuma kennt ihr ja, aber Neem kennt ihr wahrscheinlich nicht. Ich nehme Neem, so eine Pflanze. Obwohl die jetzt alle ist, leider. Und Kurkuma. Und dann... Und dann... Ja. Mixe ich das und dann trinke ich das hier morgen. Das ist richtig gut. Und dann nehme ich noch Vitamin D. Ich mache ja kein Krafttraining, also Kreatin ist ja unnötig. Würde ich behaupten. Vitamin D nehme ich einfach nur... Ja, habe ein bisschen das Gefühl dabei, weil ich... Ohne ich immer so viel... Ähm... Vitamine bekomme. Kann man es schon nehmen. Ich werde mal nicht so geizig wegen der Munition sein. Ich werde mal nicht so geizig wegen der Munition sein. Okay. Ach, scheiße. Noch einer ist dort, ne? Ja. Nein! Du scheiße, scheiße, nein! Bitte töte mich nicht mal, lass mich gehen! Es ist okay, wenn ich da aus dem Live-Gehe, geh durch. Ich werde dich nicht anfläniert so bleiben. Lull. Da ist dein Ausgang. Egal. Bye-bye. Hm, Munition vielleicht? Ich liebe der Last of Us. Ja, Mann. Ich auch. Na, das wäre ich sein Vater. Ja, genau. Als würde mein eigenes Kind sagen, ja. Ist es okay, wenn ich, ähm... Ausziehe? Ja, mach doch, was du willst. Noch eine Schelle geben und dann bye, ne? Eigentlich voll die stressige Situation im Spiel, aber ich bin trotzdem voll relaxed irgendwie. Oh. 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 Und? Da drüben ist ein Soldat. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein. Alles leer. Ich hab nichts gesehnt. Der Biet durchsucht. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommt. Äh, zwei oder einer, das sind zwei. Okay, ich werde jetzt gesehen, aber ist egal. Hä? Ist der Typ absolut dämlich, oder was? Lol, was für eine Trottel. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde nur diese Maske tragen. Achso, von der K... Hä? So. Ich hatte Angst, dass ich sowas einatme. Diese dämlichen Sporen. Ich kann mich erinnern, hier war ich richtig lange stuck. Aber man kann hier tauchen. Muss man sich mal geben, ey. Ich war hier mal eine halbe Stunde stuck, oder so. Danke für die Blitzblanko. Ich glaube, ich kann auch heute trinken bei dem Spiel. Zock auch nebenbei, die lasse, was? Eins. Viel Spaß. Du meinst, während ich streamen, oder was? Ist eigentlich schon spaßig, ne? Muss ich auch mal probieren. Zum Beispiel Zelda zu spielen, während ich in Zelda Livestream schaue, oder so. Bisschen witzig. Bisschen witzig. So, das probiere ich mal. Warte mal, da ist was. Hallo? Steig drauf. Steig drauf. Wirklich? Helly. Okay, okay. Vorsichtig. Ich hab dich. Okay. Wie viel spielst du jetzt, lasst du was? Ähm. Weiß ich sowieso, vor Ort zu spielen. Und mein PC jetzt wieder geht. Supernova, danke für ein Abo. Hallo? Achso. Davor, ich hab's schon mal probiert, da ist es immer abgestürzt. Da hatte ich ein paar Komplikationen mit so... Ja, ähm... Mit meinem PC. Überhitzt immer sowas halt. Ich wusste aber nicht, woran es liegt, und... Das macht dann auch keinen Spaß. Wenn es alle zwei Stunden mal abstürzt, gut. Kein PC ist perfekt. Wenn es irgendwie alle fünf Stunden mal abstürzt, oder irgendwann mal so in der Woche, keine Ahnung, gut. Okay, danke für die Bits, aber bitte hör auf zu Spam. Ah, nee, super... Ah, nee. Oh, wir haben 19 Abos. Ein Abo mehr, dann haben wir 20, Leute. Schafft ihr. Mir geht's gut und dir, supernova. Oh, endlich, ey. Ich hab das Gefühl, ich hab Sachen übersehen, Abos. Aber trotzdem danke für die Bits, aber... Sonst haben wir die ganze Zeit Zau uns hier. Ja. Oh, ich kann das den ganzen Tag übrigens machen, Leute. Na, wenn ihr das wisst. Ah, sieh mehr. Wegen Tess. Ich weiß nicht mal, was... Okay, ich sag dir mal, wie's abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist deine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Ich mag das Spiel auch gerne. Ich auch. Wie findest du die was? Zahlhöhe 12? Was ist die Zahlhöhe 12? Hab ich noch nie gehört. Ach, die Zahl 12. Kannst du mich fragen? Gerne. Finde ich eigentlich eine gute Zahl. 12 ist eine gute Zahl. 11 ist eine sehr gute Zahl. 7 ist wahrscheinlich eine richtig scheiß Zahl. Allerdings die 5 ist eine gute Zahl. Solide Zahl, ja. zurück zu Marlene. Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker als du glaubst. 1 ist eine gute Zahl. 2, Mittel gut. 3, nicht gut. 4, okay. 5, gut. 6, auch gut. 7, scheiße. 8, ziemlich cool. Weil man sie dreht, ist ja ein Unendlichkeitszeichen. 9, richtig schlimm. 9, kann sich keiner geben. 10 ist eine ganz gute Zahl. Aber Mittel, würde ich sagen. 11 ist eine richtig gute Zahl. Richtig, richtig gute Zahl. 12 ist eine gute, eine ganz gute, ja, Mittel, würde ich sagen. 13 ist eine richtig scheiß Zahl. 14 ist okay. 15 ist auch okay. Besser als 14, aber. 15 ist... Okay, ja, ich glaub, jetzt geht's so weiter, ne? Ja. Nun ist das Game Green Hell. Hab ich nur mal kurz vor Jahren mal gespielt. Aber soll ganz gut sein, weiß ich nicht. Was soll ich da jetzt machen? Ach so. Also assoziierst du Zahlen mit Farben. Das klingt so wie ein Malen nach Zahlen. Ja, hier geht's auch nicht. Ähm. Hm. Ja, manchmal schon. So 1 würde ich zum Beispiel so Gold geben. Aber nicht alle zahlen. Also 1 schon, aber die anderen zahlen nicht unbedingt. 9 ist so irgendwie rot. Ach ja. Wie hab ich das übersehen, lol? Ähm. Hm. Na, 9 rot. Ja doch, das passt eigentlich ganz gut. Aber mir fällt jetzt nicht in der Farbe zu jeder Zahl ein. Hä? Digga, hier ist ja eine Katze. Guck mal. Digga, wie läufst du weg? Bist du dumm? Erst, erst leibt sie sich in meinem Bein und dann läuft sie weg, oder was? Das Problem ist nur, mein Zimmer ist zu. Und meine Katze kann deswegen nicht aufs Klo gehen. Und ich hab kein Katzenklo in meiner... In meiner Wohnung. Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? In meinem Zimmer. Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Lass uns Krieg anfangen. Welche Farbe ist Mathe? Meinst du, was ist die Option? Rot oder blau, ne? Ich sag auch, es ist blau. Warte, es ist auf jeden Fall blau. Also bei Fächern ist es easier, glaube ich, Farben zu geben. Was war nochmal Deutsch? Deutsch war Rot, ne? Und Englisch? Was war Englisch? Gelb, oder? Oder wie war das nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Deutsch immer Rot, ja. Okay, das passt. Englisch Grün? Achso, ja, das kann auch sein. Weiß ich gar nicht mehr. Englisch? Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie ein Pfeifen? Pfeifen. 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 Naja. Hab ich lange nicht mehr gemacht. Sorry, Leute. Englisch Grün? Kein Plan, man. Ich war schon lange nicht mehr in der Schule. Was ich auch gut finde. Grün war Naturwissenschaften. Oh. Biologie war grün, glaube ich. Das macht aber auch Sinn, oder? Hier durch. Oh, nein. Also ich kann es töten, also stimmt. Stimmt. Voll. Okay, warte. Bio- und Naturwissenschaften ist doch dasselbe, oder nicht? Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist eigentlich, ähm, Molotow-Focktail ziemlich gut. Okay. Warum ist Mathe blau? Gut, manche sagen, er ist ja auch rot, ne? Weiß ich nicht genau, aber... Ist einfach so. Manche Sachen kann man nicht erklären. Sie sind einfach so, wie sie sind. Oh, nee. Messer, ja, machen wir mal. Deswegen habe ich die Messer behalten, Leute. Diese Räume sind wirklich richtig gut. Boah, krass. Ich liebe Loot. Loot ist echt eine geile Sache, finde ich, so ein Video spielen. Loot. Auch voller gute Name, irgendwie. Voll passend. Oh, Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wollen wir das sonst aufkriegen? Weiß nicht, ich schmeiß die was rüber. Nein, Spaß, mach einfach. Wesse Spiel hast du in Planung? Naja, Detroit. Sonst. Hassen mich die Leute? Einige. Also glaub mir, Leute, Spiele gehen nicht aus. Spiele gehen definitiv nie aus. Das ist der Vorteil, wenn man Gaming-Content macht. Die gehen nicht aus. Glaubt mir. Selbst wenn ich den ganzen Tag spielen würde, 24-7. Was ich gar nicht schaffen würde, weil ich mich auch duschen und schlafen und essen und sowas halt. Dann würde ich nicht mehr schaffen, alle Spiele zu spielen. Aber ich fühle mich jetzt wieder mehr dazu, Horror-Spiele zu spielen. Deswegen, die haben wir heute schon gemacht für den Cut-Kanal. Ja, deshalb brauchen wir das Auto. Im Endeffekt mache ich einfach nur die Videos hier. Im Stream. Aber es ist trotzdem ein Stream. Und ich finde, so Stream-Videos, wenn man sie gut schneidet, sind die auch sehr unterhaltsam. Ja, schon allein, wenn ich nur Horror spielen würde, hätte ich für immer Videospiele. Ich spiele ja nicht nur Horror, aber... Das kann ja auch als Horror gesehen werden, dieses Spiel. Und dann schlägt ihr ein Loch in den Bauch und tritt ihr dann den Kopf. Also, der lasse Wasser hat auf jeden Fall Horror Aspekte. Ist ja klar. Außerdem mag ich auch so Uncut-Sachen. Aber ich habe ja jetzt gesagt, ich mache Cut-Videos auf dem Hauptkanal. Und deswegen auf der Near Arcane Live mache ich dann halt Uncut-Sachen. Da können wir alles ruhig Uncut-Machen. Niemand juckt's. Weil das ja nur dafür gemacht ist. Da kommt sowas wie The Last of Us hoch. Ja. Die Stadt mich irgendwie immer verwirrt. Ich weiß nie, wo ich hier hinschauen soll. Da ist eine Falle, seht ihr das? Das ist eine Falle. Auch bestimmt ein cooler Laden, ne? Ich seh's, Ali, ich seh's. Ähm, hm. Seht ihr das, meine ich? Und wir sind wieder voll von der Munition, ja krass. Ich sag euch, es macht so viel Spaß zu spielen, ne? Also, ich bin so froh, dass mein PC abgestürzt ist. Hä? Mensch, da dauert das, bis er Sachen nimmt. Okay. Ähm. Jetzt kann, da kann man auch durchspielen. Hat auch länger spielen. Da bleibt man so ein bisschen mehr im Flow. Mann, das ist echt rarig. Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Und die, Ali. Ist ja alles kostenlos. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Ich verlasse euch da nicht ohne den Safe. Oh, kann sich jemand den Code merken? 5, 17, 21. Ah, nee. Ich hab den Truck nie gefunden. Ich hab ihn nie gefunden, den Truck. Weiß jemand, wo der Truck sich befindet? Aber man darf ich wieder spenden. Halt, hauptsache nicht Spam. Das ist das Ding. Spam ist immer okay, nur halt nicht Spam. Also ich weiß Spam sogar mega zu schätzen, so. Und abonnieren vor allem. Aber wenn man dann spammt, ist halt blöd, ne? Wenn man es ausnutzt. Ach, hier. Hä? Einen, auf den ich hab ihn jetzt gefunden. Nein. Digga, ein, auf den. Ach, das ist der Truck. Yo, Digga. Das hab ich damals gar nicht gewusst. Ich sagte, die meinen mit dem Truck so ein LKW. Digga, ich hab den nie gefunden. Die sind safe. Und der lag da einfach auf der Straße. Ich hab die ganze Zeit so ein LKW geversucht. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurückfließen. Der Rest war härter. Du wirst erschossen werden. Ach so, das stimmt. Da geht's lang. Ich glaube, die Falle war. Kommen wir noch an, das Spieler. Weiß ich's nicht. Das kann ich nie wirklich sagen. Oh, Mann. Krass. Was war denn das? Das ist deine Falle. Ein Bild ist Genie, Digga. Ja. Das hat doch mal ein Messer, oder? Ja. Teil ist auch wichtig für so Waffen verbessern. Ich bin so froh, dass es so gute Spiele gibt, wie diese hier, ne? Das wäre wohl, alle Spiele wären, so wie dieses andere. Was rauskam jetzt? Wie heißt das nochmal? Das wäre richtig schlimm, wenn alle Spiele so richtig Müll wären. Okay, man darf nicht zu nah dran stehen. Nein. Na gut, dann schieße ich, oder? Kann ich auch was werfen? Ja, wir können ja auch einen Bogen bekommen. Okay, ich mach's jetzt. Hä? Wieso eigentlich? Wieso soll ich das überhaupt tun? Ach, dann müssen wir lang, ne? Müssen wir, oder geht's da auch hoch? Guck mal, da ist eine Leiter. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Mit der hier kommen wir rüber. Okay. Wird so Teil der Familie zu sein? Welche Familie meinst du? Arcane-Familie. Kann ich verstehen. Wieso habe ich das jetzt zerstört? Ist hier irgendwas vielleicht? Bitte. Oh mein Gott, hier ist nicht mal was, man. Schade. Ich liebe es ja, wenn so Dornenstallen durchgucken, ne? Voll geil. Digga, nimm doch. Ich bin so froh, dass ich diesen Pullover tragen kann. Weil der ist ja eigentlich auch grün. Oder hat so einen grünlichen Touch, ja? Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen. Als Absicherung. Vergiss es. Obwohl, könnte man eigentlich? Obwohl, kann sich mit Waffen umgehen? Glaub ich nicht. Warte, da ist noch eine Leiter, aber ich glaube, da müssen wir nicht hin. Ja. Ja, ist besser als meine Familie. Lull. Gut, ich habe jetzt nicht Familie bezeichnet, ehrlich gesagt, aber... Jedem... Jedem überlassen, wie er das hier nennen will. Im Endeffekt ist Familie einfach nur Community. Oh, eine Community. Die Luft ist rein, komm hoch! Eine Community hat Menschen, die... mehr zusammenhalten. Oder so. Aber ja, man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Manchmal hat man nicht das größte Glück. Ist halt so. Ich habe auch nur eine kleine Familie, aber das reicht mir auch. Man kann ja einfach seine eigene Familie produzieren, Leute. Einfach eine Frau und einen Mann suchen und dann machen wir... Dann werden die... Wird seine eigene Familie geschehen, Leute. Macht sogar Spaß. krass. Pssst. Scheiße. Lol. Ich kann die Pfeile nicht aufheben, mit der Scheiße. Das ist ein richtig geiles Game. Um dir warm zu werden, okay? Aha, verstehe ich schon. Ah, ich habe eine Flasche. Digga, irgendwie nervt mich das gerade. Ah, warte, wir können uns doch ducken, stimmt. Stimmt. Ich schwöre mich so krass auf Lendl MS3. Ich kann nicht mehr warten. Bin auch gespannt, Mann. Oh, oh. Da habt ihr die Horroraspekte, Leute. Aim ist eingerostet. Ne, mit dem Pfeil, Pfeil und Bogen hier zu verwenden, begreift man einfach nicht. Wieso bin ich die ganze Zeit voll? Ich kann mich auch nicht heilen oder so. Ich habe die ganze Zeit so viel Stoff, das meine ich. Man muss gar nicht alles aufheben. Also ich gebe natürlich mein Bestes, aber... Muss man nicht. Wieso, wie groß bist du in... Danke für die Bits, Mango. Ich bin 1,75. Nicht groß. Aber ich mag mich, so wie ich bin. Obwohl ich schon zugeben muss. Als Jugendlicher... Wollte ich immer größer sein. Aber irgendwie bin ich jetzt... Also ich würde jetzt nichts ändern. Jetzt. Also, ne? Aber gut, als Jugendlicher ist das Ding. Du bist nie zufrieden. Egal, wie du aussiehst. Aber jetzt mache ich mir gar nicht mehr so viel Kopf vor meinem Aussehen irgendwie. Das ist ganz... Das ist einfach... Keine Ahnung. Digga, okay, das... Ich hasse das, wenn das passiert, ne? Das muss aufhören. Ich werde jetzt nicht nochmal neu laden deswegen, aber ich sage nur, das muss aufhören. Ich drücke nämlich das Nachladen-Button. Ach, egal. Ne, alles gut, Leute. Ich habe wirklich... Ich bin... Also mit mir... Schon wieder. Ich bin einfach, ähm... Weiß nicht, happy mit mir. Ich glaube... Ja, solange man nicht aussieht wie ein Penner... Kann man sich das eigentlich nicht beschweren, Leute. Halt. Ja, man darf sich nicht zu viel Gedanken über sein Aussehen machen. Du gibst einfach dein Bestes. Du gehst zum Ariseur. Du duschst dich. Siehst du? Zurück. Fertig. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich schieße auf ihn, den ich sehe, Lull. Bleib in meiner Nähe. Einfach nicht so wie Stessen. Ich meine... Cool, man kann sich natürlich verändern mit Operationen und so. Ich würde schon verstehen, wenn so Zähne... Wenn so Zähne richtig scheiße sind, dann verstehe ich schon. Wenn man die machen lassen will, würde ich auch machen. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Also es gibt so ein paar Sachen, die man kann nicht verstehen. Oder... Es gibt ein paar Sachen, die man kann nicht verstehen, wenn man die macht, aber... Ja. Ich glaube, vieles kommt auch durch Vergleiche mit anderen. Die unrealistisch aussehen durch Bilder auf Instagram. Welche Animes guckst du gerade? Gerade schaue ich nicht so wirklich Animes. Gerade schaue ich eher so... Let's Plays. Weihnachtsfelder wollte ich noch schauen. Stimmt. Oh nein, ich muss nachladen. Nein, ist gut. Na, jetzt kommen auch noch Klicker, oder was? Ja, ich mach mal etwas Geld. Bin bereit, Ellie. Halt durch. Wäre schon cool, wenn du euch echt beeilen würdest. Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Stammt noch mal! Komm schon! Haben wir oder nicht Munition? Ich glaube ja, ne? Eil dich! Fertig, Ellie. Sie sind gleich da! Ah! 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 Ich glaube, man hat hier noch nicht Munition. Oh nein, da kommt wieder der Klicker. Lass mal gar nicht versuchen, einen Headshot zu machen. Ach. Ich schlesse ich ein bisschen, aber geht schon. Erst mal drücken. Au. Ah! Falsch anbekommen. Ist so. Scheiße! Das noch mal! Weg! Zurück! Wo lang? Okay, wir... Wir mit sollen. Komm! Hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Der schlitzelt. Leute! Hinter uns! Bell! Na los! Au! Das ist geil! Digga! Achso, ich kann rein. Ja! Ja! mein Gott. Oh no. Das ist eigentlich ein Ruhe, du Arschloch. Gibt's hier nix zum Aufsammeln? Bestimmt, oder? Na los! Wir kommen her! Auf weiter, hier nach! Okay! Sieh's auf! Na los! Oh. Nice. Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ah, Ali. Hey, was soll das? Joel! Bill! Bill! Reh dich um und geh auf die Knie! Beruhig dich, hast mal Atem! Reh dich um und geh auf die Knie! Jetzt mach schon! Jetzt... Mach mal langsam! Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein! Irgendein Ausschau! Nein, verdammt! Ich bin sauber! Wenn du auch nur zuckst! Verdammt nochmal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus! Löst alle Fallen aus! Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm! Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an! Wir sind hier, weil du Joel was schuldest! Oh! Also mach sofort diese Dinge ab! Ich schulde Joel was! Soll das ein Scherz sein? Okay, mach das kurz! Ich brauch ein Auto! Oh, es ist ein Scherz! Joel braucht ein Auto! Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel! Kein Thema! Nimm es doch! Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist! Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon! Pass mal auf, du kleines Bist! Nein, pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Okay! Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein! Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es! Na, ist auch egal, weil ich keins habe, das Pferd! Aber es gibt eins in der Stadt! Teile! Es gibt Teile in der Stadt! Das heißt, du könntest eins zusammenbauen! Viel zu viele Emotionen, die Alte! Ich mag sie so! Das macht sie ja wie aus! Okay! Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür! Okay! Es ist auf der anderen Seite der Stadt! Du hilfst mir, es zu holen! Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd! Aber danach schulde ich dir nichts mehr! Ist mir recht! In ein paar Tagen sind wir so oder so tot! Aber ja, so Emotionen sind halt nicht so super! In diesem Fall! Komm mit! Die ganze verdammte Stadt ist vermint! Bleibt schön dicht hinter mir! Echt verlockend! Schluss jetzt! Kann jemand, wenn er mod ist, ha-home, Max... Bannen, bitte! Bannen oder ganz lange Timeouten! Eins von den Sachen! Da mache ich das gleich! Muss man neue machen! Ja, eigentlich sind meine Standards immer da! Ich schreibe aber nicht immer! Ja! Ich kann es aber nicht gut! Ich wollte es immer lernen! Im Notfall kann ich es auch selbst tun! Ist okay! Großmeister! Lass ja die Finger von dem Brett! Groß was? Vergiss es einfach! Ich werde auf jeden Fall demnächst ein paar mehr Mods machen! Das ist auf jeden Fall nötig! Was muss man machen, um Mod zu werden? Ähm... Eigentlich... Nicht viel! Einfach nur... Der Name muss irgendwie ins Auge springen! Ich muss mich an den Namen erinnern! Und nichts Negatives damit assoziieren! Ja, aber kein Ding! Im schlimmsten Fall kann ich auch! So ist es nicht! Aber alles gut! Äh... Wie komme ich jetzt aber raus? Ja! Ich glaube schon! Du musst deinen Geburtstag feiern? Wahrscheinlich nicht! Also... Andere werden den wahrscheinlich feiern! Ich wahrscheinlich nicht! Ich wahrscheinlich nicht! Wir müssen zu dem Gebäude rüber! Die Treppe hoch! Beeilung! Bleib dicht bei mir! Unglaublich, dass du dich das mitnachst! Du hättest es einfach! Also für mich ist Geburtstag auch ein normaler Tag! Gehe mich hier oben mal kurz um! Für mich ist da oben nicht! Na, mach! Nimm dir was du brauchst! Danke! Also für mich ist... Als ich es als Kind habe ich Geburtstag immer mehr gefeiert, aber... Ja... Jetzt ist mir ein Geburtstag egal! Obwohl doch! Das Video wird wahrscheinlich viele Likes bekommen! Hehehehe! Wenn ich ein Geburtstag Video mache! Hehehehe! Die kleine Göre! Du mich auch! Andere feiern halt den Geburtstag! Soll das auch sein, finde ich! Wenn man Geburtstag hat, sollte man ihn nicht selbst feiern! Der Typ und ich werden keine Freunde! Also wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck! Sondern andere feiern einen dafür! Aber ich find's halt irgendwie weird, wenn man... Also vor allem, wenn man als Erwachsener sich selbst feiert für seinen Geburtstag, Digga! So! Wie ich schon sagte! Wir müssen zur anderen Seite der Stadt! Aber andere wollen natürlich Geschenke machen! Können die auch machen! Du bekommst auch gute Sachen! Oft bekomm ich Socken! Socken zu bekommen ist echt geil! So Sachen, die man immer gebrauchen kann! Socken! Oder einen Schwamm! Find ich aber geil! So alltägliche Sachen! Ansonsten konnte ich mir alles in meinem Leben kaufen, was ich wollte! Also wirklich alles! Oh! Hast du das gesehen? Da drin ist was! Bad Misch! Achso! Kein Flex oder so! Ahh! Jaaah! Sie ist beschäftigt! Jaaah! Es geht zu buddies! Jaaa herr, sowas in der Art! Ich mag jetzt mal Geschenke zu machen, dass wir jetzt hier bekommen, das meine ich! Das macht aber mehr Spaß zu schenken, oder? Das ist halt einfach eine Geste. Ich mag es auch nicht, wenn Leute mir zu teure Sachen machen, weil... Die dürfen mir natürlich was schenken für die Geste. Aber ich will gar nicht so was richtig Teures. Digger, wie viele sind da? Und die schreien da rum, guck mal. Ja, Digger, wenn ihr so rumschreit, ihr Dullis. Meine Güte. Ups. Wie aktiviere ich die Falle am besten? Ah, perfekt. Oh mein Gott. Scheiße. Digger, bester A-Mister. Als Kind hat man immer Geburtstag gefeiert. Ja, das meine ich ja so. Als Kind verstehe ich das, ne? Geschenke zu bekommen als Kind ist richtig geil. Da habe ich auf Weihnachten mega geliebt. Wenn man die Dinger schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug war es mit Leuten und zum Ort. Erfört die Weltgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill! Joel! Hier lang. Und weiter geht's. Aber als Erwachsener... ...weiß ich nicht. Naja. Also ich kenne auch kaum Erwachsene, die irgendwie ihr Geburtstag so richtig feiern. Kann ich mal bitte nicht die Dinger werfen? Aus Versehen. Hält sie das Tor wirklich auf? Ja, es ist zu. Sie haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Okay, hier runter. Kannst du am 30. live gehen, damit man mehr Geld spenden kann? Ja, deswegen gehe ich nicht live. Ich gehe einfach live, was cool ist. Und du machst die Tür zu. Wie gesagt, wenn andere das meinen Geburtstag feiern, ist das ihr Ding. Aber ich selbst feiere meinen Geburtstag halt nicht, ne? Na, dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauch ne Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komm schon damit zurecht. Nein. Du... Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du hier hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg. Lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum dir doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Bill, können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Beste auf deinem Spiel. Sie ist irgendwie in der Zicke. Ja, wie gesagt, das macht sie aber aus. Hallo, Hux. Oh. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Da hab ich Bock drauf, die Nagelbombe. Das ist ein guter Platz. Okay. Hm. Den Bogen werde ich wahrscheinlich, obwohl, nee, Bogen ist, glaube ich, nicht so gut. Digga, hab ich irgendwie, äh, kann ich nix upgraden oder was? Irgendwas muss ich da upgraden können oder nicht? Dann mal los. Es geht nix. Cool. Wirst du 29, ja. Oh, nice, Schank. Äh, wozu? Keine Ahnung, wozu das Ding ist, aber wird schon gut sein. So, Schot, Flinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen. Es geht wirklich schnell, ja, Mann, viel zu schnell. Es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten touren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich. Ich hab YouTube schon immer geguckt. Also YouTube ist jetzt nix. Also ich hab schon immer geguckt. Seitdem ich... Schon immer eigentlich. Das könnte klappen. Aber gut, Wäscher hat auch kein YouTube, ne? Selbst für Omas und so gibt's ja YouTube. Es gibt ja Content auf YouTube, der wird uns gar nicht empfohlen. Schön hast du's hier. Wenn du nur über Medizin-Videos schaust, kannst du ganz viel... kannst du ganz viel finden. Wenn du dich für Bücher interessierst, kannst du ganz viel finden. Nicht alles ist ja Gaming. Zeit zu packen. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich... Kennst du mich noch? Ja. Ich kenn dich noch. Genauso wird man Mod, indem ich einfach den Namen noch kenne und dann nix Negatives damit assoziiere. Und wenn man natürlich Lust auf die Arbeit hat, ist ja auch ein bisschen Arbeit, ne? Nicht viel, aber so ein bisschen. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Oh, ich glaube, das war ein großer. Komm, du musst dir das nicht noch angucken. Okay, diese Mission ist brutal. Was für eine Zahl ist jetzt sechs? Diese Zahl ist leider... Diese Gegend ist leider brutal. Muss man das Mod bei jedem Stream dabei sein? Nein. Sind ja auch die momentanen Mods nicht. Mann, ich habe keine Lust, hier in Zeitlupe durchzulaufen, Mann. Das ist nervig. Obwohl, ich glaube... Nein. Obwohl, ich glaube, die lassen sogar... mehr Munition fallen, wenn man sie tötet. Was geht jetzt bei dem Spiel? Hab ich noch nie gespielt. Ja, sorry. Wenn du Last Wars nicht kennst, ist es halt schwierig, ne? Das ist halt... Ich habe eine schwierige Situation. Da bist du einfach... Da zockst du wahrscheinlich gar keine Videospiele. Hä? Das wäre auch schwierig. Hat er mich gesehen? Ich glaube, das wird nichts. Also, The Last Wars kennt eigentlich jeder, der Videospiele kennt, oder? Ich war noch zu jung. Keine Ausrede. Keine Ausrede. Ach, scheiße. Okay. Dann... Ja, dann wird sie weg. Seht ihr? Die Lasten Munition... Okay, ich werde... Ich werde es gar nicht heimisch probieren. Also, The Last Wars kennt man eigentlich, glaube ich. So wie Uncharted. Das kennt jeder. Das kennt, glaube ich, sogar jemand, der nie Videospiele angefasst hat. Boah, die Lasten Munition fallen. Also, man verliert im Endeffekt nichts. Was ist weggejallert? Das können nur coole Leute sagen. Hm. Oh my god, look. Insider, genau. Alter, er ist hier sogar voll nützlich, lol. Ich glaube, das war es. Ja. Wir sind noch nicht sicher. Nee, das sind wir nicht. Hatte ich vielleicht doch nicht. Ja, doch. Ich bereue ich es nicht. Diese Stelle ist halt wirklich scheiße. Da muss man halt... ein bisschen was investieren. Action, Adventure, mit Horrors, Survival-Elementen, ja. So, kann man jetzt sagen. Hallo, Glenn. Mist, verschlossen. Das ist ein guter... Kann man so sagen, ja. Ich habe einen Schlüssel. Eigentlich voll das geile, so Action, Abenteuer, Adventure, Horror, Survival. Eigentlich voll geil. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Was machen wir denn da? Ich hoffe, dass der Clicker ist weg. Ich bin zufrieden, wenn der weg ist. Komm schon. Ich habe mir dafür auch ein Messer. Der nervt. Ich glaube, wir müssen ins Haus. Wollen müssen wir ins Haus? Ich weiß es gerade nicht. Wieso geht es da weiter? Vogel? Da war Vogel? Nein, da war... Oh. Da war kein Vogel, Leute. Ich glaube, das Haus ist nur extra Loot, ja. Okay. Hä? Wieso sehe ich den Typen nicht? Hä? Wieso habe ich ihn nicht gesehen? Weird. Gruselig. Ich vertraue dieser Funktion eigentlich voll. So, warte mal, wir spielen das Spiel heute komplett zu Ende. Ne, kleiner Spaß. Ich glaube, es wird heute und morgen dauern. Ist halt so. Aber wir sollten dankbar dafür sein. Gibt es halt mehr zum Zocken. Boah, diese Klicker, ne, pissen mich auch so an. Nervig. Ich weiß gar nicht, wo ist überhaupt das Ziel? Ich hasse die Geräusche von denen. Ich finde die eigentlich voll cool, muss ich sagen. Oh nein. No. Ich werde gesehen. Nein. Zu spät, oder sind die Klicker jetzt hierher, ne? Ja. Erstmal. Laufen wir. Oh mein Gott, die kann, oh mein Gott. Ich habe vergessen, dass ich das dann können. Ach, du Scheiße. Oh, geil, Munition. No. No. Okay, war es das? Ich finde die eigentlich voll cool, diese Klicker-Geläusche. Ja, voll passend einfach. Keine Ahnung, was ich die ausgedacht habe. Oh, so ein Gerät habe ich auch über die ganze Familie im Zimmer. Keine Ahnung, was ich die ausgedacht habe, aber... Sie ist von drinnen verriegelt. Ja. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Soundeffekte sind so wichtig ins Spielen, das ist echt nicht mehr normal. Oh Mann, noch mehr? Ja gut. Ist da irgendwas auf der Couch oder wieso ist das hier so eine Stelle? Da drinnen ist noch einer. Mein Charakter ist schwarz. Ja, da ist doch nicht schwarz in meinem Charakter. Hm. Er schläft. Ich glaube, wir lassen ihn irgendwann mal alleine. Oh mein Gott. Da ist bestimmt was in diesem Raum, oder? Nix. Doch. Munition. Ich glaube, es lohnt sich. Was schauen? Ja, Tuch. Nix. Ach doch. Ah, Stoffwandmunition. Ja gut, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hm. Wir sind komplett voll. Schade, Mann. Ja, ich habe zu viel Munition. Besser als zu wenig. Na los, na los, na los. Gefährliche Gegend, Mann. Ich bin froh, wenn wir das uns, äh, wenn wir das hinter uns gelassen haben. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Ja, ich habe zu viel. Digga, ich kann nix mehr machen. Ich bin zu, zu rich voller Loot, Mann. Ich hasse das. Welchen Namen gefallen dir? Dazu muss ich einen Namen im Chat bekommen. Und dann kann ich sagen, ob er mir gefällt oder nicht. Ich weiß immer, ob ein Name mir gefallen. Frederico. Tatsächlich gefällt mir der Name sogar nicht. Also ich finde ihn lustig, ja. Also ich finde das irgendwie so ein... Keine Ahnung. In manchen Fällen ist es mir schwer zu glauben, dass Leute wirklich so heißen. Jimmy. Finde ich auch nicht gut. Also jetzt Real Talk. So Meme-Namen, ja, voll witzig. Aber jetzt so reale Menschen-Namen. Wir sind sicher. Im Moment. Verdammt, der Klinger. Keiner wurde gewissen, ja? Nein. Alter. Alles okay. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Riccardo. Finde ich auch weird irgendwie, Riccardo. Also mehr Namen gefallen mir auf jeden Fall nicht, als gefallen. Ich glaube, die meisten Namen finde ich aber neutral. Klar, für dich immer, Ellie. Was ist los? Aber es gibt manche Namen, die finde ich richtig schön, auf jeden Fall. Aber mir fällt jetzt keiner ein. Oh. Fast übersehen. Digga, soll ich überhaupt Bogen verwenden, Mann? Ich weiß es nicht. Eigentlich voll weird. Hallo? Hä? Okay. Ich glaube, ich werde lieber die... Oh Gott, wir haben so viele Waffen, ne? Das ist crazy. Wir sind auf jeden Fall gut dabei. Pjotr. Den Namen finde ich lustig. Das war ein polnischer Name. Lustig. Du hast einen lustigen Namen. Pjotr. 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 Ach, ich glaube, ich gehe einfach komplett drauf, Leute. Oder ich jetzt mal... Einer habe ich nur. Hm. Danke für die Bits. Blanco. Ja, komm, wir machen es jetzt aber so. Bin ganz ehrlich, Leute. Ich habe keinen Bock. Ach. Nein. Das dauert mir wirklich so lange. Wir haben eh zu viel Munition. Nein. Wieso muss ich denn... Wieso dauert es so lange, um die Waffe zu wechseln? Oh mein Gott. Lull. Wie findest du den Namen, Leonhard? Ähm. Gut. Ja. Nicht schlecht auf jeden Fall. Nicht mal Lieblingsnamen von allen Namen ever, aber finde ich gut. Weil man auch so... Ich mag auch Namen, die man abkürzen kann. Kann man ja Leo sagen, theoretisch. Eigentlich ziemlich cool. Ja, der Name ist ja auch immer Schmachsache. Also nimmt er nicht so die Wert drauf, was ich sage, aber... Ist ja Geschmackssache. Ne. Raphael finde ich auch gut. Raphael finde ich sogar einen der besseren deutschen Namen. Finde ich ja wirklich cool. Könnt ihr mal bitte brennen, Mann? Oh mein Gott. Ja, komm, zwei Zombies. Guck mal, lohnt sich eigentlich voll. Daniele finde ich mal einen Namen, finde ich auch nicht so krass. Ich finde, den Namen kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Wie findest du den Namen Jana, Nuss? Jana finde ich schön. Mag ich. Klingt so smooth irgendwie. So, die Frage ist, wie lange sollen die YouTube-Parts werden? Soll ich das eigentlich in einem 4-Stunden-Video hochladen? So lange, wie der Stream ist halt? Oder immer nur eine Stunde? Ja, kannst du. Was kannst du? Ich habe mir die Option gesagt. Danny, findest du, man kann für Mario... Erstmal für Mario Kart Skill braucht? Doch. Ja, finde ich schon. Ist auch natürlich vieles Glück, aber... Man kann durch Skill schon beeinflussen. Das da, das weiß ich. Also Marvel Kart ist schon ein Spiel mit Skill, finde ich. Klingt zwar weird, wegen Blue Shell und so. Aber doch, finde ich schon. Los, komm! Man kann mitten aufhören und später weitergucken. Mache ich. Zumindest. Ihr lasst mich wissen, was ihr besser findet, wenn ich so jeden Tag eine Stunde hochlade oder gleich vier Stunden. Weil da bin ich mir nie sicher, so wirklich. Es ist leer, verdammt! Aber ich glaube... Wohin? Bill! Wohin? Weiß nicht. Denkst du, es lohnt sich, NPC zu verbessern? Über so zwei Jahre? Will das so machen? Nicht so wenig Geld. Nein, meistens lohnt es sich nicht. Es sei denn, du... Entweder du verdienst Geld damit. Du machst das als Hobby. Zu Videospiele spielen. Es gibt schon Gründe, wo es dir lohnt. Aber wenn du jetzt nur Videos schaust, lohnt es dir das hundertprozentig nicht. Keine Ahnung, ich bin einfach gerade nicht in der Geduldigkeitsphase. Weiß nicht, was ich nachvollziehen kann. Wer lebt, sie noch? One of them. Oh mein Gott. Okay, ich bin tot. Ach, Mann. Nur weil ich ungeduldig bin... Es kann doch nicht sein. Okay. Ja, ich mach dasselbe nochmal. Vielleicht soll ich... Ja, ich setz mal... Pumpgun. Die rechts lebt noch. Ach du Scheiße. Nein. Gib mir die Pumpgun. Gib mir die Pumpgun. Ja, weil dann muss ich mir pro Tag... Weil vier Stunden ist halt... Ja, es hat beides Vorteile. Würde ich sagen. Ich will halt für Gaming besser machen. Wenn du in den Spielen kommst und dann kann ich den nicht spielen. Da lohnt es sich nicht. Für das Hobby musst du immer Geld investieren. Wenn du Ski fahren willst, musst du ja auch... Gut, kommt auf dein Equipment an, aber... Da musst du ja auch investieren. Wenn du Musik machen willst, musst du in der Gitarre investieren. Wenn du dann irgendwann willst, wenn du das Geld hast und... Dann wieso nicht? Wenn das dein Hobby ist. Ach, ich glaub ich werd das gar nicht. Da sind nämlich auch so... Oh man. Damit schlage ich nicht. Okay, zu spät. Scheiße. Ja, ist halt so. Man muss halt investieren so. Außer man hängt an seinem Geld. Was dann traurig ist, weil Geld ist ja dazu da, um es auszugeben. Okay, weiter so. Ich hab auch irgendwie für meinen PC 4000 Euro bezahlt. Mit Verbesserung über 4000 Euro. Die ganzen Spiele, die ich kaufe. Hat sich das gelohnt? Weiß ich nicht. Ich sage ja, ich kann nicht so Spiele spielen. Genau, weg von mir. Okay. Gute Zeitung, um sich zu heilen. Bye, bye, Leute. Die, die gehen. Bekommen langsam ein bisschen Hunger. Oder Appetit, sollte ich ja sagen. Wir machen auf jeden Fall noch diese Szene. Hilf mir mal damit. Okay, bereit? Ja. Das klingt nicht gut. Der natürlich hat Augen auf seinen beiden. Nein, lol. Nein! Wie los kann man sein? Okay, gib mir die Scheiße. Yo! Hat er das nach zurückgeworfen? Oh mein Gott! Ich bin tot. Das war peinlich. Oh! Jiga, was war das denn für ne... Äh, wie... Was war... Wie sah das da crazy aus? Achso, da kann man auch anfertigen. Cool. Verbrenne, du Arsch. Yo! Yo! Oh! Tigger! What the hell! Ich hab... Doch, ich hab noch genug Lehm eigentlich. Digga, habt doch nach. Oh, nein, Digga. Oh, der Munition. Servus, das Spiel hat noch Jump-Scares. Hat's gar nicht so viel, ne? Obwohl, ne? Oh, no. Okay, so stark ist er auch nicht. Würde ich sagen. Oh, ja. Nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungskunde, aber können wir endlich hier weg? Klar. Lettern wir auf die Tribüne. Hilf mir herauf, Joel. First Try. Ja, definitiv. Keine Frage. Na. Ich weiß nicht, wieso er das immer tut. Ich drücke Nachladen und er wirft das. Ich versteh's nicht. Es pisst mich so hart an, ne? Ah, ist das nervig. Aber hat das Spiel kein einzigen Jump-Scare doch bestimmt, oder? Auf einmal lassen die mich hier so alleine. Oh, no. Die wollen mich wegjallern, Leute. Die wollen mich wegjallern. Nein. Alles nur nicht wegjallern, bitte. Ah, easy. Okay, geschafft. Dann los. Komm hoch hier. Zieh mich hoch. Sehr gut. Gute Arbeit. Ich glaube, jetzt wird nur noch gelauft. Was? Jetzt wird nur noch gelauft, Leute. Dicker, immer dieser... Ich bin hinter dir. Schauen Sie, als Zombies sehen echt weird aus. Können die mal nicht so weird aussehen? Voll dumm, wenn die nicht beißen können, obwohl du dir an Köpfe geballert hast. Ja, bisschen weird, aber... Ja, Zombies. Na, das lief ja toll. Okay, ähm... Ich geh und zieh mich hier hinten um. Belle? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann sich den Job... Wie hast du gefälligst Tess daraus? Ganz tief in ihren... Das hat nichts mit! Scheiße. Das sind Bisse. Den Zeug war diesen Typen. Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrüttel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Ja. Und... Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber... Die Zellen sind noch okay. Das heißt... Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Können wir jetzt noch ein Motorrad nehmen? Und das soll gehen? Wird doch viel geiler, oder nicht? Du wolltest ein Plan B. Mehr ist eben nicht drin. 20 Abos. Danke, Pumba. Willkommen. Was meinst du? Danke an 20 Abos, Leute. Ich meine, du bist und wir schieben. Hallo, Krux. Mir geht's gut. Und dir? Spiel dich weiter. Noch kurz. Hab ich noch was übersehen in dem Haus? Glaube ja. Der Typ hat voll die Stimme, die zu ihm passt, irgendwie. Richtig nerviger, nämlich. Danke für dein Abo. 21 Abos. Crazy, Leute. Unser Rekord. Vielen Dank. Willkommen in der Arkane Army. Obwohl, brauchen wir wirklich einen Namen? Ich kann doch einfach Danke sagen, oder? Ja. 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 Ich sag einfach Danke. Passt schon. Bereit? Ah, warte mal. Gibt's noch eine zweite Ebene vielleicht? Okay. Welchen LOL Champ hast du gemaint? Ich hab mal wieder Bock auf LOL. Habt ihr mal Bock auf einen LOL Stream? Nur einen? Ich glaub, ich werd das nicht mehr machen, aber ich hab mal wieder Bock drauf. Mal probieren. Ich hab, äh, Zed gespielt. Ja, Zed war mein Main, glaub ich. Zed oder Zestana. Ist schon lange her, dass ich das Spiel habe. Ich spiel sie aber trotzdem gerne. Weil, ähm... Ich feier jetzt einfach das Spiel. Gib mir gute Vibes. Ich... Also, na gut, es ist komplett toxisch. Also, eigentlich gibt's gar keine gute Vibes, aber... Ähm... Ich mag E-Sports halt. Deswegen wahrscheinlich. Au. Nein! Habt ihr nicht gesehen. Unangenehm. Ja, ich hab, äh, die Waldmeisterschaft von League of Legends gesehen. Mein Lieblingsteam hat ja auch gewonnen. Irgendwie treffe ich die Köpfe nicht mehr. Die sind halt so klein. Kleinen Kopf haben die. Ja, aber T1, also faker Team, hat letztens gegen NoWay und so gezogen zu. Ich kann nicht so viele League of Legends streamen, sorry. Ich hab auch kein League of Legends streamen. Da hab ich... Da hab ich besser zu tun. Will ich ja auch nicht blühen oder so. Nein, 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 ist mir tot. Oh mein Gott. Warte mal. Okay. Rainbow Six Siege, ja. Richtig cooles Spiel. Also Rainbow Six Siege ist ein grandioses Spiel. Da war es ja auch so, dass am Anfang war es nicht so populär. Und auf einmal hat es dann so einen richtigen Hype bekommen. Mann. Oh, scheiße. Musst du Ellie. Nein, lad nach. Sie ist echt tot. Okay, Ellie, hält dich bereit. Es macht Bock, aber nach schlechter Runde nicht mehr. Ja, ist ja bei jedem Spiel eigentlich so, oder? Wenn du gut in dem Spiel bist, macht es immer mehr Spaß. Aber man kann ja auch nie da langes Motivation nutzen. Das würde ich machen. Was soll ich machen? Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss den Rupfen entdecken. Obwohl, ich habe noch einen Molotov-Cocktail, ja. Digger. Man kann seinen Lager überbleiben, Alter. Oh mein Gott. Oh no. Hinweis, ja was ist Hinweis? Ach so. Ich musste gar nicht hier in die Kämpfen. Ich habe so ein Mönchmanns-Munition, als hier hinläuft. Läuft. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kein zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bilder, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja... Sind wir quäht? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Oh, mein Gott. Hey, du solltest doch schlafen. Da schläf was selbst. Beim Autofahren. Aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Ähm... Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, ähm... Hier. Na, weg das Erinnerung. Weißt du? Also, das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, Mann. Wirst du mal dem Walking Dead-Spiel von Taitl? Ach, da weigere ich mich immer, weil das so lange dauert, das Spiel. Das hier wird dein Freund... Aber ich hab's vor, aber ich weiß nicht wann. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Ja. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie... Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kämen die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Oh. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Okay. Gibt es denn dieses eine neue Walking Dead-Spiel, was so richtig schlimm ist? Bin ich mal müde. Was ihr mir davon gehabt habt? Oh nein, nein, nein. Na, klasse. The Walking Dead-Destinies, genau. Und jetzt? Wenn wir dieses Jahr kommen, auch richtig Müll-Spiele raus. Schon echt crazy. Vorsicht! Oh Mann. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Nee, da wird er nicht. äft spelled vorne,음� half Neighbor undrees verraten. Oh nein, nein. Oh Lord. Oh, dem Frieden. Oh nein, ich habe axes. Oh nein, ich muss mit ihm. mir geht's gut mir geht's gut guckst du die walking dead spin-offs ich habe nicht mal walking dead gesehen ich bin momentan eher so auf entspannte ich sag euch wir kämpfen ja nicht gegen menschen bin ich habe ich meine menschen beste serie der walking dead oder was ist ja auch eine gute serie sonst wäre sie ja nicht so populär aber scheiße keine munition mehr ich habe nur munition mehr da kommt jemand aua das hat bestimmt wie ja keine ahnung ich hab die walking dead auch mal geschaut aber ist schon lange her kann man machen auf jeden fall aber ich habe nicht alles gesehen oder so aber die die frau hat mich genervt also die mutter von dem wie heißt der karl ich glaube der ist karl au wie viele hier sind oh mein gott dann ist schulflinte wie schwer ist das bitte irgendwie ist die stelle nicht so einfach ne alles noch von vorne ich habe keine munition mehr bruder ich glaube ich bleibe hier jetzt einfach und auch aua aua oh mein gott die kv trefft die schulflinte boah total eigentlich benutze ich meine schulflinte nicht gerne so Aber gut, was muss sein? Was muss sein? Ob ich noch ein Jacke wäre? Digga, da sind irgendwie... Oh nee, das war ein blöder Schuss. Ich hasse es in dem Spiel, nicht so treffen, ey. Aber wir werden schon immer genug Munition haben, denke ich mal. Ja, zum Beispiel jetzt. Hallo? Kannst du mal sterben? Jo. Na los. Nein. Oh mein Gott, nerven die. Das war... Brutal. Ich hoffe, wir bekommen einen guten Loot, ey. Grafikkarte? Nee, Spaß. Bruder. Es läuft. Zeh dich um und such nach was Nützlichem. Zu Befehl. Hm. Wir, hier gibt's nicht genug Loot, man. Da bin ich sauer. Wir haben so viel Munition verschwendet, das war crazy. Digga, wo ist der ganz der Loot? Die Gena haben hier halt echt ne Intelligenz, das muss man einfach mal so sagen. Ist halt einfach so. Oh, cool. Das ist besser, das oder das? Ich glaube, ich weiß, das. Was für einen Prozessor hast du? Irgendeinen sehr guten. Der aber leider, weil er so gut ist, so schnell überhitzt. Und ich deswegen nur Probleme hatte. So eine Art von Prozessor habe ich. Irgendwas mit I9, glaube ich. Keine Ahnung. Ich kenne den Namen jetzt nicht. Okay. Aber ich habe jetzt eine Wasserkühlung geholt. Ich hatte davor keine, weil ich dachte, wenn die ausläuft, die Wasserkühlung... Aber tut sie nicht. Alles gut. Ja, irgendwie sowas. Einen richtig guten, glaube ich, auf jeden Fall. Der leider sogar zu gut ist. Weiß nicht, ob es was geht. High Risk, High Reward. Ja gut, wenn man eine gute Kühlung hat und so geht's schon, aber... Da gab's auch noch ein anderes Problem. Im BIOS. Irgendwas im BIOS war das. Da kenne ich mich aber nicht mit aus. Da musste man irgendwie den Namen von irgendwas ändern. So, wo lang müssen wir? Aber das haben die alles gemacht. Da oben? Ich glaube, Leute... Ich werde das mal speichern. Und wir machen am nächsten Mal dann hier weiter. Da geht's. Weiter. Ah, schon wieder hier zu sein. Gefällt mir. Oh. Ich habe schon wieder vergessen, wie gut sich das Spiel anfühlt. In 4K. Ganz vielen FPS. Ups, warte mal, Leute. So, okay. Ich muss den Chat ein bisschen... Habe ich dich auch nicht schon beim letzten Mal aufgehoben? Hallo, JBH. Oder JBH. Habe ich dich auch nicht beim letzten Mal schon aufgehoben? Naja, egal. Siehst du was? Ne, weißt du, ich bin absolut dämlich und sehe gar nichts. Nicht pass. Äh... Sorry. Sorry, Duri. Okay. Okay. Ja, hier habe ich schon beim... Egal, pass. Vielleicht habe ich ja sogar Sachen übersehen, aber weiß ja nie. Ja. Mal sehen, ob wir was erstellen können. Ah, why not? Why not? Ach, wir brauchen mehr Munition für die Waffe, Mann. Hier ist die Munition leer und hier ist auch alles leer. Irgendwie scheiße. Wie kriege ich mehr Munition? Kennst du mich noch? Klar. Banause kann ich mir gut merken. So, wie komme ich jetzt hier raus, hä? Da oben, oder was? Stimmt, hier habe ich ja gestern aufgehört. Oh. Ja, es muss einen besseren Ausweg geben. Ja, lustig, Digga. Bist du... Spaß... Ach so. Lustig natürlich, Leute. Oh, was willst du als GamePC? Finde ich. Also, eigentlich mag ich Konsole mehr, aber... Na los, Ellie. Gute Arbeit. Okay, es geht schon. Schaust du Fernsehsendung? Nein, ich schaue kein TV mehr. Obwohl ich sagen muss, gerade jetzt, wo du es... Oh, yo. Äh. Jetzt, wo du es erwähnst, eigentlich ist TV schauen... Ja, eigentlich... Also, ich hasse es und ich mag es irgendwie. Also, eigentlich hasse ich es eher. Aber es gibt schon so abends auch mal gute Filme, aber es ist ganz selten nur. Es lohnt sich, aber ich schaue kein TV, kurz gesagt. Es hätte uns treffen können. Was ist das? Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Ob ich jetzt was bekommen, oder was? Ja. Rauchbombe. Betäubt beim Auftrag gegen einen kleinen Umkreis und überzeugt eine Rauchwolke. Ja, gut. Keine Ahnung, was gut ist. Bestimmt für irgendwas nützlich. Ja, wenn schon, dann Netflix und Shell oder Disney Plus manchmal. Aber größtenteils, glaube ich, ja YouTube. Ja, ja. Größtenteils ja YouTube. Finde ich einfach am besten. Auch wenn die Werbung auf YouTube auch kacke ist, aber ja, vergleichsweise zu TV ist es noch relativ okay. Oh, da ist noch was, glaube ich. Lol, fast übersehen. Achso. Heilen kann ich mich nicht mehr. Schade. Kommt das auch auf YouTube? Ja, ich lade alle Folgen auf, aber auf Danny IK in live. Irgendwie, da muss ein live dahinter sein. Heute kommt die erste Folge um 14 Uhr hoch. Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und, äh, bringt du hier und schon wieder auf? Lol. Hallo, Gauta. Oh, eigentlich Munition, Mann. Verstehe es, wie du willst. Schaffst du dieses Jahr noch 1K auf Twitch? Uh, gute Frage. Was denkt ihr? Schaffen wir es? Habe ich mir jetzt gar nicht das Ziel vorgenommen. Wäre aber cool. Oh, das erinnert mich daran, dass ich, äh, so. So. Okay. Ein Ding, wir werden erschossen. Auf Überlebende wird nochmal geschossen. Lull. Ja, aber knapp. Schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt habe ich mir jetzt nicht das Ziel vorgenommen. Aber schauen wir mal. Ähm, wenn's... Wenn, dann wäre gut. Das war es so ein geiles Game. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, dann mal los. Ähm. Benutze ich das Jackgewehr auf? Warte mal. Ja, eigentlich schon. Aber die Pump kann man benutzt nicht öfter. Ähm, Nachleidtempo. Wirst du Teil 2 auch zocken? Ja. Aber, ähm, nächstes Jahr erst. Mehr Reichweite? Ähm, ja. Ähm, lass ja. Aber verbessern wir aber irgendwas. Hauptsache besser. Ich würde ziemlich sehen, man kann das Spiel auch durchspielen, ohne irgendwas zu verbessern. Aber, ähm, ja. Ja. Digga, wir haben voll viele Teile. Wir können voll viel verbessern. Ah, wieso dauern die Animationen so lange? Oh, alter. Eigentlich ist voll krass. Selbst diese Animationen sind voll durchdacht, ey. Voll crazy eigentlich. Ähm, nochmal Nachleidtempo. Why not? Sehr gut. Ja, du stoß mal entweder, ich mach einfach. So. Hm. Hier kann man auch noch, obwohl, warte, doch, ich glaube, ich wäre besser als Jagdgewehr. Den Bogen werde ich nicht so auch verwenden. Digga, die Sache ist so Upgraden, dauert schon seine Zeit, ne? Junge. Äh, Zielfer... Oh. Das ist geil. Zielferndro? Geil. Ja, so ein Jagdgewehr wäre schon cool irgendwie. Kann man sich gönnen. Denk ich mal. Okay, war's das? Zwei Jahre später. Okay. Ja, na gut. Ich bin zufrieden. Digga. Wir haben mal zwei Jahre gedauert. Was ist da los? Ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Das müssen wir. Hey, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Bei den echten Zombie-Equenzen wäre ein richtiger Bogen OP, weil du damit Pfeile wiederverwenden kannst. Ja, aber du musst jetzt zum Zombie rennen. Ja, stimmt schon. Warte mal. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Okay, dann nehmen wir mal den Bogen. Das weiß ich, aber ja, ist halt, ich mag keinen Pfeiler-Bogen. Aber macht schon Sinn, was du sagst. Obwohl, theoretisch kannst du die Kugeln auch wieder aufheben. Ist halt eklig, aber könntest du. Das ist Wahnsinn. Was, ich kann pfeifen. Lull. Habt damals schon der Lasse was bei dir gesehen 2013 oder 2014? Äh, ja, aber da war es noch nicht Remastered und in dieser Qualität. Ich meine, jetzt hilfst du es mal rein. Und das ist so ein Spiel, das wird... Ich weiß nicht. Das wird auch noch in 20 Jahren... Oh nein. Oh, nee. Nicht hier lang, bitte. Bitte nicht hier lang. Schon ein bisschen nervig. Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine. Goldlachspilze. Scheiße. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Ah. Hier gibt es nichts. Gehen wir weiter. Oh mein Gott. Die gehen da lang. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen knapp. So ein bisschen nur. Ich glaube, sie sind weg. Ja. Geschossene Kugeln. Geschossene Kugeln kann man... Nicht wieder benutzen, weil sie aus der Höhle entfällt. Achso, ja, macht Sinn. Stimmt. Das macht Sinn. Das macht sehr viel Sinn. Das macht uns Lebensmittel. Korrupte Schweine. Ich glaube, ich würde mich immer verziehen und dann im Wald leben oder so. Obwohl ich jetzt sage, wir sind wahrscheinlich auch Zombies. Ihr sterbt, bevor wir verhungern. Ja gut, ich muss also sagen, ich kenne mich mit Waffen eigentlich gar nicht so gut aus. Ich müsste mich eigentlich besser damit auskennen, obwohl... Ich habe halt nicht vor, jemals eine Waffe beim Leben zu verwenden. Oh nein. Also eigentlich könnte ich eine Ahnung von so... Ja, Sachen haben, aber... Oh, gleich ist drei Stück. Ich habe nicht die beste Munition. No. Digga. Bin dann fertig, machst du mal eine Roomtour? Glaube ich irgendwie nicht. Keiner bemerkt das. Voll traurig. Glaube ich nicht, wenn ich eine Roomtour mache. Mach schauen aber. Ich versuche mal ein bisschen Stealth rein zu integrieren, weil... Munitionsprobleme und so. Hm. Ein bisschen problematisch... Ah, da hinten ist jemand. Noch jemand? Versuchen wir ein paar heimlich zu töten. Für Ausgelichenheit, aber ich werde es nicht jeden heimlich töten. Ich würde dann eher ein Setup-Tour machen, aber damit bin ich auch nicht zufrieden von meinem... Also schon zufrieden mit meinem Setup, aber... Ich meine, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wortwürdig vier Monitore habe. Eigentlich cool. Können wir einfach weitergehen, oder... Ich bin mir doch nicht sicher, ob wir die alle töten überhaupt müssen. Ich glaube nicht. Ich stelle mich trotzdem hier um. Einfach nur weil darum. Okay, woher der Gegend? Man kann ja ein bisschen Loot finden. Oh mein Gott. Bye-bye. Wieso ist der... Der sieht irgendwie so gelblich aus im Gesicht. Ich glaube, der hat kein gutes Essen gegessen. Der Bruder. nicht so laut. Okay. Ähm... Weiß nicht, ob wir hier noch was finden können. Wahrscheinlich ja. Da hinten ist jemand. Ich glaube, die looten diesen Ort auch. So, nächster. Überraschung. Ist er auch so gelblich? Keine Ahnung. Er hat mir einfach nichts fallen lassen. Ich höre Schritte. Oh, das sind Pfeile. Oh mein Gott. Hallo Salzmann. Mir geht's gut. Und dir? Bisschen am Fokussieren gerade. Man darf die Gegner nicht... Also, man darf sie nicht unterschätzen. Die, äh... Sind gar nicht mal so dumm oft. Okay. Oh nein, das war aus Versehen. Ich schwöre, das war aus Versehen. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich Bogen benutzen. Yo. Das war so blöd von mir. Oh nein, der hat eine Pumpgun. Oh, nee. Scheiße. Ja. Hey, du bist noch zu jung, um Scheiße zu sagen. Du sagst Kacke oder... Mist oder irgendwie sowas in der Art. Nein, ich bin tot. Oh mein Gott. Wow. Sein Kopf ist abgeflogen. Habt ihr das gesehen? Das war richtig brutal. Ey, erst mal ist Jacke, wer testen. Hä? Er lebt noch. Noch zwei mehr, oder was? Oh mein Gott, die auch noch? Ach, du Scheiße. Hä, er lebt noch. Nein. Okay, das ist gar nicht gut. Wow. Muss der letzte sein, oder? Digga. Noch einer? Oh mein Gott. Hier sind echt viele. Zwei noch? Oh nee. Niemals. Oh nee, der Stofflinde. Nein. Ich bin tot. Oh, Digga. Der Typ mit dem Stofflinde ist echt gefährlich. Aber komm, ich spawn wieder hier. Alles gut. Gib mir mal den Bogen, Digga. Nein, ziel doch. Du hast ehrlich, mal, okay. Das kann nicht mehr. Das wird so nix. Digga. Pumpkanne her. Ich würde sagen, wir heilen uns mal. Das war echt knapp. Ich glaube, das war doch der letzte. Hinter den Regalen. Boah. Schon ganz schön brutal. Digga, das sind so viele. Nein, nicht so wieder. Digga. Nein. Boah. Noch einer? Laber, kein Sch... Ey, Digga, jetzt ist mal gut. Das jetzt ist mal gut, Alter. Okay. Bleib cool, Mann. Immer mit der Ruhe, okay? So, das war jetzt aber wirklich der Letzte. Das war verdammt knapp. Boah, die ist echt stark gewesen. Meine Güte. Die Hand ist in der Werbung uns und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe? Das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Ja, Mann. Crazy. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Wir halten uns mal nochmal. Das war auf jeden Fall die Schwierigste gegen ihn bis jetzt, muss man einfach mal so sagen. Okay. Immerhin, oh, ich hätte mich auch so heilen können. Stimmt. Nachher, ja. Riegel liegen überall rum. Man kann sich auf jeden Fall auch so heilen. Okay, da ist eine Tür. Wahrscheinlich nur mit einem Messer öffnen, aber, ja. Öffnungsbar, was? Wie sagt man das nochmal? Öff. Ja, man kann es nur mit einem Messer öffnen, so. Okay, das war es wert. Sehr schön. Oh. Okay. Schon eine coole Gegend. Messer können wir wieder verbessern. Öffner. Lass uns alle auf Englisch wechseln, Leute, ist eh besser. Oh. Was für ein dummer Witz. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen. Haben Sie auch mal geritten? Toll. Verstehe. Verstehe ich nicht. Hä? Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Hahaha. Oh Mann, jetzt hab ich Hunger. Aufmachbar. Genitiv ins Wasser. Oder so. Papierst du den? Natürlich nicht. Ich war süchtig nach Seife. Jetzt bin ich Klee. Den kannte ich noch gar nicht. Ich würde, es gibt sogar Leute, die sich nach Seife sind. Also, weiß ich sogar. Also nicht, dass ich jemanden kenne, der das ist, weil ich bin ja nicht komisch, aber gibt's auf jeden Fall. Ja. 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 und so, um Munition zu sparen und so, aber es ist halt nicht so einfach, ne? Mal sehen, wo sie hinführt. Äh, okay. Ich bin verloren. Ali ist so niedlich einfach, ne? Also, wir haben es geschafft. Runter, 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 runter. Okay. 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 Könnte Marvel-Film sein. Starlight. Hat Marvel-Film, der Starlight heißt bestimmt, oder? Ja, ja, ich mach ja schon. Kann ich dir auch tauchen? Warte, wie taue ich nochmal? Mal sehen, wo das hinführt. Geht auch bestimmt, oder? Oh. Wie taue ich denn nochmal? So, nicht? Okay, ich glaube, hier kann man nicht tauchen jetzt. Schade eigentlich. Wäre cool gewesen, bin ich ganz ehrlich. wie alt ist? nee, sie hatten noch nie Gelegenheit, um Schwimmen zu lernen, ne? Kein Wunder. Kein Wunder. Na los! Na los! Digga! Will sie ja mal aufsteigen, oder nicht? Meine Katze, braucht Aufmerksamkeit. Hier kriegst du deine Aufmerksamkeit. Gucci, Gucci, gu, 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 gu. Okay, aber nicht kratzen, bitte. Danke. Nicht kratzen, das ist ganz böse. Juckt sie nicht. Das bret so hin wie die. Ja, ist ja gut. Gut. Auf Anfang dachte ich, wirklich meine Katzen wären die süßsten auf der Welt, aber ich habe noch andere Katzen gesehen, die auch sehr süß waren. Leider. Aber ich glaube, jeder findet seine eigenen Katzen am süßsten. Hä, wieso geht es hier so hoch? Hm. Oh, sie geht auf meinen Schoß. Wie niedlich du bist. Richtig süße Katze bist du. Und jetzt geht sie wieder runter. Ich gehe mal erst zurück. Dann zeigt sie ihren Teufelskratz. Was? Ja, sie könnte auf jeden Fall Teufel sein, ja. So Katzen können es schon echt. Meine mögen es gar nicht, festgehalten zu werden. Das steht fest. Aber ab und zu muss man ja kuscheln. Ich meine, wieso hat man sonst Kassen gekauft, oder? Wenn nicht zum Kuscheln. Nein, ich hoffe, es ist einfach da zu haben. Welche Rasse ist deine Katze? Britisch-Kurzhaar. Oh, wie das stinkt. Ja, verfautes Holz. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja, andauernd. Und, was hast du bestellt? Nur, nur Kaffee. Ja gut. Was soll man auch in einem Café bestellen, oder? Obwohl, man kann auch Kuchen essen. Wenn nicht variiert. Das werden wir sehen. Du hattest doch schon damals ein Let's Play von The Last of Us, oder nicht? Ja, aber es hat ja... Oh, sie ist so süß. Ja, wie süß bist du denn? Wow, Edel. War da noch etwas für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Ich feier dich. Du bist eine respektable Katze, Mann. Ja, ich hatte... Habe ich schon erklärt, Leute. Ich will mich nicht zehnmal erklären. Habe ich das schon erklärt. Dass das, äh... Habe ich eigentlich in diesem Dings... Oh, nein. Okay. Ups. Wo finde ich den Code? Ich brauche einen Code, Mann. Ja, das war genau die alte Version. Habe ich auch schon erklärt, also. Okay, ich will den Code finden. Nur wo? Nein! Kein Bock mehr. Ohne Scheiß, kein Bock mehr. Er wirft immer die Sachen... Ach, was soll's. Eigentlich wollte ich es auch in 4K hochladen, aber es geht überhaupt nicht, weil... mein Internet kommt erst morgen an. Und ich will mir immer nur überlegen, ob ich vielleicht bei 4K doch ein bisschen zu perfektionistisch bin. Ob man das halt wirklich braucht. eigentlich finde ich es schon richtig geil. Man muss doch sagen, es ist ja zeitintensiv, ne? Kann ich da draufklettern vielleicht? Warte mal. Da ist bestimmt irgendein Code mit... Ja. Irgendwas mit der Leiter wird's zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ihr denkt, 4K ist, ähm, ob ihr... Ja, 4K ist schon geil, aber... Könnte ich auch machen, aber es ist halt sehr zeitaufwendig, sagen wir mal so. Also viel, viel zeitaufwendiger als... nicht 4K. Leute, die es benutzen, freuen sich. Ja. Stimmt schon. Aber nur die Leute, die es benutzen, ne? Das ist quasi das Ding. Okay, ähm... Okay, wir lochen die Leiter sowieso. Aber hier muss doch irgendwo... Digga, meine Katze, was ist denn heute los? Heute ist sie viel aufmerksamkeitsbedürftiger als sonst. Das ist irgendwie crazy. Ja, ich find's auch geil, wie gesagt. Ich... Ich werd's wahrscheinlich nicht wieder machen in 4K, wenn das Internet da ist, weil dann hab ich ja 300.000 Uploads oder so. Egal ob 4K oder 10K. Ist in ein paar Minuten hochgeladen. Und jetzt doch. Ist halt schon geil. Okay. Okay. Digga, was bist du so süß. Uiuiuiuiuiuiuiui. So, Leute, wenn meine Katze eigentlich hab. Doch jeder kann's benutzen und es lohnt sich auch für Leute, die keinen 4K-View schauen. Ich lass das aber einfach nochmal aus morgen, wenn mein Internet da ist. Aber es hat ja seine Gründe. Auf Twitch kann man ja auch nicht... Äh... Ja, auf Twitch kann man ja auch nicht irgendwie auf 4K streamen. Wieso nicht? Hat schon alles seine Gründe. Na? Digga. Keine Waffe. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann man theoretisch aber auch. Da macht halt das Internet nicht mehr mit. Ah ja, stimmt. Das haben wir auch viele. Das Problem, ne? Ja, aber irgendwann ist ja auch, muss man sagen, 4K-Normalität. Und irgendwann wird Twitch auch nicht rumkommen. Oh. Und wo kommt der denn bitte? Irgendwann wird Twitch ja nicht rumkommen. Die müssen ja auch 4K-Normalität erlauben. Weil dann 1080p... Ja. Du hast deine Fähigkeit... Was? Du kannst deine Fähigkeit verbessern im Inventar? Oh, danke. Habe ich voll vergessen. Danke sehr. Digga, was ist mit meiner Katze los gerade? Chill mal dein Live, Bruder. Du bist zwar süß, aber... Digga. Danke. Habe ich irgendwie nicht gewusst. Oder vergessen. Oder irgendwie so. Hä? Was ist mit diesem Glas los? Sieht ja voll weird aus, oder? Nicht nur für den Endverbraucher. Twitch hat keine undliche Brandweite würde sich nicht lohnen für Twitch. Ja. Okay. Ja, gut. Auf YouTube wird es ja sowieso auch schlechter, ne? Digga. Ohne Scheiß, Leute. Okay, du musst weg. Du kannst hier nicht mehr bleiben. Du bist eine böse, böse Katze. Nur ein Spaß. Okay, wir haben wir. Du bist jetzt aber wirklich weg. Weiß ich... Sie benutzt meinen Arm die ganze Zeit. Ja, es wird irgendwann eingeführt. Ja, ja, doch, doch. Also irgendwann wird es auf jeden Fall eingeführt. muss, muss, muss. Und natürlich werde ich dann noch im VK streamen. Aber ja, ich denke, ich habe erstmal genug investiert. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, meinen Kühler nochmal zu verbessern. Einfach nur, um komplett sicher zu gehen. Aber das war auch wirklich das Einzige, worüber ich noch nachgedacht habe, das zu tun. Oh. Ist hier jemand? Digga, meine Katze ist wieder zurück. Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott. Was für ein Psychopathen-Katze, Alter. Bist ein Psychopath, oder? Bist du anhänglich, Mann? Weißt du nicht, wie eine Beziehung funktioniert? Mit so viel Anhänglichkeit geht sie kaputt, Mann. Ich brauche auch meine, meine, meine eigene Zeit, weißt du? Kannst nicht immer einfach. Genau. Siehst du, ich war schon wütend. Ist ja egal. Ähm, ich weiß halt nicht, woher ich ranne. Und wo ich schon war, wo ich noch nicht war. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Äh, von wo komme ich überhaupt? Diese Gegend ist irgendwie verwirrend. Ah, hier sind Sporen. Wieso nehme ich keine Maske? Kennt ihr der Beziehungsexperte? Wo sind die ganzen Gegner? Oh. Wir haben sie gefunden. Hattest du nicht mal einen Hund? Ja, für eine kurze Zeit, aber nur. Aber Katzen finde ich auch besser. Auch wenn sie gerade hier wirklich einfach neben mir sitzt. Das ist einfach... So anhänglich ist sie selten. Obwohl, mittler... Also... Mittlerweile ist sie sogar öfter so. Muss ich sagen. Eigentlich süß, aber... Oh nein, hier muss alles miterleben. Was? Wir sind voll mit Struff und Munition? Ach du Scheiße. Das ist krass. Da sind noch zwei. Was denn? Okay, ich nehme doch lieber das hier. Besser. Wo seid ihr? Ihr miesen Arschlöcher, hä? Okay. Nächster. Aber die leben eigentlich noch, ne? Ich glaube, die fallen nur in Ommacht. Oh, nice. Danke für die Munition, Bruder. Weiß ich voll zu schätzen, Mann. Ah, da hinten zwei da. Oh mein Gott. Das ist krass. Eigentlich voll die coole Stelle, so an einem Hotel. Eigentlich voll cool. Wenn ich lieber nachdenke. Ich weiß halt noch nicht, wohin ich überhaupt soll, weil... Ja. So, der nächste. Der nächste Bruder. Die müssen in Ommacht fallen, weil wenn sie sterben werden, dann müssen sie ja die Zombies werden. Stimmt. Ach, werden die... Aber die werden ja nicht zu Zombies, ne? Außer irgendwann. Außerdem wird man ja nur zu Zombies im Last of Us Universum, wenn du gebissen wirst. Bei The Walking Dead war es, ich glaube so, ich habe jetzt nicht alles geschaut, aber... Da war es ja so, glaube ich, am Anfang, dass... Egal. Wenn du stirbst, bist du zum Zombie. Das ist das Krasse. Das ist gruselig. Nicht... Also, ich finde es... Richtig gruselig, wenn jemand nicht gebissen wurde und der wird zum Zombie. Da finde ich es besser, wenn man... Gebissen wird, dann zum Zombie wird. So, Buddy. Du bist der Nächste. Oder war es nicht so? In The Walking Dead war es doch so, oder? Ich glaube, es war so. Aber ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Ich werde es doch wahrscheinlich nie zu Ende schauen, wahrscheinlich. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Mal schauen. Wer weiß, vielleicht... Irgendwann... Ja, in The Walking Dead dachte ich, das... Dachte das und das war es auch... Ach so. Ne, ich glaube, in The Last Wars ist das nicht so. Das ist halt das Coole. Das heißt, wenn du Zombie-Sachen machst, du kannst sie immer unterschiedlich machen. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich da übersehen habe, aber es könnten schon ein paar Sachen sein. Weil... Ja. Ich da einfach durchgesprintet bin. Obwohl, nein, ich habe mich schon umgeschaut, aber es war sehr kompliziert hier, die Gegend. Ähm... Hm. Oh. Nein. Nein. Okay. Knapp. Sehr knapp. Ich glaube, jetzt ist jeder tot. Hoffe ich mal. Du musst die Treppen hoch. Oh mein Gott. Treppen nach da. Wird einem so gesagt, lol. Lustig, lustig, Leute. Stairs nach links? Hm. Ja, du hast recht. Hätte ich nicht gedacht, aber irgendwie cool. Ja, eigentlich voll das geile Szenario, ey. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Okay, cool. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Okay, Leitern klettern. Ich bewerte das Leitern klettern. Mal sehen, wo wir landen. Ja, oh, befriedigend. Zehn von zehn tatsächlich. Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Zehn von zehn Leitern klettern. Oh, oh. Gar keine gute Idee. Na los, willst du? So, mehr was zum hochklettern. Okay, los geht's. 2013 ist das schon sehr gute Animation. Ja, man muss auch sagen, dieses Spiel ist seiner Zeit komplett voraus, ne? Also komplett voraus. Kann ich verstehen. Nein, 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 nein. Das Spiel ist einfach ein Todesmeisterwerk. Digga. Wie gibt's nur ein Unterwassermonster? Ich glaube, sowas gibt's aber nicht. Werde lasst du was? Kann ich mir nicht vorstellen. Und um zum Thema nochmal 4K zurückzukehren. Ich spiel hier auf 4K, also... Ihr seht's nur nicht in 4K. Das ist das Ding. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so. Okay. Aber ich hab davon auf jeden Fall was, in 4K zu spielen. Also... Für mich macht das einen... Weltenunterschied. Kann ich hier tauchen, oder was? Nee, ne? Seht nichts denn raus. Hä? Wohin soll ich denn dann? Kann ich hier rüberklettern? Ach so, das geht auch. Cool. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Ach so. Oh, wow. Hallo, hab Schule. Okay, wie kann ich nochmal tauchen? Ach so, okay. So wie man sich duckt, dachte ich mir schon. Ja, viel Spaß. In der Schule. Ich hab letztens so ne... So ne Frau hat sich irgendwie als... Kindergärtnerin... Ausgegeben. Die sah voll jung aus irgendwie. Die war 30 oder so. Und... Ist nochmal in der Schule heimlich gegangen. Also... Sie hat sich das jemand anders ausgegeben. Und da hab ich mich gefragt, wozu? Wieso macht man sowas? Wieso geht man freiwillig nochmal zur Schule? Auf jeden Fall ist das ne große Strafe in Amerika oder so. Keine Ahnung. Digga, ich hab so viele Schuffenmunition. Fennepad 1, einfach so heftig. Hab es damals, als ich klein war, dreimal gespielt. Ja, das kannst du auch fünfmal spielen, das Spiel. Glaub mal. Kann man schon sehr oft spielen, auf jeden Fall. Ja. Ducken auf jeden Fall nicht. Was soll ich machen? Auf PS3 und zweimal auf PS4. Ja. Ob es ein Last of Us 3 geben wird? Bestimmt, ne? Das wird natürlich ein richtiger Boom, ey. Weil diese Spiele verkaufen sich halt auch so krass gut, ne? Erstmal kommt der Last of Us 2 Remaster. Digga, irgendwie, äh... Keine Ahnung, was ich machen soll. Oh, vielleicht kann ich hier tauchen, weiter mal. Obwohl, ne, das macht auch keinen Sinn, ne? Ja, von hier komm ich doch. Ja, von hier komm ich. Es wurde bestätigt, man weiß nicht, wann es kommt. Okay. Achso, man kann hier aber hochklettern. Bin ich ein Trottel? Ne, kann man nicht. Hochklettern kann ich hier auch nicht. Wollte ich hören, wie ich da weitergehe, Alter? So eine mobile Gegend. Da oben. Es müsste mehr Trips geben in dem Spiel, bin ich ganz ehrlich. Oder da, hinter der Tür. Ach, da. Nee. Tauchen? Aber ich hab doch schon getaucht, oder? Schwimme über Wasser bis unter Wasser. Hä? Achso, das war... Ich dachte, ich bin durch Tauchen hergekommen. Okay, warte. Ich hör nochmal Luft. Komme ich nicht von hier? Da haben wir doch diese Leiche gesehen. Oder ist das, äh... Nee, ich glaub, hier waren wir noch nicht. Ah, oh, Mann. Okay. Bist du da auch? Ja, deswegen war ich verwirrt. Irgendwie, hä? Nochmal, Tau? Oh, Mist. Oh, nee. Da hab ich keinen Bock drauf. Auf Ratten. Will jetzt nicht lügen, Leute, aber ich bin jetzt nicht der größte Rattenliebhaber. Da hab ich auch letztens Video gesehen, wo irgendwie... Das war so ein Restaurant. In Japan. Da haben die gegessen. Und dann kam einfach eine Ratte. Aus der Decke runtergeflogen. Oh, yo. Schon wieder ganz vergessen, Horrorspiel, Liga. Schon wieder ganz vergessen. Okay. Oh, no. 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 Ach, du Scheiße. Nein. Okay. Nein, 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 Digga. Okay, das ist jetzt ein Witz, oder? Alter. Digga, der Große war auch dort? Oh, no. Oh, no. Oh, my God. Aber kann ich das nicht ignorieren? Natürlich nicht. Und wo kommt der jetzt, der Große? Oh, no. Okay. Okay, Lauf. Nein, ich bin voll stark. Der ist noch nicht tot? Ich bin tot, aber. Okay. Digga. Schlimmste Stelle im Spiel. Voll schwierig. So finde ich zumindest. Digga, wie bist du nicht tot durch den Stoffenschuss? Ich überlege, ob ich mein Jagdgewehr benutzen soll. Obwohl. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Oh, Mann. Ah, Mann. Molotov-Cocktail? Digga. Okay. Das war so klar. Das war so klar. Ich weiß, ob ich noch schlimmer kommen kann, aber das war es schon echt nicht ohne. Gestörter Typ, Mann. Hallo. Hallo. Ich erwarte viel Loot. Okay. Ich glaube, ich heile mich mal lieber. Okay, war das der, äh, der große Zombie oder was, der Typ? Nutzt es das überhaupt zu heilen? Eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Darf ich mir lieber einen Riegel, glaube ich. Nein, 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 nein. Okay. Spielst du auch schwer? Nein. 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 Wurde, dass ich den Stuhl nicht bewegen kann. Okay, wo soll ich jetzt lang genau? Oder ist das gar nicht? Ich glaube, das ist gar nicht die Stelle, wo man lang muss, ne? Ich glaube, man muss noch unten bleiben. Habe ich das Gefühl. Obwohl. Oh. Das hat mich irgendwie voll an Stranger Things. Keine Ahnung, wieso. Ich habe noch mal auf der selben Zeit raus, oder nicht? Stranger Things. Wieso geht es da jetzt runter? Ich gehe mal erstmal hier lang. Digga. Ach so. Revolver. Ja, stimmt. Soll ich jetzt mal runter gehen? Ich gucke gerade. Ich glaube nicht. Nee. Scheiß drauf. Ich würde sagen, wir haben genug Munitioner. Ja, was ist eigentlich mit Ellie los? Die ist ja die ganze Zeit alleine, die Alte. Armes Mädchen. Der Bogen ist irgendwie so richtig unnötig in dem Game. Ich hoffe, der wird noch mehr Sinn haben. Dann mal los. Das wäre irgendwie cool. Ah. Ah ja. Verbessern wir mal den Evolver. Aber irgendwas. Halt ja mal in dieser Animation schon. Bei diesem Sachen verbessern. Das ist halt echt krass, ne? Das ist halt crazy. Irgendwie auch die Soundeffekte und alles. Das ist halt schon geil. Der Punkt ist halt nur, wenn man es lautlos machen will. Ja gut. Begadet ihr doch verbessert vielleicht? Klar. Der Joel braucht immer so Ewigkeiten. Erstmal den, Mann. Noch was? Oder? Geht überhaupt noch was? Oder nicht? Ich glaube nicht. Nee. Ich sehe schon. Okay. Hatten wir auch geschafft. Das sieht gut aus. Ja. Ah. Cool. Lass mal sehen, ob wir vielleicht noch hier... Soll ich sparen für Fertigungszeit? Ja. Machen wir mal. Kann net schaden. Wer denn? Es kommt doch mal so ein Blauder, Alter. Ah. Natürlich. Hä? Na los doch. Erwischt. Gut gemacht. Gebissen? Heute nicht. Du? Da drüben. Ich habe keine Lust jetzt auf. Obwohl, lass mich mal einen Bogen probieren. Das wäre irgendwie witzig. Witzig, witzig. Obwohl, Bogen ist halt... Ja, Alter, Liga. Wie scheiße ist das bitte? Ach, die sterben sofort mit dem Bogen. Aber doch kein Scheiß. Hä? Okay, dann ist es doch besser als gedacht. Lädt halt irgendwie zehn Jahre nach, aber... Gut. Okay. Aber die Zombies hat ja nicht alle sofort getötet. Wo ist er? Ach, da hinten. Okay. Na gut, dann... Habe ich ja noch Zeit, mich hier umzuschauen, ne? Nein, der hatte... Der hatte Pumpgun. Ja, aber doch nicht. Der hatte ich nach. Voll dumm. Okay. Cool. Wenn man den Bogen verbessert, ist er sehr OP. Probiere ich es auf jeden Fall mal. Weil ich glaube, er hat bestimmt guten Zweck. Trotzdem wird ich wieder auch buff, dass das Spiel 2013 rauskam. Digga. Crazy. Hä? Was, nochmal kann er nicht reinspringen? Gut, das wäre auch dumm eigentlich. Oh, wie komme ich denn jetzt hoch hier? Da oben ist was. Ah. Wusste ich doch, dass ich irgendwas übersehen habe. Und meistens kann man die Leiter noch woanders verwenden. Okay, in dem Fall nicht. Ich kann mich alles gar nicht, gar nicht, gar nicht mehr erinnern, bin ich ganz ehrlich. Ach, was für ein Wichser. Digga, ich stücke doch, Digga, ZF. Was soll ich denn noch machen? Digga. Digga. Gib ihr eine Waffe, Mann. Gib ihr eine Waffe. Ich bin auf das, was ich sage. Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wäre es mit... Hä, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wäre es denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Oh, oh. Oh, oh. Aber er, sie hat recht. Äh, ich meine, er... Ich denke, er war gestorben dort. Und da Joel nicht sterben darf, weil er ein Hauptcharakter ist, das wissen wir auch alle, oder Leute? Genau, ne? Wir wissen ja, dass Joel nicht so sterben kann, denn er ist ja ein Hauptcharakter. Und das wäre richtig dumm, Hauptcharakter sterben zu lassen. Also, finde ich, deswegen war ja klar, dass irgendwas passieren musste, dass er natürlich nicht stirbt. Ich will ja verstehen, was ich meine. Ach, Mann. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Ich hasse das. Joel sterben zu lassen, wäre halt echt dumm. Deswegen hat er da überlebt. Okay. Okay, let's go. Geh mal den Devolver her, Bruder. Feier ich den Devolver. Ich glaube, das war's jetzt für das Hotel-Arc. Oh, war aber ein schönes Hotel. Okay. Hallo, Jägermeister. Sie ist immer noch zicke, ich verständlich aber. Mir geht's gut. Ich hoffe, wir die auch. Alter, ist echt schön. Seid ihr, Lars sowas ist vielleicht auch keine realistische Grafik. Nicht mal der zweite Teil. Also, ich find's schon nicht unrealistisch, das mein ich nicht, aber es hat so ne, trotzdem so ne Gaming-Grafik und ich liebe das. So, man sieht aber immer noch, es ist ein Spiel. Für mich müssen Spiele gar nicht so ultra-realistisch aussehen. Gastes Hotel war nicht so ähnlich in einem Film. Das kommt mir so bekannt vor. Bestimmt. Bestimmt. Vielleicht in der The Last of Us Serie. Hat jemand von euch geschaut, die The Last of Us Serie? Also gut. Ich springe da runter und mache den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Was tust du? Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Oh, gib dir gelässt ein Gewehr. Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip? Nimm es hoch. Also gut. Du lindst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Serie war sehr gut, sehr gut. Ich hab nur die ersten vier Folgen gesehen. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger hab, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Ja. Das war richtig knapp. Aber trotzdem kein Danke. Habe ich jetzt eigentlich mein Jagdgewehr gegeben? Nö. Hä? Hä? Sie sind tot. Sie sind alle tot. Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle. Mist. Weiß es der Boss? Ja. Stimmt. Gleich hier. Oh. Mal weiter, Grat. Kein Bock zu warten. Nein. Ah, Mann, 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 Mann. Da sind noch mehr, oder? Oh, ich hab kaum Leben mehr. Kurzes Heilen wär nicht schlecht. Ja, los, ich gebe Deco. Okay. Attacken. Oh, mein Gott. Toten. Geht doch. Boing. Oh, mein Gott. Ich liebe das, mit dem Schubel zu machen. Lieblingsbeschäftigung einfach. Zeig dich. Sehr gut, Ellie. Digga, Ellie ist voll hilfsreich, Mann. Feier ich voll. Digga, von da oben sogar. Oh, das war ein guter Headshot. Mann. Oh, nein. Bitte nicht. Nicht abfackeln, das geht zu weit. Digga. Boah. Nee, das kann man nicht heimlich machen, Alter. Oder man hat sehr lange Zeit. Geht mir Deckung. Ich geh hier ran. Okay. Das ist aber, dass die so rangehen und so. Das macht die irgendwie voll intelligent. Keine Ahnung. Oh. Scheiße, Digga. Digga, ich hab ihn nicht... Und ich erwähne es sogar noch. Wie ist dieses Spiel so schwer, Mann? Das ist schon nicht leicht, finde ich. Man kann auch nicht immer auf Headshots warten. Wohl könnte man schon, vielleicht, aber... Okay. War es das jetzt oder nicht? Okay, ihr könnt kommen. Gott sei Dank. Und wir gucken. Ich bl켜. Ich Africa kann einfach... Ich gehe sie nach. Ich bin... Ich bin... Ja, ich bin... Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Ja, würde ich artig nicht verdient. Ah ja, stimmt. Wieso nutze ich das Jagdgewehr eigentlich nicht? Oh, nicht so schlau, ne? Ich wüsste es nicht. Okay, ich vertraue einfach mal, dass sie weiß, was sie da tut. Okay. Cool, cool. Kann das jemand von euch? Oder kann man nicht der einzige auf der Welt, der das kann? Ich glaube, ich bin der einzige auf der Welt, oder? Du bist der einzige. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ist hier noch was? Ne. Gut, dann gehen wir weiter. Beginnt richtig interessant zu werden. Ich kann mich ab hier auch gar nicht mehr erinnern an das Spiel irgendwie. So gar nicht irgendwie. Ist wirklich crazy. Okay, let's go. Warte. Oh, scheiße. Hast du schon mal durchgespielt? Ja, ich weiß, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Hast du jemand vor, Red Dead 2 zu spielen? Du meinst Red Dead Redemption, ne? Ich denke ja, aber ich weiß noch nicht wann. Das ist ja noch länger, das Spiel, als du lasst was, oder nicht? Ziemlich sicher, dass es noch länger ist. Was geht da, Radnam? Heavy. Das ist nur für Loot, oder was? Das sind nicht die... Ah, 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 ah. Auch ein sehr geiles Game. Ja, ja, Red Dead Redemption 2 ist legendär. Würde ich gerne mal machen, in PK. Schaue ich mir mal an, denke ich. Schaue ich mir mal an. Am liebsten hatte ich ja jemanden, der einfach die Videos für mich macht und hochlädt. Aber es kostet alles Geld und ich will kein Geld ausgeben, weil ich kann das halt auch selbst, das ist das Problem. Aber es war schon cool, weil dann würde ich halt mehr Zeit haben für bestimmte Sachen. Das ist schon mal Doom gespielt. Ja. Aber nie zu Ende oder so. Das wird uns helfen. Ja, Doom ist schon auch ein geiles, geiles Spiel. Das weiß ich. crazy. Ja gut, die haben es auch verdient, erschossen zu werden, weil wenn die jemanden so eiskalt schießen dann musst du ja selbst in der zombie apokalypse in gestörter sein ja man redet redemption mann ohne scheiß es gibt kein spiel was diese teils die redet redemption hat also zwei teil vor allem es ist schon richtig krass also habe ich auch noch nie gesehen wirklich ich habe ja so ein paar vergleichsvideos geschaut es ist so krass das spiel zu sachen die du gar nicht einfügen musst musst du gar nicht aber auch das feuer sieht da so geil aus und ich kenne es nicht von der story her aber es ist schon krass aber bevor wir das spielen wenn ich mal geht der fünf spielen bei gta 4 und gta 5 habe ich nicht gespielt in dem schock muss eine ganze armee sein wir haben die es geschafft die crew da drüben auszulöschen nein 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 die idee jetzt wissen dass ich hier bin oder was nein das ist ja andreas ja habe ich auch nicht durchgespielt du musst trotzdem was anbleiben ich frage mich wie gta 6 noch realistisch sein kann das ne wird nicht sein glaube ich aber ich glaube die die also deswegen ist gta 6 ja so hype weil die halt so unnormal viel das spiel ist halt eins für die nächsten 20 jahre wahrscheinlich und es wird seiner zeit wahrscheinlich auch wieder voraus sein vielleicht nicht grafik technisch weil da zum spiel allen wake 2 sieht ja auch so gut aus aber ja es wird auf jeden fall seiner zeit voraus sein das weiß ich also bei weitem ich finde gta 5 ja immer noch zeitgemäß auf dem pc vor allem ich finde das sieht immer noch aus wie ich kann das spiel keine ahnung kostet gta 6 nicht 100 euro das weiß ich doch nicht wie teuer es sein wird wahrscheinlich der luxe edition vielleicht oder so also zu stellen ich so 80 euro kosten oder so denke ich mal ich glaube wir haben den boss gefahren das ist ein eindringling ihr verdammt nein 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 ich hoffe ok dick oh ellie ach du scheiße beste idee ellie die waffe zu geben so ne scheiß ich meine grafik ist auch gar nicht so wichtig bin ich ganz ehrlich so es gibt spiele die also ich glaube grafik juckt auch gar nicht so viele leute also ich genieße es schon sehr jetzt mit die pk aber jetzt mal abgesehen davon ja weiß nicht mehr brauche ich jetzt auch nicht warum beantwortest du unsere fragen nicht was redest du da ich lege wortwörtlich fast alles vor außer etwas was ich nicht beantworten will ja ich habe gerade irgendwas gesehen außerdem wenn ich richtig fokussiert bin dann kann ich meine sekunde nicht in den chat schauen ist halt so assassin's creed 3 ja auch noch weiteres genre oder nicht genre aber habe ich nie gespielt blanco danke für die kreedings anfitz wie findest du den namen elias gefällt mir nicht mein liebings name oder so aber ist ganz gut ne weißt du ja immer was jagt gewährdiger was du ich da bin ich aus versehen geschossen oh gott er liegt tut er es bevor es er liegt oder einfach so so wo ist der typ jetzt tot benutzt das zielfernrohr heavy habe ich doch oder wie benutzt man das denn ich weiß ja nicht wie man das benutzt ich ziele und er benutzt es nicht ich sagte ich benutze es schon weil ich mehr rein zoome oder nicht oder sie ich dachte mir auch dass anders aussehen könnte aber naja das war knapp ich habe fast vergessen dass die existieren ich spiele auf pc ich habe die echt nicht gesehen krass mit t vielleicht nee mit kuh auch nicht ah mit e alter okay danke interessant sehr interessant das war wohl das ende dieser zone mhm mhm so wir sind nur noch loot um so wieder volle so viel munition da komme ich wahrscheinlich nur mit einem messer rein natürlich kein problem okay oh ja ich liebe diese gegnern geil geil junge zum glück haben wir keine kalaten probleme in deutschland das wäre richtig scheiße würde ich ja mal so gar nicht feiern hab ich schon mal eine kakerlake im echten leben gesehen ich weiß gar nicht ich überlege gerade ich glaube nicht sehr schön okay wie lange spielen wir schon der erste teil hat ungefähr also vier stunden gedauert haben wir aufgenommen jetzt nehme ich schon über eine stunde auf ob wir es in zehn stunden schaffen können weiß ich nicht weiß ich nicht so alles auf drei läuft ich hab den gesehen kurz vor dem ausbruch ach ja schlitzt er sie am ende komplett auf niemand wird aufgeschlitzt das ist ein teenie film wer hat dich da reingeschleppt keine ahnung wenn du irgendwann red light zuckst musst du auf den zweiten teil anfangen weil er die vorgeschichte erzählt ja natürlich schon gut auf jeden fall nein aber es würde ich sowieso tun wahrscheinlich hat sowieso erst den zweiten gespielt auch wenn er nicht die vorgeschichte erzählt aber umso besser wenn er es tut ist ich würde sowieso wie gesagt den zweiten erst mal spielen das hat und du hast du mich Nein, er hat eine Schufhunde. Hilfe. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein, okay. Das hätte ich vielleicht doch leise machen sollen. Schade. Was? Oh mein Gott. Oh Gott, chill mal. Wir müssen drüber gehen wahrscheinlich. Toten kann man den, glaube ich, nicht. Boin. Nur noch einer. Digga. Schon wieder bin ich voll mit der Munition, ey. Ich muss mal die Magazinkapazität erhöhen. Aber es geht nämlich auch. Lauf. Hör wie der läuft. Hä? Loll. Sohle ist echt eine Maschine, ja. Muss man so sagen. Wow. Digga, dieses Visier ist so geil. Feier ist einfach mega. Oh mein Gott, es kommt. Lauf. Oh. Wahrscheinlich Loot wieder, naja. Vielleicht Jacke wäre Munition. Das wäre doch mal geil, oder? Das würde ich feiern. Bei Stoffen und Munition habe ich echt genug. Ich glaube, sie sind weg. Ich glaube, sie sind weg. Mhm. Ich glaube, sie sind weg. Oder nicht. Okay, wir kommen ja nicht zurück. Aber manchmal ist es wirklich besser. Manchmal sogar... Ähm... Den ersten zuerst zu spielen. Also, die Zukunft zuerst zu spielen. Und dann die Vergangenheit zu erleben. Und ich glaube, das erste Red Dead Redemption Spiel ist ja auch gut, ne? Ich erinnere mich... Jetzt kam ja ein Remake davon raus. Aber ich erinnere mich, dass ein Freund das von mir gespielt hat. Auf seiner Playstation 2 oder so. Das war schon geil damals. Ich glaube, er war auch super stolz drauf, dass er das so gespielt hat. Der erste Teil hat ein Remake. Doch, doch, doch. Er kam doch jetzt raus. Habt ihr das nicht gesehen, Leute? Ich glaube, er war auch super stolz drauf. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hat sie. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Weil ich ja ein Port. Port, Remake. Ihr wisst, was ich meine. Du bist bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Kommt mir nach. Ja, wenn wir Rated Redemption spielen, dann auf jeden Fall auf PC, 4K und sowas halt. Wo kommt ihr her? Da unten soll es ja total übel sein. Das tut mir so weit für Spiele, die ein Vergleichsvideo bekommen mit Rated Redemption irgendwie. So, egal wie gut das Spiel ist, kommt nicht ein Rated Redemption an. Das ist crazy. Also der zweite Teil. Schade. Ja, ich will auch sagen, ich bin Ehrenmann, Leute. Messer. Ja, Rockstar Games ist krass, wenn es um bestimmte Spiele geht. Aber manchmal sind die halt leider auch nicht ganz krass, wenn es zum Beispiel um die Remakes von, also die Remakes von San Andreas und so, die fand ich schon ein bisschen gerusht. Also ich finde jetzt nicht perfekt, was sie gemacht haben. Wenn ich auch nicht lüge oder so. Aber die meisten Spiele, die sie gemacht haben, waren halt auch gute Spiele. Vor allem, wenn es um Hauptspiele geht. Weil ich habe ja die... Ich habe ja die... Remakes. Ah, 35 habe ich. Ich glaube, es lohnt sich. Hm. Ja, komm, machen wir mal. Findest du Uncharted oder hast du was besser? Uff. Ich finde wirklich beide gleich gut. Also, Uncharted ist halt wirklich einer meiner Lieblingsgames ever. Ich glaube, ich müsste sogar sagen, Uncharted, wenn ich mich entscheiden müsste. Aber nicht, weil es besser ist, sondern einfach, weil... Ja, ich finde einfach das Szenario irgendwie geil. Schatzsucher. Und ich erinnere mich an Uncharted 2. Aber, ja, es ist schwierig. Ich glaube, ich würde nur Uncharted sagen, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste. Sonst... Sonst würde ich sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Eigentlich schade, ne? So kennen das, mögen das Spielzeuge. Ja, es ist halt schwierig zu sagen. Ich liebe halt... Oh, Mann, ich müsste nochmal Uncharted spielen, um das wirklich sagen zu können. Aber selbst dann würde ich wahrscheinlich auf keine Lösung kommen. Scheiße. Ich bin jetzt halt so voll, Mann. Okay. Wo sind die anderen? Wir wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Schlechter! So, let's go, Leute. Braucht Deckung, rück vor! Ich passe auf! Du bist tot, Arschloch! Hä? Tja, du weißt schon, dass wir nicht alleine sind. Oder? Was du... Als wir hier in der Überzahl sind? Au. Ja, gut, ey. Ja, von der Emotionalität ist der Last of Us auf jeden Fall besser. Nicht schlecht, Alter. Aber ich glaube, ich verbinde einfach mehr. Weil ich kann mich erinnern, dass ich... Ich glaube, das liegt an einer persönlichen Meinung, weil ich... Uncharted als Kind gespielt habe und... Ich auch den Multiplayer so richtig geil fand und... Das ist einfach ein geiles Game. Und die Grafik fand ich so unnormal geil. Ich habe die so gefeiert, die Grafik von Uncharted. Das war einfach ein Traum. Ich glaube, es war Uncharted 2. Au. Aua. Totally nice. Kann ich ja Munition sparen. Es gibt sogar Hinweise, dass ein Charter und der Last of Us... In derselben Welt. Hm. Ja, was für Hinweise denn bitte? Der Last of Us ist ja kein Zombiespiel. Ich meine, Uncharted ist kein Zombiespiel. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Der war ein Ungelie. Der braucht ihr nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier durch. Müssen wir mal ein Video allein ziehen und gucken, ob das wirklich stimmt. Oder stimmen kann. So. Wie alt bist du? 14. Wie alt bist du? Auch so. Flirtet er gerade mit Ellie? Flirtet. Ich glaube, wir müssen uns dem kümmern. Beinahe. Okay. Wirklich? Natürlich ist er auch 14. Ist klar. Ja, macht aber schon Sinn. Wird wahrscheinlich 12 oder so. Da beginnt es ja. Dass man sich ja für so. Wie heißt es nochmal? Eierfrauen. So heißt es genau. Man kann Sachen auf Nathens Haus finden. Die auf Hindeuten. Wie lange versteckt ihr euch? Das wäre crazy. Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Ich glaube, ich habe mir mal ein Video dazu an. Dann ist das nämlich. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Oh, halt, halt, halt. Ich habe noch eine. Wow. Ich kann das gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewiger, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Digga. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleibt nah bei mir, okay? Ich mach mal ganz kurz bei der Kamera. Ich glaub, das ist ein bisschen unnötig, wenn das hier so... Ihr versteht, was ich meine, oder? Vielleicht ist das ein bisschen unnötig. So. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Aber es könnte sein, dass es uns schadet vielleicht in so... Ja, keine Ahnung, in der Vergangenheit von The Last was spielt. In der anderen Stadt oder so. Kann natürlich sein. Wäre krass, ja, aber... Da müsste ich genug Beweise sehen. Also wirklich einige Beweise. Äh... Okay. Vielleicht können wir ja auf mein Video reagieren. Gibt's bestimmt solche Videos. Okay. Wir schleichen uns ans Iran. Okay. Hey, ich komme dir nach. Okay. Alles klar? Ich versuche, warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wie sprintet er im... Wir haben irgendwie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nee. Digga, also der... Gar nicht... Wie sprintet er beim... Digga. Okay. Ja, witzig. Ich bin echt tot. Oh mein Gott. Oh Gott. Heile mich mal lieber. Ich finde, er lasst was voll geil bei Nacht. Ja, es sieht auch richtig gut aus. Muss man einfach mal so sagen. Überraschung. Okay, sehr gut. Bei Nacht sind halt die Vibes noch geiler. Ich liebe... Also ich mag Nacht. Mega. Ich mag beides. Tag und Nacht. Gute Abwechslung. Muss aber sagen, ich glaube, das Jagdgewehr ist wirklich meine Lieblingswaffe. Henry, du musst aufpassen. Henry, du musst aufpassen. Bin dabei. Ja, einfach nur deswegen. Das Visier und so macht es einfach richtig gut. Ja. Hörst du mir zu erkennen. Oh mein Gott. No. Rückzug, Rückzug. Ach, sie haben mich gemerkt in der Taschenlampe. Oh. Hä? Kein Wunder. Digga. Schade eigentlich, aber gut. Es ist halt nicht so einfach, ein Spiel bei Nacht gut aussehen zu lassen, ne? Das weiß ich. Okidoki. Mein Name ist so gut wie bei Kott damals. Wenn er überverzieht, hat sich gar nicht mehr so gut. Aber, ähm... Klick mal hin. Hä? Digga, was? Den haben wir gar nicht gesehen, Junge. Ok, schau mal nach. Alles klar. Sam, los geht's. Oh, sag mir, wenn ich's der Wahn kommt wieder. Wir lassen uns hier alleine, oder? Schneller, schneller. Erli kommt wahrscheinlich auch noch durch. Erli, der hat dich. Okay, hol den hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Noch einmal. Und los. Wir bleiben dran. Oh je. Erli, nicht diese Wortwahl. Die müssen Mädchen, nicht vergessen. Mädchen müssen vernünftig reden. Spaß. Red so, wie du willst. Mir egal. Oh nee. Schwärmt aus. Vielleicht kommen sie hier lang. Die, Digger. Meine Lieblingswaffe. Buf! Boah! Du bist tot, Arschloch! Na los, zeig dich. Okay, los! Gib mir Deckung! Digger. Wer will sie nicht zeigen, ne? Hat keinen Bock drauf. Ach komm. Hatte keine Zeit für sowas. Bisschen hier blöden Spielchen. Hätte ich echt nicht gedacht. Töte mich nicht, Mann. Bitte, bitte, lass mich gehen. Ja gut. Hoffentlich, weil ich respektabel von Ali. Das war's allerdings. Okay, wir kommen gut weiter. Oh nee, ich glaub das war so eine Stelle. Obwohl, nee. Doch, doch. Alles gut. Alles gut, Leute. Man kann sogar die Stücke vom Gehirn sehen. Läuft. Aber ja, das Spiel ist halt auch brutal irgendwo, ne? Oh nein, Lauf. Nein. Danny einfach schießen, nein, auf einen Headshot warten und verfehlen, ja. Lul. Wie trifft er mich nicht? Alter, der Typ kann echt nichts sehen, Mann. Na gut, ist auch dunkel vielleicht deswegen. Oh, verdammt. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Ich springe einfach. Oh Mist. Du hältst mich oben. Ellie? Keine Diskussion. Ellie! Oh. Oh. Henry, er wacht auf. Hey du. Wir leben. Okay. Und? Was hab ich gesagt, hm? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschlüpfen. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey, hey, hey. Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Ich kann ihn verstehen. Ich bin nicht mehr sauer auf ihn. Ich kann das komplett verstehen. Willst du dir an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären entrunken. Also ich kann sogar ihn mehr verstehen, weil er hat ja sein eigenes Kind und so. Also der Funkturm ist hinter dieser Clip. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Ähm, dein Elvis Schlimmer ist von Sturmflugplan. Ja. Vielleicht spielt The Last of Us im Star Wars Universum. Oh, die Segen sieht ja schön aus. Oh, Fußabdrücke. Alter. Voll geil. Mach dir keine Sorgen. Alles ist gut, okay? Ja. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich bin schon dabei. Oh. Geiles Boot. Die Grafik ist so schön, ja, ist so. Richtig krass. Wunderschön, würde ich so sagen. Obwohl, Cyberpunk hat er doch auch nach dem Update ist auch ganz gut geworden, ne? Cyberpunk habe ich auch nie gespielt, übrigens. Ich habe viele Spiele noch nie gespielt. Das würde Ellie gefallen. Ja. Im Gegensatz zu dem anderen darf sie wenigstens Spielzeuge mitnehmen. Welches Spiel hat es die beste Grafik? Wollt ihr den 2 oder last was? Ja, also, wie gesagt, ja, ist halt schwierig. Beide sind halt super, aber ich glaube, Red Dead Redemption. Ich kann mir halt, wie gesagt, nicht vorstellen, dass irgendwas besser aussieht als Red Dead Redemption. Aber das, also, ja, kannst du halt nicht vergleichen. Obwohl, kannst du, weiß ich nicht. Hast du die Anil von Cyberpunk geschaut? Ähm. Ne. Habe ich nicht. Läuft der nicht auf Netflix oder so? Ich glaube, ja, ne? Also, es ist schon wirklich schwer, der last was von der Grafik zu übertoppen, aber Red Dead Redemption ist noch krasser, weil es Open World ist. Ach, von hier kamen wir, ne? Obwohl? Ja. Okay, ähm, ja, halt Open World und das macht es irgendwie noch krasser, weil last was ist ja nicht Open World, ist ja lineal. Aber ich muss nochmal Red Dead Redemption spielen, um das zu sehen, weil ich habe jetzt selbst noch nie in 4K gespielt. Weil der last was spiele ich jetzt hier in 4K, auch wenn ihr das so nicht seht, aber ich sehe es in 4K. Und da, also, sieht das schon sehr geil aus, ne? Digga, wo lang wollen wir jetzt überhaupt? Achso. Ne, doch. Doch, doch, doch. Dauert rein. Der last was Remastered wird der beste Grafik als Red Dead 2? Ja, Leute, also, kann sein. Ja, mach mal auf. 19.01.2024. Ich glaube, da warten wir drauf, oder? Ich glaube, da werden wir drauf warten, bis wir dann last was 2 spielen. Aber kommt das ja auf der PC raus? Weiß das jemand? Ja, noch B5, ja. Weiß ich nicht. Finde ich nämlich schade. Hier gibt es wahrscheinlich wieder so einen Bloater. Ich frage mich eigentlich, gibt es hier eigentlich noch heftigere Zombies als Bloater? Ich glaube, Bloater sind die heftigsten, ne? Ja, wir werden es zocken, aber... Ja, ich finde es trotzdem schade, dass es... Keine Ahnung. Denkt ihr, wenn ich Placidin schreibe, dass ich keinen Zugriff mehr auf meine E-Mail habe? Dass die mir meinen Account zurückgeben, wenn ich ihnen bestimmte Informationen gebe, die nur ich wissen kann? Weil ich habe ja einen Account. Und ihr habt die E-Mail nicht mehr dafür. Und da sind aber so viele Spiele drauf. Und, äh... Ja. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen mit zu Tommy? Hoffentlich nicht. Ich finde, die passen nicht so gut zu den beiden. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Ich finde, Joel und Ellie sind die einzigen, die so... ...miteinander chillen sollten. Hier lang. Da vorne scheint ein Weg zu sein. Gleich hier. Hm, ist hier noch vielleicht irgendwas, oder? Ich will halt nie was übersehen, aber gut. Passiert sowieso. Dass man mal ab und zu was übersehen kann. Hm, hm, hm. Oh, ne, war das nicht so ein dämliches Puzzle? Ach, du Scheiße. Ah. Ja, es gibt immer noch sehr viele Leute, die spielen auf der Playstation 4. Oh, das war so ein blödes Puzzle. Da kam ich lange Zeit nicht weiter. Da muss tauchen hier. Ich schau mal, wie wir hier rüberkommen. Henry, versuch's mal! Okay. Aber Playstation 4 ist immer noch eine gute Konsole. Letztens war ich ja... ...in einem anderen Land, meine Familie besuchen. Und... ...da hat jemand immer noch mit Playstation 4 gezockt. Und sah immer noch gut aus, also... Ich leh mich mal um. Bleibt wachsam! Viele Spieler scheinen dafür. Oh, ich hab alles auf 3, Digga. Ich hab so viele Sachen, das ist crazy. Ich wünschte, ich konnte Munition erstellen. Das wäre cool. Mein Account wurde nicht gesperrt, meine E-Mail wurde gesperrt. Mein Account nicht. Mein Account existiert ja noch, das ist quasi das Ding. Nur meine E-Mail existiert nicht mehr. Also, die existiert ja auch noch, aber die ist blockiert von Google aus irgendeinem Grund. Oh, mein Gott. Ich glaube, um die kümmere ich mich lieber jetzt. Mach dir eine neue E-Mail, ja. Was bringt das denn, wenn ich den Zugriff nur auf... ...mit der alten E-Mail auf... ...habe? Bringt ja gar nichts. ...habe? Na? Digga, wieso bin ich denn so voll? Das ist nervig. Naja. Soll ich dir das jetzt geben, oder wie sieht es aus? Okay, warte. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich muss dir helfen, da rüber zu kommen. So. Natürlich. Aufsteigen. Na los, Helly. Na also, sehr schlau. Wahrscheinlich da drüber, ne? Ja. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Du sagst es. Digga, willst du mich verarschen? Oh. Oh, mein Gott. Das ist krass. Das ist krass. Ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Na, sag's lieber nicht laut. Hmmmm. Hmmmm. Ah. Ah, okay. Hallo? Habt ihr mich ver... Achso. Digga, ernsthaft? Hey, wir sollten jetzt los. Junge. Hilfe. Hilfe. Wir sagen, ihr zwei beeindruckt nicht. Wir sind schon Profis darin. Wir sind die Besten. Ja, ich, ich, also, ich kann das Spiel nicht spielen, ohne mich wieder umzuschauen. Das geht nicht. Ich muss... Oh, was ist das hier? Obwohl wir eigentlich voll sind, aber man kann Munition finden und ist schon wichtig. Hamster-Droll-Droll-Elf. Hallo. Halöle. Vielleicht immer noch. Vielleicht ist er ein Zombie geworden. Yo? Kann man sich gönnen. Die Waffe ist gut. Werd ich mal gegen Blau testen. Weil ich glaube... Oh. Lass mal jetzt testen sogar. Oh, die Waffe ist bei... Oh mein Gott. Okay, da konnte er sich da nicht beweisen. Ich glaube, der ist echt stark. Oh, mal gucken, ob der... Ah, zack. Wenn du dich nicht umschaust, machst du was falsch. Ja, finde ich auch. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Stimmt mir schon 100% nicht so. Außerdem, diese Gegend, diesen Raum muss man ja gar nicht so schön machen, wenn man... Wenn er wortwürdig Null Wert hat. Und guck mal, wir haben so eine Munition dafür. Aber ich glaube... Ich verwende dann doch lieber den Revolver erst mal. Mhm. Gegen Blau testen wir heute vom Besten. Wahrscheinlich. Da wahrscheinlich wieder ein Messer, ne? Nö, geht einfach so auf. Ups, nein, das wollte ich... Himmel. Okay. Okedoke. Also, eine Sache, die ich jetzt nicht tue, ist alles vorzulesen. Das würde dann doch vielleicht sehr lange dauern. Aber... Oh, cool. Obwohl, ist die besser als meine? Stärker, glaube ich, ne? Mach Hete? Wird schon gut sein. Aber ich, äh, lasse die Blätter ja anzeigen immer. So, was man posieren kann. Im Video zumindest. Was ist deine Lieblingsserie? Hm, Anime oder... Also, ich liebe Stranger Things sehr, sehr stark. Mein Lieblingsanime ist Drang Ball. Das ist seltsam. Oh, ich muss sagen, Freundes. Prison Break ist auch heller, mein Liebling, ja. Nee, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg. Verschwinde. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf, wie noch. Jetzt noch mal diese Serie mit den, ähm, mit den, ähm, Drogen. Mit der konnte ich nie was anfangen. Breaking Bad. Ich mochte die Serie nie. Ja, natürlich habe ich Prison Break gesehen. Breaking Bad mochte ich leider nie. Weiß ich nicht, was da los ist, Leute. Es soll so eine gute Serie sein, aber, hm. Was ist dein Lieblingsspiele-Franchise? Pokémon, Mario... Ähm... Ja. Die mag ich echt gern. Hä? Die hat deine Intelligenz, oder was? Oh, nein. Alter, die war fast echt gut. Die stellte ich echt mit einem Schlag. Crazy. Ja, guck mal, die Mahete ist echt geil. Wow, Mahete, brutal, Digga. Feier ich. Mein Liebling, ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Natürlich. Breaking Bad, Abschluss, Abschluss 2, gut. Ja, ich habe ihnen halt nicht eine Chance gegeben, ne? Ich habe die erste geschaut, also nicht geschaut, aber erst ein paar Folgen, weil ich dachte, muss ja gut sein. Muss ja auch gut sein, eigentlich, ne? Nein! Oh, scheiße, Probleme. Oh, oh. Digga, wie? Nein! Oh, ne, klasse Gegend. Mach hier der ganze verbesserte Inventar. Okay. Cool. Die Waffe ist echt voll geil. Okay. Oh. Fast übersehen. Ja, wenn man was übersieht, ist ja auch kein Problem. Also das Spiel ist jetzt dafür auch nicht gemacht, glaube ich, hundertprozentig alles zu finden, zu müssen. Hä, von wo kamen wir denn jetzt? Guck mal, hier ist noch mehr. Ich wette, es waren viele hier. Leute, meine ich. Sieht so aus. Äh, du musst mal Punisher gucken, habe ich noch nie gesehen. Klingt aber schon wie eine gute Serie. Manchmal kann man es schon am Namen herausfinden. Ist so. Naja, nicht wirklich. Lost habe ich auch sehr gemocht. Damals. Dieses, dieses mit den, ähm, Bankausrauben. Bei Netflix. Wie heißt die denn nochmal? Habe ich auch eigentlich ziemlich gerne mal schaut. Muss ich sagen. Digga, wo muss ich jetzt lang? Hey, schon wieder der Bruder. Den haben wir schon mal gesehen in dem Laden. Was soll da oben, oder wie? Hä? Oder hier hoch? Haus des Geldes, genau. Mach schon. Ach, Punisher ist von Marvel. Ah. Habt ihr Weihnachtsgeschenke, denen für Nerds in unter 5 Euro sein? Für Nerds so eine kleine Figur. So eine kleine Gaming-Figur, die man sich aufstellen kann. Also, wenn du jetzt mit Nerd Gamer meinst. Nerd kann ja auch jemand sein, der ganz schlau in der Schule ist, oder so. Kanalisation ist bestimmt richtig viel los. Da sind wieder Zombies. Sind aber über 10 Euro. Ja, holen einfach irgendwie, keine Ahnung, Schokolade oder sowas. Das heißt, ist schon auch für viele Schokolade nur, oder so. Alter, er hat uns seine Arsch gelassen. Cool. Ich hätte gerne weder der Mahete, bin ich ganz ehrlich. Oh, Molotow-Frocktail. Klasse, hier gibt es auch Sachen zum Sammeln. Ich schaue mich mal kurz schnell auf die Stelle hier um. Oh ja. Oh ja. Bist du circa bei der Hälfte des Spiels? Ernsthaft? Erst... Nein. Laber nicht. Erst bei der Hälfte? Obwohl, macht eigentlich Sinn. Schieß du mal. Ich habe keine Lust, Munition zu beschwenden. Digga, mach doch mal. Nein. Boah. Ich liebe die Waffe. Boing. 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 Ja, dann mach auf. Digga, bist du dumm? Hä? Los, los, los. Puck wohl nichts, damit durchspielen. Nee, heute nicht. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Also, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Seht mal da. Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Wow, schön, ne? 5 bis 8 Stunden. Ja, kommt drauf an, wie man spielt wahrscheinlich, ne? Aber 5 bis 8 ist schon 3 Stunden. Unterschied ist schon krass, oder? Diese Gegend, auch so schön. Ich konnte mich gar nicht mehr an die erinnern, diese zwei. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Himi war, habe ich selbst ein paar in die Züge erledigt. Du wärst stolz. Ja. Ich glaube auch, dass ich stolz wäre. Ja, bei mir dauert es auch ein bisschen länger, weil ich ja auch nicht hundertprozentig durchrushende. Ich schaue mich auch um. Muss man auch dazu sagen. Okay. Worauf ich die ganze Zeit schon Lust hätte, wäre ein Pokémon-Spiel. Das spiele ich mal danach irgendwie ein Pokémon-Spiel oder so. Mal schauen. Ich habe mir sowieso überlegt, ob wir alle Horror-Spiele so und sowas, so Let's Plays, alle auf dem Denny Arcane live machen. Und, ähm, so andere Games, die man gut schneiden kann, weil man kann nicht alle Games gut schneiden. Last of Us kannst du zum Beispiel gar nicht wirklich schneiden. Wie willst du das Spiel denn schneiden? Ich meine, geht schon natürlich, aber es ist halt nicht dasselbe, was ich meine? Es ist ein Ernst-Spiel, was man nicht schneidet. Und auf dem Denny Arcane-Kanal da halt so Simulatoren-Spiele, also die Simulatoren-Spiele kann man halt sehr gut schneiden. Muss man einfach mal so sagen. So Autospiele kann man sehr gut schneiden. Ich weiß, dass derzeit nicht mehr viel ist. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Was weißt du noch? Oh, Barbecue. Meine Eltern gaben gerne große Grillpartys. Da haben echt nicht was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. War ich hier nicht gerade schon, ja, ne? Hä? Ja, hier war ich schon. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joe? Klar. Und Horrorspiele, ja, ist halt... Ist halt schwierig mit dem Schneiden, ne? Also kann man natürlich machen. Man kann ein Horrorspiel richtig gut schneiden. Das weiß ich. Aber es ist halt nicht dasselbe Feeling, so. Äh, 2, was ihr mal nennt? Gator! Danke für ein Abo. Wenn wir 100 Abonnenten haben, werde ich Vollzeit-Streamer, Leute. Warte, stimmt das überhaupt? Ja, weiß nicht. Weiß ich nicht genau, ob das stimmt, ob ich es nicht gelogen habe. Nein. Ähm. Also man kann natürlich Storygames auch gut schneiden, aber der Last war es halt schwierig, weil du willst ja auch das volle Erlebnis haben und es ist halt nicht so einfach. Ja, 100, also ist schon, also da müssen wir schon eine richtige Streamer-Community aufbauen. Aber kein Glück, Leute. Oh, Streuung ist geil. Aber 22 Abonnenten? Danke, danke. Und es war ja nicht mal so viel Sub-GIFs, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Oh. Das dauert immer so lange mit seinem Scheiß-Upgrade, ey. Kann ich das nicht überspringen? Ne, ne? Wieso eigentlich nicht? Wieso kann ich das nicht überspringen? Weird Story, Bro. Alter, das Magazin sieht voll geil aus von der Waffe. Ich glaube, so Waffen ich habe mal so ein ASMR-Video gesehen, wo so eine Frau Waffen zerlegt hat und ehrlich gesagt, das war schon richtig befriedigend, weil die Sounds von so Waffen so das hat so was richtig befriedigend ist, aber wie hört mal hin. Schon geil, oder? Das ist gut. Wirst du noch mehr Emotes einrichten? Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Emotes gehören ja dazu. Aber das mache ich dann zum 50-Abonnenten-Special. Das Ding ist nur, der Monat läuft bald aus. Und ich hatte ja eine Zeit, wo ich nicht gestreamt habe, weil ich ja wegen Internet und so. Ja. Und deswegen, ja, wenn die Leute nicht nochmal abonnieren, dann beschwinden die 22-Abonnenten. Mehr Emotes, gleich geiler Content. Ja, ich feiere Emotes auch mega. Die Musik ist entspannt. Ja, die Musik ist also, die Musik ist auch von der Last of Us richtig gut, ne? Muss man einfach mal so sagen, Leute. Ja? Yo? Kann ich ja nicht hoch? Doch, geht. Da ist bestimmt irgendwas krasses. Ja, schon alleine hier verbliegt man ja sehr viel Zeit, ne? Hallo? Wart auf dich. Hast du mal Antilong gespielt? Ja. Ich liebe diese Entscheidungsspiele, weil halt, wenn du verkackst, verkackst du halt richtig, ne? und? Und was gefunden? Hallo? Was? Was ist das? Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Ja, der Escape ist auch ein richtig geiles Spiel. Liebe ich. Hätte ich sogar Lust, nochmal zu spielen. In 4K, Leute. Wäre das nicht geil? Ja gut, bei solchen Spielen ist es eigentlich voll egal. Ist ja ein Pixel-Spiel. Ich frage mich, ob es einen Unterschied macht, wenn du so Pixel-Spiel auch in 4K spielst. Oh, Hunde. Undertalien-PK. Das wäre mal geil. Hä? Diese Häuser sind alle so schön. Irgendwie verschadet das. Das man, äh... Na ja. Das hat hier keiner lebt, irgendwie, oder? Die Triple Come Human war auch so ein geiles Entscheidungs-Spiel. Ja, das spielen wir auch nochmal. Aber ich glaube, ich spiele erst mal ein Pokémon-Spiel. Und dann spielen wir die Triple Come Human. Aber Pokémon-Spiele kann man auch sehr gut Cut machen, ne? Muss man sagen. Ach so, dieser scheiß Panzer, Mann. Hintenrum. Was meinst du denn was hintenrum? Kann das für dich den Draum einrichten? Randomizer Nuzlocke. Ah. Ja, das wäre eigentlich witzig. Da hätte ich mal Bock drauf. Aber ich glaube, erst mal würde ich ein normales Pokémon-Spiel spielen. Weil das schon so lange her ist und dann wäre ich Randomizer Nuzlocke. Weiß ich ja nicht. Pokémon finde ich echt so geil. Ich würde sogar einen Pokémon-Kanal aufmachen. So sehr mag ich Pokémon. Aber irgendwie habe ich trotzdem Pokémon-Spiele lange nicht mehr gespielt. Und ich frage mich ich frage mich wirklich, wo das liegt. Nein, 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 nein. Oh, ich muss mich heilen. Weil die neuen Pokémon-Spiele sind ja auch nicht schlecht. Na. Digga, der Typ nervt so hart, ne? Oh mein Gott. Ist das der einzige, der lebt? Oder was ist da los? Au. Digga. 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 da echt stark ich gehe mal längst lang ist aber es besser hier weiß auch nicht glaube ich speed durchsuchen nenne ich das auf der linken seite ist mit deckung hier habe ich auch gemerkt voll die nerven sehen man oh nein ich glaube ich habe mich mal lieber lauf 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 könnte ein fehler sein oh mein gott nein ich kann mir zwei stunden wieder muss geschenke besorgen viel spaß aber dann sind wir wahrscheinlich gar nicht mehr hier dann sind wir wahrscheinlich schon wo ganz anders so warte habe ich noch genug leben eigentlich oder ja okay nehmen wir das hier so ist erlaubt mich hier in diesem haus denn oder was ich glaube ja spielst du jeden tag der last was oder spontan na jeden tag auf welches will ich will auch weiter kommen ich weiß jetzt nur noch nicht genau wie es weihnachten sein wird weil naja vielleicht werde ich da aufstream vielleicht morgens oder so schauen wir mal an dem würde ich alle meine agressionen rauslassen glaube ich auch geile mission das feiere ich ja richtig jetzt bin ich der jenige der an der position ist oh nein das war nicht gut doch die gar das macht richtig bock na los leute ach da uuhu guter treffer kannst reinzoomen oh cool oh digga was bin ich denn so schlecht digga willst du mich verarschen bye bye tommy was wolle bei spiel oh auf volle bei hätte ich auch Lust digga nervig man das war eigentlich nicht so einfach zu sehen finde ich man muss sie treffen also so einfach ist es doch nicht wie ich dachte digga digga quickscoping ja he oh nein oh nein oh was mache ich denn da Vielleicht wissen sie nicht, dass ich hier bin Oh, scheiße Ja, gegen den Panzer kann ich nichts machen, leider Und jetzt? Puh, muss warten, bis der aus dem Panzer rauskommt Ja, hoffentlich macht er das bald Näh Jetzt weiß ich, was die Leute mit langziehen meinen Run Hau rein Ja, verdient, verdient Deswegen mochte ich damals glaube ich nicht immer mehr als Battlefield Weil ich dachte so, es ist voll feige In den Panzer zu hocken Mal gucken, ob ich sie erschießen kann Nein, schade Spaß Hätte ich sowieso nicht gemacht Oh No Wurde jemand gebissen? Nein Ich kann nicht weit, ich kann nicht tiefer kommen Ich kann nicht tiefer zoomen Näh Scheiße Oh Gott Kann vergessen Bist du ein Kabel von LMS3? Ja schon Bist du okay? Ich lebe Jemand verletzt Ist okay Okay, machen wir, dass wir wegkommen Kommt mit Dann los Ich glaub dir kein Wort Im Ernst Es war Tommys Geburtstag Er wollte nichts anderes als Zwei Harleys mieten und einfach losfahren Oh Mann Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte Nur um den Block Wie war's denn? Es war gut, echt gut Gut? Ist das denn zu glauben? Na los Mann, ich will Details Beschreib es Wisst ihr was? Ihr zwei Führt jetzt ein Männergespräch Nein, nein, Ellie Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst Das ist echt einmalig Ach ja? Und mehr willst du das wissen? Ich hab davon geträumt Okay Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt Ja Das Schlimmste daran ist Es Sam zu erklären Tja Was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben Verstehe Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue Ich finde, wir haben uns nicht geschlagen Und ganz besonders du Ist alles okay? Ja, ist alles okay Okay Tja Dann gute Nacht Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor Mal sehen Skorpione sind gruselig Allein zu sein Ich hab Angst davor, allein zu leben Was ist mit dir? Die Dinger da draußen Was, wenn die Menschen noch da drin sind Wenn sie gefangen sind Ohne Kontrolle über den Körper Ich habe Angst, dass mir das passiert Okay Zuerst mal Wir sind ein Team Wir helfen uns gegenseitig Und zweitens Sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus Aber niemand steckt mehr in ihnen drin Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind Zu ihren Familien Wie im Himmel Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau Ich mein Ich würd's gern glauben Du tust es aber nicht Nicht wirklich Ja Ich auch nicht Oh Voll cool Wenn er nichts davon weiß Nimmt er ihn dir nicht weg Okay Ich bin müde Wir sehen uns morgen Das riecht gut Oh no Yo Yo Oh Ah man Du gibst mir jetzt deine Waffe Okay Okay, okay Ruhig Das ist deine Schuld Niemand ist daran schuld, Henry Das ist alles deine Schuld Henry Henry, nicht Oh man Daran konnte ich mich nicht erinnern Krass Hallo Finon Das ist richtig crazy Ich hab komplett vergessen, dass Henry Suizid begeht Ja, ich auch Ich wusste nicht mal, dass sie sterben Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach rankommen Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle Oh, dann sehen sie das Spiel auch geil aus Crazy Wie ist deine neue Wohnung? Schön eingelebt Noch nicht Also, ja, aber Moocop, das ist Internet Ihr seht ja im Hintergrund noch Pakete Im Greenscreen kann ich aber auch nicht streamen Weil die Belichtung nicht gut genug ist Ja, das sind also solche Sachen Aber ich glaub, die Pakete stören jetzt nicht Oh Oh Hallo Sweatups Kann ich damit auch? Ey, geil Ja, auf jeden Fall Oder wie schön Ja, gut eingelebt, kann man sagen Aber muss noch ein paar Sachen gemacht werden Äh, achso Es gibt aber nur einen Schuss, also keine Ahnung, ob die so gut ist Wie war es, äh, bei eurem letzten Treffen Ich glaube, seine letzten Worte waren Ich will deine verdammte Fresse Seine letzten Worte waren Seine letzten Worte waren Du willst meinen Schatz? Den kannst du haben Such ihn doch Irgendwo auf der Welt habe ich den größten Schatz der Welt versteckt Ja, haha, Spaß Gehen wir weiter Das waren seine letzten Worte Ich bin mir beim Fußball in meinen Musikantenknochen gestoßen Was ist der Musikantenknochen? Ist der relevant? Braucht man den? Digga Ich komme irgendwie nicht durch Ich glaube, ich muss gar nicht da durch Und das liebe ich ja auch so Wenn man Nicht mit einer unsichtbaren Wand Bescheid gesagt bekommt Dass man da nicht durch kann Sondern halt Wenn halt so ein Fluss im Weg ist oder sowas Das finde ich viel besser Spiele sehen beim Regen einfach so viel besser aus Das ist crazy Was du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk Ein, äh, was, was? Es, äh, nutzt die Strömung des Flusses Und es macht daraus Elektrizität Wie macht es das? Ich weiß, was es ist Ich weiß nicht, wie es das macht Beim Ellenlocken der Knochen Wenn man sich den stößt Ellenbogen, meinst du? Ja, das wird weh Oder der kleine C Das tut sehr weh Das glaube ich auch Hey, eigentlich können wir wieder den Ups Eigentlich können wir den Bogen wieder Äquipten Kann man bestimmt gebrauchen Wenn du dir das was zwei schon hast Dann kannst du sogar Remastered für 10 Euro bekommen Ich glaube, ich hab's aber auf dem Account Wo ich, oh man Ich muss vorhin immer anschreiben Und sagen, dass ich keinen Zugriff mehr auf meine E-Mail habe Dann gebe ich ihn Komm, also ich hab Ja, also ich hab da bestimmt so Einmal die Sicherheitsfragen oder so Könnt euch nämlich echt gut Geld sparen Ich glaub, wir müssen drüberschwimmen, oder? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme Ich muss irgendwas finden Aber die Gegend ist groß, leider Ist halt schwierig, ne? Unter Wasser im Haus ist ein Blatt für Ellie Da, ne? Ich glaube, du meinst das Haus Ah Ah Unter Wasser im Haus Nicht unter dem Haus Im Wasser Wie lang kann er eigentlich die Luft anhalten? Bestimmt nicht so lange, ne? Ah Hab ich ja gar nicht gesehen, Lul Siehst du an der blauen Anzeige neben den Leben What? Was hat die Palette dir getan, hä? Sie ist voll hilfreich Gib Ellie, kein High Five Ist nicht so fair, okay Ich weiß zwar nicht, wie Aber Also ich weiß nicht, wie ich ihr kein High Five geben soll Aber wahrscheinlich gibt sie mir gleich ein High Five Und dann darf ich ihr kein High Five geben Merk ich mir Batman-Spiel habe ich auch noch vorzuspielen Da habe ich auch mega Lust auf ein Batman-Spiel Hey, bleib vorsichtig da drauf Na klar Teamwork Ernsthaft? Du lässt mich hier so stehen? Okay Hab schon verstanden Das ist ein High Five Das dauert 5 Sekunden Oh, ich hab Hunger High Five dauert nicht mal 5 Sekunden 2 Sekunden vielleicht Noch ein Stück weiter Und dann besorgen wir was zu essen Gut Wenn ich verhungere Ist das deine Schuld Wie Eichhörnchen wohl schmeckt Essen die bestimmt in irgendeinem Land Voll zauber ich eigentlich Weil die haben doch kaum Fleisch Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht Wir müssen durch die Fabrik Mhm Durch die Fabrik Alles klar Wird gemacht, Chef Die Arme Spaß hat Pech gehabt Die Alte Okay Du hast ja deine Meinung Voll schnell geändert Also ist sie jetzt arm Und ist sie jetzt zaurig Oder Dann musst du dich schon entscheiden Wie komm ich dann durch? Von da kamen wir, ne? Bis morgen Bis morgen weißt du was Am Tor kommen wir nicht durch Vielleicht gibt's ja eine Lücke Oder so Nee 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 Nö 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 Ach da Da? Ah Wusste ich natürlich Wusste ich War mir klar Wack es ja nicht Die Waffe zu ziehen Pistole weg Sofort Ellie Tu was die Dame sagt Okay Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist Wir wollten hier einfach nur durch Und wohin? Sie sind okay Was, du kennst die beiden? Ihn kenn ich Du bist mein verdammter Bruder Tommy Oh Mann, Scheiße Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt Ja Lass dich mal ansehen Du bist scheiß alt geworden Wart's ab, das blüht dir auch noch Das ist Maria Sei lieber nett zu ihr Sie ist sowas wie die Chefin hier Ma'am Danke, dass mein Kopf noch dran ist Wäre ja auch peinlich Den eigenen Schwager abzuknallen Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja Was führt dich her? Äh Das ist eine lange Geschichte Warum gehen wir nicht rein? Ja Hunger? Und wie? Ich hab ihn wiedererkannt Tommy Sobald ich ihn gesehen hab Ich liebe es, einen Klick an Herzschutz zu geben Ich auch Ich liebe es, allgemein Herzschutz hier zu machen Pferdchen 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 Im zweiten Teil kann man doch reiten auf einem Pferd, oder nicht? Geht das überhaupt auf dem ersten? Im ersten Spiel? Ich glaub ja Oh Gott, wir werden reiten? Wann hast du reiten gelernt? Ein Soldat aus der Zone Er hat's mir gezeigt Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück Das wär klasse Schönes Pferd Ich mag Pferde Gut, die Muskeln an, Digga Richtig krass Das Pferd Soll ich momentan noch Storygames, oder wechselst du ab? Ich wechsel ab, aber Ja, bei The Last of Us spielen wir es zu Ende Und dann spielen wir natürlich auch noch nicht Storygames Meine Katze ist wieder da Sie kann's einfach nicht sein lassen, ne? Oh blödes Ding Nenn Spass Ich esse lieber was mit Ellie Ich bin sowieso dran Ich geh Ich komme mit Geh mit Maria und iss mal was Lol Komm Ellie Lassen wir die Jungs mal machen Ich schicke Tommy rüber, er hilft Komm Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen Miau Wir sind eine Woche hier, aber wir haben es schon Ich hab da was für dich Ich war letztes Jahr in Texas Zuhause Es war nicht mehr allzu viel da Hallo Danny, wie geht's dir? Heute sieht schon richtig berass aus Ich fühl mich auch berass Hier Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut Boah Voll traurig Was steht nach der Last of Us an? Nach der Last of Us an? Ich muss mit dir reden Alleine Dir gleich Ja, okay Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen Komm mit Wir haben einige Spiele Ähm Von den Story Games Boah Ganz viele haben wir Die ich noch nie gespielt hab Ja, sehr viele Ähm Aber es gibt auch natürlich auch so Mini-Horror-Games Und sowas Sowas halt, ne Davon gibt's sehr vieles Das kommt natürlich auch Wir sind jetzt mehr als 20 Familien Es waren Maria und ihr Vater Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt Wir haben Saatblut und Tiere Weißt du noch, dass wir dachten, jemand könnte so leben? Wir tun es Der Last of Us 2 kommt nächstes Jahr Im Januar Da kommt ja so ein Remake raus Guck mal, ein Pony Red Dead 2 auch nicht Ist hier auf deinem Kanal Ja, auf Danny Arcane Life Wer ist ein blauer Junge? Auf Danny Arcane Life Wenn schon Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen Wir glauben, es klappt diesmal Glaubst du uns nicht? Ich hab nichts gesagt Ich wette um eine Million, es geht Klar Ich verdopple Wir sind fast fertig Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen Keine Eile Wer nach links Vorsicht Ich muss halt ein bisschen gucken, welche Spiele kann man gut schneiden, welche nicht Manche Spiele kann man halt wirklich nicht gut schneiden Also auch so Horrorspiele sind halt auch oft besser Nicht geschnitten Zum Beispiel heute habe ich wieder Tormoil auch geladen Ich weiß nicht, wer das Spiel kennt Das Spiel kann man halt richtig gut schneiden Und das kommt dann auf dem Danny Arcane Kanal, weil es halt besser im Schnitt ist Da muss ich mal gucken, wie ich das mache Red Dead kann man gut schneiden Ja, aber ich finde es trotzdem ein besseres Nicht-Also-Ein-Ankert-Spiel Ja, reden wir mit Männer Eine bunte Truppe seid ihr hier Ah, sind gute Leute Hier kriegen sie eine zweite Chance Ist für alle noch eine Chance Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun Gut Erzähl schon Sie ist immun Immun wogegen? Ja, ich weiß Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat Und nichts Ich wollte es auch nicht glauben Aber es ist so Okay Ich glaube es Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies So wie ich das hier einstelle Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn Ich habe ewig kein Firefly gesehen Aber du weißt, wo sie sind Ich verlange nicht viel, Tommy Einfache Ausrüstung Und dann bin ich wieder weg Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy Es geht um deine Sache Meine Sache ist jetzt die Familie Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang Herrgott, nochmal Sollen Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen Wir haben auch Familie Tommy, es muss sein Du bist Ausrüstung Klar Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war Für mich So siehst du das Ich habe nur Albträume aus der Zeit Tommy, nur durch mich hast du überlebt Hat sich nicht gelohnt Ich bringe die Heilung für die Menschheit Und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause Fass mich noch einmal an Und es wird böse für dich enden Was war das? Das ist ein Angriff Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Oh, Räuber Oh, okay Das ist seltsam Digga Muss ich Munition verschwenden an denen, oder? Hä? Ist das ein Gegner? Oder sind das unsere? Unsere Leute, ne? Okay, warte mal Gib mal die andere Waffe Ich feier die Von mir ist er auch so ein geiler Charakter Oh, scha- Ups Das ist versehen Weiß ich noch Ja, ich finde Tommy okay Bin jetzt aber nicht so Also ich glaube, bei Uncharted Weil wir haben ja davor geredet Was ich besser finde Da gibt es ja auch echt nice Frauen, ne? Das gibt es hier nicht so, glaube ich Die Frauen sind ja alle nicht so wirklich Ähm Also sie sehen jetzt nicht schlecht aus, aber Das war's Nein Er ist deutlich getroffen Von hinten Nein, der hat ne Gibt auch Unsere Multiplayer-Games Vielleicht mit der Community zocken Ähm Ja, kommt doch an welches, ne? Tommy, Räuber Sie kommen ins Gebäude Sind ziemlich kompliziert Kommt drauf an, welche Spiele Leute, ich denke nicht mal an den zweiten Teil, weil ich erst mal den ersten Teil beenden will Oh, ne Axt, geil Der Teil dauert halt auch ne Zeit lang, ne? Aber das wisst ihr auch Das war so klar, dass hier irgendwas schieflaufen muss, ey Boing Bye, bye Da kommen noch mehr, ach du Scheiße Ich genieße erst mal den ersten Teil Ich genieße erst mal den ersten Teil Und dann irgendwann nächsten Monat Wir haben ja noch Zeit Wenn wir Wir werden ihn sowieso so oder so spielen wahrscheinlich Digga Digga Das kann doch nicht sein, dass es so Schwierig ist mit denen Jetzt hab ich keine Sniper mehr Du musst aufpassen Wie geil, ist das anstrengend, ne? Der letzte Schuss muss sitzen Hallo Okay Das dauert mir dann doch zu lange So Wir haben alle alle Munition, ja Wir müssen zu den Frauen Ja, genau, das meine ich ja, zu den Frauen So, Uncharted hat voll nice Frauen einfach mal Und ne gute Frau Viele Leute, also Ich respektiere einfach ne gute Frau, weiß nicht So, Resident Evil hat gute Frauen Das hat nix mit Ohne Scheiß Das hat einfach Ja, weiß nicht Das macht einfach ein gutes Spiel Auch, das gehört dazu Die Kinder sind voll schlau in dem Spiel Ja, die AI ist richtig gut Au Okay Digger Labe nicht Oh mein Gott Ey Piss mich an Ey, Tom Prader hat auch geile Spiele Muss ich auch echt sagen Aber Ich hab Also ich glaub ich hab einfach Nicht so wirklich Tom Prader Spiele gespielt Aber ich weiß, dass sie Auf jeden Fall Sehr gute Spiele haben Hab ich glaub ich auch noch nicht Obwohl hab ich doch schon mal gespielt Aber ist schon lange her Ist der jetzt tot Oder immer noch nicht Digga Was soll das denn Die Pistole soll ich echt auf da einsetzen Au Oh man Digga Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß Ne Und für dich gibt es auch Frauen Ja, bei Tom Prader ist das was anderes Weil die Hauptdarstellerin halt schon eine Frau ist Ne Ey, wie nervig ist diese Mission bitte Ist ja voll schwer Weil die auch So Stoff hinten haben und so Und das macht es irgendwie Oh mein Gott Sein Bein Und das macht es irgendwie noch ein bisschen schwieriger Muss ich aber mal so sagen Ich glaub wir müssen wirklich richtig vorsichtig hier sein So richtig vorsichtig Achso, das ist Ellie Lol Oh was Tom Prader ist ja eigentlich schon eine Wahnsinnsfrau Muss man ja immer so sagen Also was heißt Wahnsinnsfrau Also ist halt In Anführungsstrichen Eine perfekte Frau Vom Aussehen zumindest Da muss es keine weiteren Frauen geben Die Konkurrenz machen Aber Frau Die Frau ist auch nie so Soll auch nie das Hauptthema sein So Der nervt so hart Alter Das hat sich gut angefühlt Die ist wie Nathan Drake Weiblich Ja genau Aber Uncharted hat wirklich die krassesten Frauen Wirklich Das ist schon crazy Worüber sprechen die denn Hat es was mit mir zu tun Wir reden später darüber Weißt du schon wo das Labor ist? Wir reden darüber später Später Toll Eine reicht Ein Fehler Ein Fehler Und ich gehöre zu diesen Witwen Okay Ich muss das tun Ich weiß nicht was ich sonst sagen soll Gut Maria Maria Jetzt geht's los Du Wenn irgendwas Wenn irgendwas schief geht Bist du schuld Sie ist dankbar Weißt du Ja Ich weiß Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies Brauchst dir keine Sorgen machen Es ist das Beste Vielleicht kommt dir was Gutes dabei raus Ich rede erst mit Ellie Nochmal Ich verstehe nichts Joel Was Was ist denn Dein kleines Mädchen Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen Verdammt Wo lang Komm mit Ich hab sie gerade wegreiten Geh wieder rein Hilf sie den anderen aufzuräumen Da hab ich ja mega Bock drauf Ich finde Tom Brady ist genau wie ein Schad Aber schlechter Ja Ja was heißt schlechter So Uncharted ist halt Also Ja keine Ahnung Ist halt ein richtig geist Game Gehen wir Aber ich glaub Resident Evil hat sogar noch bessere Frauen als Uncharted Würde ich sagen Weiß nicht genau Frauen Experten Könnt ihr mir immer da sagen Resident Evil hat glaube ich die besten Frauen von allen Also nicht weil es nicht Evil 7 Sondern so 3, 4 2 Kann ich So ja okay Hab mich gewundert ob man sprinten kann mit dem Pferd Aber das Pferd sieht auch geil aus ne Na los Na los Fatschen 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 go Fatschen go Ja gut Ali Ich würde mir auch nicht alles gefallen lassen von Ali Ne Ich meine von Joel Joel ist auch Nicht so ein Ist auch ein relativ anstrengender Charakter Keine Ahnung Also ich finde Joel schon manchmal anstrengend Aber ich mag ihn trotzdem Und er ist halt ein guter Krieger Oder Kämpfer Oder was auch immer Na los Wo ist die denn hin Hallo Ich weiß ja nicht mal wo Achso Oh Oh natürlich Pferde können ja springen Hab ich ja vergessen Oh ne Ernsthaft Digger Wie kam da Ali hier durch Der hat ne Pumpgun Nervig Nervige Gegner Mann Scheiße TK trifft doch Ist doch nicht wahr Joel ist so geworden Seitdem er doch gestorben ist Ich weiß Aber Die Frage ist Es sind ja schon Oh Man sollte vielleicht auch sagen Es sind ja auch Jahre vergangen Ne Und das natürlich schon Also Ich glaube so ein Kind verlieren Ist einer so der schlimmsten Sachen Trotzdem Muss man sich halt fragen Nein Kann ich die Waffe mal wechseln würde Danke Muss man sich halt fragen Ist das irgendwann noch gerechtfertigt Weil ich meine Es sind ja Jahre vergangen Und irgendwann verarbeitest du doch etwas Oder nicht Also egal wie schlimm es ist Obwohl Ja gut Ich bin ja auch nicht derjenige Der In seiner Haut steckt Wie alt ist Joel eigentlich Weiß ich gar nicht Aber ich mag Joel Ich sei Cooler Charakter Komm Zu den Pferden Ah ok Warte ich schaue mich hier nochmal um oder Oder gibt es hier nichts Na gut Bin wieder zurück Sehr schön Pferd schön Achso die hatten Angst Da bist du ja Ferdinand Ey Ferdinand ist voll der gute Name Für ein Pferd Wegen Pferd Und Ferdinand Ich glaube wenn ich Ein Pferd hatte Würde ich ihn Ferdinand nennen Und das Spitzname wäre dann Ferdinand Ferdinand Das passt echt voll Lull Ferdinand Die Spur geht hier weiter Hoffentlich ist sie entkommen Kann man bestimmt googlen wie alt er ist Aber ich denke mal immer was mit 50 oder so Ja Finde ich voll cool dass wir mit den Pferden reiten können Ich glaube im zweiten Teil macht man das öfter Aber ich bin mir nicht genau sicher Turmhalt Video ist da Ja ja ich weiß Hm ne gute alte Ranch Feier ich Komm Sieht sich aus So das schauen wir nochmal danach Ob sie noch da ist Ich bin hier Es hat nie was ist Wenn nie was passiert Ich halte Wache Ihr solltet euch mal unterhalten Zockst du so Fortnite oder Warzone ab und zu Ja wir zocken das ab und zu klar Ab und zu spielen wir das Wenn du Bock hast Und jemanden brauchst Wir sind schon Sind wir schon da Deswegen die Frage mit den Multiplayer Games Ja verstehe Nur Ja also ich spiele ja nicht mit anderen Streamern so oft Na aber Man findet bestimmt mal ein Game was man zu Mit mehrern spielen kann Ziemlich sicher So Wo versteckt sich die Allie denn Wo versteckt sich die Allie denn Nice nice Allie Achso vielleicht in diesem Raum dort Genau wenn ihr ein Prime habt könnt ihr einen Sub dalassen Oder war Wahnsinn Haben sie sich nur darum Sorgen gemacht Haben sie sich nur darum Sorgen gemacht Jungs Filme Welcher Rock Zu welchem Shirt passt Das ist schräg Steh auf Wir gehen Komm Und wenn ich nicht will Weißt du überhaupt was dein Leben bedeutet Na Einfach weglaufen Dich selbst in Gefahr bringen Das ist ziemlich bescheuert Na dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht Was willst du von mir Gib zu dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest Tommy kennt das Gesetz besser als Vergiss es Tut mir leid aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst Hör auf mit dem Scheiß Wovor hast du solche Angst Dass ich so ende wie Sam Ich kann mich nicht infizieren Ich komme gut zurecht Wie viele Beinahe Unfälle hatten wir schon Na bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy Er ist 52 okay Weißt du Ich bin nicht sie Was Maria hat mir von Sarah erzählt Ellie Du bewegst dich hier Auf verdammt dünnem Eis Es tut mir wirklich leid für dich Joel Aber ich habe auch jemanden verloren Du hast keine Ahnung Was für Lust heißt Alle die mir wichtig waren Sind entweder gestorben Oder abgehauen Alle Außer dir verdammt Also sag nicht dass ich bei jemand anders sicherer bin Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst verdammt Du hast recht Joel hat recht Hatte gar nichts Nicht meine Tochter Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege Lass das jetzt Wir sind nicht allein Zwei kommen gerade rein Und da sind schon welche da Okay Gut spielen wir noch kurz weiter Meine Güte Eigentlich wollte ich das hier stehen lassen Aber gut Vielleicht mal heilen Meine den Punkt wo er gesagt hat Du hast recht Keine Ahnung Keine Ahnung was Verlust heißt Achso ja ja stimmt Das stimmt Gut der hat nochmal Hater Aber ich habe die Axt Die ist besser ne Obwohl eigentlich ist es egal Weil die haben bei jedem drei Drei nur noch Bogen Ja ich finde hier den Bogen nicht so Okay Oh was habe ich jetzt gemacht Habe ich das geworfen Hä Bin ich verwirrt Habe ich das geworfen Wow Hä Der ist nicht tot What the hell Dann brauchen wir den Bogen ja gar nicht Wenn er nicht stirbt Okay Ich liebe den Mahater man Geile Waffe Ja ich vertraue dem ganz nicht Du musst auch richtig treffen Ja was treffen Macht doch Ja in der Wohnung war der Bogen jetzt nicht so geil Ich habe ja getroffen So ich hätte schon treffen mit dem Bogen aus der Nähe oder was Oh wenn die noch leben Ja tun sie Cool Alles klar Okay Ich will Und Geh, Geh, Geh! Jetzt hör auf, sonst kannst du es nicht mehr lassen. Wow. Geile Aussicht. Das ist es. Oh. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Morgen wirst du vielleicht fertig mit dem Spiel. Sehen wir dann. Wie? Von und für? Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Okay, mal sehen, ob ich's jetzt hab. Wenn man den vierten Angriff versaut, kriegst du... Das ist ein Turnover. Und wenn man die zehn Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen. Dann weiß man das. Na gut. Äh, ja, beim letzten Mal sind wir... Könnt ihr euch erinnern? Hier stehen geblieben. Wir sind... auf einem Pferd geritten. Und... Was noch passiert? Ah ja, die zwei Dunkelhäutigen sind gestorben. Okay. Für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Hast du die Last of Us selig gesehen? Aber blicken können. Ähm... Ja, aber nur vier Folgen. Ich hab nicht alles geguckt. Aber ich fand die gut von dem, was ich gesehen hab. Ist da eigentlich was? Oder kann ich aussteigen? Ich kann aussteigen. Okay. Wir schauen uns lieber mal um. Ich kann Carlos überhaupt für den Namen. Feierst du Weihnachten? Ja, ich liebe Weihnachten. Also ich bin jetzt nicht irgendwie... Ich bin katholisch eigentlich, erzogen worden. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie super gläubig oder so. Also ich bin jetzt nicht religiös, sagen wir mal so. Nicht so... Also nicht so extrem. Ich bin halt eher spirituell. Ist halt was ganz anderes. Ähm... Naja, auf jeden Fall... Hasse den Namen. Auf jeden Fall... Ähm... Hallo? Rutsch doch mal. Ähm... Feier ich Weihnachten trotzdem. Also ich feier Weihnachten mega. Keine Ahnung. Ich mag die Vibes von Weihnachten. Ich mag... Ja, ich find's einfach cool. So... Liegt jetzt auch nicht nur am Essen. Teils... Also schon auch am Essen, aber... Ist halt einfach schön, find ich. Was ich meine? Bist du am Weihnachten alleine oder mit Familie? Ich bin... Ähm... Mit Familie. Ich will immer Weihnachten mit Familie. Und macht auch Spaß. Ich mag Weihnachten, wie gesagt. Also es hat nichts für mich mit Religion zu tun. Ich mag einfach die Vibes. Und ich dachte, das Spiel auf der PS5 sieht schon krass aus. Aber PC ist ja noch... Ja, ist eine ganz andere Liga. Vor allem ihr seht ja nicht mal, wie krass es aussieht. Weil ich spiele es ja noch in 4K. In 4K-Resolution. Bin gleich wieder da. Ich warte. Auf Twitch kann man ja nicht mal 4K streamen. Aber es sieht... Es sieht richtig krass aus. Oh. Ich find Weihnachten in den USA viel gellere als in Deutschland. Keine Ahnung, wie es in den USA ist, aber... Wir haben einen Feuerwerfer. Flammenwerfer, meine ich. Okay, was haben wir denn? Äh, Weihnachten ist ein harmonisches Fest mit der Familie. Ja, ich find das cool. Weiß nicht. Mir macht das Spaß. Ähm... Tja, was verbessern wir? Ich glaub, ich verbessere mal den Bogen. Aber ja, Weihnachten macht so einen Spaß. Also, gut, wenn man jetzt eine Familie hat. Oder, ganz ehrlich, Weihnachten können ja auch Freunde eingeladen werden. Muss ja nicht nur Familie sein. Also, wenn man keine Familie hat, kann man einfach zu Freunden gehen. Die nehmen wir ja bestimmt auf. Ist ja das Fest der Liebe, Leute. Da lieben wir uns alle. Also, nur an Weihnachten lieben wir uns. Ne? An den anderen Tagen können wir uns leider nicht lieben. Sorry. Das geht nicht. An Weihnachten ist aber okay. Weil es ist ja Fest der Liebe, ne? Deswegen. Ich überlege, ob ich an Weihnachten überhaupt streamen werde. Ich glaub nämlich, ähm... Hm... Schade, gute Frage. Ich weiß es nämlich gar nicht so genau. Vielleicht kurz. Morgens oder so. Ja, könnte jetzt sein, dass ich morgens streamen werde. Du musst auf jeden Fall, wenn du das durch hast, dir das was zweizocken. Das ist echt nochmal ein Stückchen krasser als der erste Teil. Ja. Aber von der Story her soll das ja noch beschissener sein, ne? Also, ja, ich weiß, dass es ist trotzdem ein gutes Spiel. Ein gutes Zeichen. Aber... Ja, die Story ist halt schwierig, ne? Ich hab das Spiel jetzt nicht durchgespielt, aber ich hab ein paar Sachen mitbekommen und das war nicht so geil. Diese Weihnachten wird bei mir gut. Meine Tante kommt, bekommt bald ein Kind. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Es wird langsam mal wieder ein Weihnachten, wo ich nicht alles... kenne, was ich bekomme. Verstehe ich nicht. Naja, auf jeden Fall hab ich mich heute sehr aufgeregt. Das hab ich noch in dem Video erwähnt, aber ich erwähne es jetzt nochmal hier. Weil dieser Mitarbeiter von meinem Provider, Internet-Provider, der war, ähm... Der war hier und ist einfach wieder gegangen. Der konnte diese Scheiß-Box nicht finden. Ihr wisst gar nicht, wie frustrierend das war. Also gut, es gibt andere Probleme, ne? Gibt es jetzt Schlimmeres? Aber als jemand, der sich damit viel beschäftigt, war es schon nervig. Was sie von ihm leben wollen? Ich hoffe, das war kostenlos, der Mitarbeiter. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, äh, wo musst du denn jetzt überhaupt lang? Genau, es wird auch nicht angezeigt, oder? Vielleicht doch einfach geradeaus? Hm. Ja. Nee, da geht's auch nicht weiter. Hm. Wenn du jetzt mal weg, muss Familie abholen am Flughafen. Denken ein bis zwei Stunden, wenn ich da viel Spaß. Mal rein, wir sehen uns. Wo soll ich lang? Keine Ahnung. Lust? Ich hab wirklich keinen Plan. Soll ich da vielleicht klettern oder hier rüber springen? Ach, das geht. Oh. Ihr seht, Leute, ihr seht das nicht im WK. Na los. Ihr seht das nicht im WK. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ihr seht, es ist immer noch 1080p. Ich seh's im WK. Wo soll ich das denn da wohl? Fireflies, meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Wirst du auch Cyberpunk spielen? Ja, hab ich vor. Hab ich auf jeden Fall vor. Hab ich definitiv vor. Also da hab ich auch richtig Lust drauf. Muss mal gucken, wann ich das tun werde. Ist ja auch mal ein längeres Spiel. Gibt nur noch paar Indie-Games, die ich vorhabe. Sowas halt. Da weint jemand. Nicht weinen. Nicht weinen, mein Freund. Kannst du in deiner neuen Wohnungen mal VR-Video machen? Ja, kann ich eigentlich machen. Wär möglich, denke ich. Was? Ich probier mal meinen Flammenwerfer, okay? Verblenden die jetzt einfach, oder? Oh mein Gott. Digga. Yo. Nein, nein, lauf, 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 lauf. Digga, der Flammenwerfer ist irgendwie scheiße. Keine Ahnung. Irgendwie funktioniert der nicht so ganz. Ja, das Ding ist scheiße. Digga. Das war das. Nein. Nein. Ich würde mich gerne... Ja. Guten Tag, King. Äh, okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe einfach was irgendwie schwächeres gedacht. Aber... Wird bestimmt gut sein gegen irgendwas. Es hängt. Hängt es, Leute? Wenn ja, muss ich den Upload erstmal abbrechen. Lass mich wissen, ob es hängt. Es hängt. Okay, wollen wir mal den Upload abbrechen. So, jetzt sollte es nicht mehr hängen. Weil ich habe nebenbei was geuploadet. Und, äh... Ja. Sorry. Es sollte gehen, oder? Ja, weil das Ding ist, ich habe... Ich habe ja noch kein richtiges Internet. Und ich habe... Das ist gut an Streams. Man sieht am Chat gleich, ob irgendwas problematisch läuft. Und ich dachte mir, ich kann streamen und Upload gleichzeitig. Aber das funktioniert nicht. Okay. Sorry. 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 Passiert. 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 Wenn ich gehe auf 720p, 60 FPS und da sieht er auch krass gut aus. Ja, klar. Also, das Spiel sieht immer gut aus. Aber in 4K ist halt noch krasser, ne? So... Einfach... Das ist halt echt crazy. So, weiß nicht. Irgendwie... Sieht das halt echt aus wie Real Life. Keine Ahnung. Astronautin, Diga. Also, ich glaube, dass das Astronauten vereinsamt, Mann. Das wäre cool. Glaub ich. Holt mal. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Naja, ich muss ja auch meine... Wollte ich wohl... Sänger werden. Ey, Sänger könnte echt werden. Er hat voll die gute Stimme. Nein, wirklich. Sing etwas. Ähm, nein. Na los. Ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Ich muss ja auch meine 4090 ausnutzen können, Leute. Warte, da oben ist noch was. Sonst habe ich hier eine 4090-Grafikkarte. Beste Grafikkarte der Welt. Oder gibt es eine bessere als 4090? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es gibt keine bessere als meine Grafikkarte. Also, es kommt natürlich noch eine bessere. Keine Frage. Es kommt immer eine bessere. Aber... Ich glaube, das ist so momentan die Beste. Und deswegen... Ja, jetzt sind sie noch 20 Spiele zu spielen. Wäre halt auch nicht so schlau, ne? Oder? Wie seht ihr das? 4K läuft hier schon super flüssig. Also, ja. Es ist nur bei mir so safe, dass die ganze Zeit abbricht. Also, bei anderen läuft es. Wenn es jetzt bei jedem lag, dann liegt es an mir. Wenn es jetzt nur bei einer Person lag. Oh, ist recht davon. Voll süß. Ich feiere, ich liebe Affen, ne? Wenn es jetzt nur bei einer Person lag, dann, äh... Ja, dann liegt es nicht an mir. Ich glaube, ich schaue mich mal hier nochmal um. Komm. Genau wie in der Serie. Was genau wie in der Serie? Also, ich habe, wie gesagt, nicht die ganze Serie gesehen. Ich habe... Ja. Hä? Wie geht es... Digga, was ist der Sinn dieser Gegend hier? Ah. Ich muss sagen, sogar in der Serie finde ich die Ellie besser als... Ups. Okay, keine Ahnung, was das war. Ich finde die Serie sogar besser als... Also, die Ellie. Obwohl nicht besser, aber mindestens gleich gut. Ich mag die Ellie in der Serie voll. Die ist voll Hammer. Die spielt auch ihre Rolle voll gut, irgendwie. Wenn ihr sie gesehen habt, und wenn nicht, dann, äh... Empfehle ich sie euch. Ich habe gehört, man darf seine Grafikkarte nicht ausnutzen, weil sonst geht sie eh kaputt. Kauf sie halt neu. Wieso arbeitest du denn? Ich meine... Für was gebt ihr so euer Geld aus? Ich persönlich gebe eigentlich mein Geld nur für so... Ja, YouTube-Sachen aus, oder... Oder Spiele kaufe ich mir, aber ich hole mir jetzt keine teuren Klamotten. Obwohl, heute habe ich Schuhe gesehen. Für 160 Euro. Und ich muss schon sagen, die haben mir gefallen. Ich habe sie mir aber nicht geholt, weil... Ich habe ganz, ganz viele Schuhe. Aber die haben mir schon gefallen. Ich habe auch ein Bild davon gemacht. Und dann habe ich überlegt, ganz kurz, soll ich sie mir holen? Da dachte ich mir, nee, wozu? Aber die waren schon schön. Die hatten so eine... Einzigartige Farbe, irgendwie. Ja. Okay. Und jetzt zum Tor. Pass gut auf. Also, ich, ähm... Habe sie mir dann nicht geholt. Gut, ich habe jetzt ein paar Sachen... Also, für Geschenke habe ich natürlich jetzt Geld investiert. Da muss ich auch Leute beschenken an Weihnachten. Bin ja auch bei mehreren Stellen eingeladen. Ähm... Und... Aber sonst gebe ich eigentlich kaum Geld aus. Aber es ist umso besser. Da hat man nie Geldprobleme. Zwar keine teuren Gucci-Klamotten, aber nie Geldprobleme. Lul. Aber ich will mir wahrscheinlich bei den Schuhen noch ein paar Meinungen. Vielleicht soll ich sie mir doch mal schauen. Jungs, habe Elden-Ding durchgespielt. Glückwunsch. Ist bestimmt eine Challenge, das durchzuspielen. Hm... Pillen... Oh, wir haben... Ich glaube, ich werde meine maximale Gesundheit noch verbessern. Oder lieber Lausch-Distanz. Messermeister, wenn ein Messer um dich aus deinem... Oh... Hm... Oh, Schwanken der Waffe. Das machen wir mal. Und dann spare ich noch. Hoffe, ohne Schaden zu bekommen. Elden-Ding ohne Schaden. Will ich sehen. Gibt es bestimmt aber. Doch, gibt es bestimmt. Irgendein crazy Typen. Töne nichts anderes in seinem Leben. Macht, außer Videospiele zu spielen. Verdammt. Sporen. Oh. Deine Hunden? Oh. Oh no. Oh. Mh... Mh... Ah, mit... Mit, ähm... Stimmt, der Bogen könnte hier richtig hilfreich werden. Mhm, guter Treffer. Ey, Bogen ist ja richtig geil, wenn es um Klicker geht. Feier ich, Mann. Ja, es gibt auch... Ja. Es gibt alles, Leute, wie gesagt. Elden-Ding ist auch ein richtig... Populiertes Game. Oh, ich hab den Pfeil wiederbekommen. Läuft, Bruder. Ich kann nix erstellen, Mann. Was ist denn mal los, Rainbow Six zu streamen? Ja, das Spiel ist halt sehr schwer, ne? Nein. Oh. Das wollte ich nicht, ich schwöre. Er hat sich doch nicht bewegt. Oh. 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 Däger. Oh. Oh. Guck mal den Pfeil an. Crazy. Ah, der Pfeil ist kaputt gegangen. Seht ihr das? Weißt du, ob die Ryzen 5 4550G ausreicht mit einer RTX 4060? Ich kenn mich mit Grafikkarten eigentlich gar nicht aus, Leute. Ich weiß nur, dass meine gut ist. Ich kenn mich eigentlich nicht mal... Ich wusste nicht mal, dass ein Prozessor überhaupt überhitzen kann. Ich wusste nicht mal, dass ein Prozessor so wichtig ist, bis vor kurzem. Oh. Gib mir das. Ja, okay, endlich. Hä? Oh, Mann. Also, ich hab nicht wirklich vom Inleben des PCs Ahnung. Das will ich damit sagen. Ja. Oh, no. Ich glaube, ich lass den... Ich glaube, ich werde den nicht mehr aufwecken. Soll ich den nicht mehr aufwecken, oder... Was hast du für einen Prozessor? Irgendwas mit I9. Muss ich mal gucken, genau. Auf jeden Fall einen sehr starken, der leider zu schnell überhitzt. Scheiß Ding. Aber jetzt ist... Jetzt... Das letzte Mal ist ein Spiel... Ähm... Also, ich hab das Problem gelöst. Beim nächsten Mal, wenn das Spiel abstürzt, dann gehe ich sofort zum Experten. Soll ich den ignorieren? Ich glaube, ich ignoriere ihn. Weck ihn auf. Naja, ist ja dumm, oder? Was soll er mir geben? Vielleicht... Ah, nee. Nein. No. Dass er dich ja wirklich aufwecken sollen. Wer kommt da raus? Wer kommt da raus? Aber safe. Gib mir einen Flammenwerfer. Habe ich dir gesagt? Ja, bis jetzt hatte ich aber recht. Weil er kommt ja nicht raus. Aber ein Verkehrmonitor würde gerne in 4K sehen. Ja, wie gesagt, in 4K kann ich erst wieder aufnehmen, wenn mein Internet da ist. Und entweder keine Videos. Oder 1080p, 60fps. Aber so ein 3 Stunden Video hochzuladen, dauert halt schon seine 3 Stunden jetzt momentan. 1 zu 0 für Danny hier, kann man echt so sagen. Irgendwie fehlt immer diese eine Sache. Und auf Twitch kann man eh nicht 4K streamen, Leute. Auf YouTube geht's, aber ich finde auf Twitch einfach streamen besser. Deswegen, YouTube geht 4K. Ist halt so, ne? Muss man einfach mal so sagen. Da geht es auch. Also, oh, so eine Lampen habe ich auch übrigens in meinem Zimmer. So eine ähnliche. Waren wahrscheinlich bei Ikea, die Jungs. Oder wer auch immer hier gewohnt hat. Ja, eigentlich reicht es auch 1080p. Keine Frage. Ich meine, Twitch erlaubt ja auch nicht mehr. Also, ist das genug, würde ich sagen. Cool. Ähm, ach so. YouTube kann zwar streamen, aber naja, fehlt... Ja, irgendwie auf YouTube ist es nicht dasselbe. Ich finde YouTube Streaming jetzt nicht schlecht oder so. Mach das Tor für uns auf. Ja, ich will ja. Aber ich weiß nicht, wie ich... Hä? Äh. Muss ich das nicht verbinden? Ich kann das nicht aufheben. Das Kabel verschwindet einfach. Hä? Vielleicht umdrehen? Probier's mal. Obwohl, ich glaube, ich liege falsch. Das muss doch gehen, oder? Ah! Tatsächlich. Wenn du Twitch-Partner hast, wirst du unterschreiben. Ich hab schon... Ich hab schon affiliiert. Also gut, ich bin auch kein Twitch-Partner. Dafür muss man auch ein bisschen größer sein. Aber ich bin Affiliate. Also ich verdiene damit jetzt schon Geld. Also indirekt, weil... Ich schalte nicht mal Werbung von alleine, sondern... Ähm... Twitch schaltet die ganze Werbung. Und irgendwie verdiene ich dadurch Geld, wenn die Werbung schalten. Also wie gesagt, ich schalte keine Werbung oder so. Nicht mal, wenn ich auf Klo gehe oder so. Obwohl... Eigentlich wär's schlau. Obwohl? Ja, weiß ich nicht. Bei 100, hast du so Vollzeit-Streamer? Ja... Ähm... Ich glaub, ja, bei 100 Zuschauern. Sollten wir jemanden teilführen. Ab 100... Ich glaub, ab... Ja, ab 75 Zuschauern kann man, glaub ich, Vollzeit-Stream. Ich glaub, ab da geht das. Ähm... 100 Abos? Ja, gut. Ja. Das Ding ist, 100 Abos sind ja nicht gleich von 100 verschiedenen Leuten, sondern es ist eher... Jemand kann ja auch Sub giften. Zum Beispiel. Wenn jemand 110 Abos sub giftet, sind halt so 10 Abos, ja, aber... Warst du an so einer Schule? Halt, ja. Von einer Person, ne? Nein, zumindest nicht als Student. Werbung ist eingeschaltet. Glaub ich. Also, ich krieg Werbeeinnahmen. Als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Obwohl ich nie Werbung schalte. Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Aber ich kombiniere das ganz gut. Und zwar, ich lade die Videos hier auch auf YouTube hoch. Also, ich kombiniere einfach Twitch mit YouTube. Vor allem, so ein längeres Spiel ist halt irgendwie auch geil, mit Chats zu spielen, ne? Muss man einfach mal so sagen. Hallo, Kev. Hm. Cool. Das sollten wir. Wutsch doch mal. Was für eine weirde Gegend hier. Ich hab das Gefühl, ich bin hier dauerlos irgendwie. Und ich übersehe Millionen Sachen. Da ist doch bestimmt was. Ach so. Ja, scheint der Eingang zu sein. Du musst mal mit Zuschauern zocken. Also, muss eigentlich, denke ich nicht, dass ich muss. Ich bin halt ein alleine Zocker, Leute. Will ich doch nicht lügen. Ich zocke ja nicht mal mit Freunden. Manche fragen mich Freunde. Hey, Bock zu zocken? Und ich so, ja, irgendwann mal. Aber ich bin halt ein... Einsamer Typ, Leute. Mach alles alleine. Fast alles. Also, wirklich. So, ich, ähm... Scheiße, ich rede ich nicht auf. Ja, willst du rüberspringen mit dem Pferd, oder was? Hm. Früher war es noch ein bisschen Frauenheld, immer eine neue gehabt. Ja, gut. Man muss dazu sagen... Ich hab YouTube sehr jung begonnen, ne? Natürlich, der Konter, den ich gemacht hab, würde ich nie wieder tun. Und, ähm... Heißt ja nicht, dass ich kein Frauenheld bin. Mehr. Sondern ich... Also, ich... Mir bedeutet das einfach nix. Hm, wie komm ich da... Hä? Soll ich schießen? Nee, ne? Halt, das ist halt... Der... Es ist halt wie Pranks, so. Immer Frauen in seinen Videos haben, ist halt wie Pranks. Ich mag Frauen jetzt nicht weniger. Frauen sind Hammer. Aber... Ach, da oben vielleicht. Oder? Komm ich da überhaupt hoch? Ich weiß es nicht. Hä? Also, ich mag Frauen. Ich find Frauen cool. Frauen sind cool. Nett, Leute? Oder findet ihr nicht? Doch, sind cool. Aber... Ja, ich würd jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich mit der Frau Videos machen, bin ich ganz ehrlich. Weil ich das für absoluten billigen Content halte. Allgemein, wenn man die Videos zu stark sexualisiert... Oh. Es ist halt... Es ist halt wie Pranks. Es ist halt so... Und das zieht dann halt auch Leute an, die auch so sind. Und da hat man halt mehr Zuschauer, ja. Aber nur von Leuten, die genauso sind und... Ja. Solche Pranks ist halt auch so ein richtiger Scheiß-Content. So ist halt... Richtig widerlich Pranks. Hab ich auch mal einen Prank gemacht in meinem Leben, glaub ich, oder so. Oder zwei, glaub ich, hab ich gemacht. Weiß ich nicht. Würde ich dazu da gar nicht mehr machen. Aber es ist halt da... Wenn man... Wenn man sehr früh mit YouTube beginnt, dann... Ist halt, ne? Ist halt so. Man wird einfach alt. Das hat nix... Das hat nix mit alt zu tun. Weil ich... Hab ja so früh YouTube begonnen, dass ich immer noch jung bin. Also, je nachdem, was man unter jung versteht, ne? Hat nix mit dem Alter zu tun, leider. Was ist denn jetzt das Pferd dort, Mann? Voll traurig. Leute, wer sich Prank-Videos anguckt... Oder Prank-Videos macht... Der hat sie nicht mehr alle. Dann lieber gar kein YouTube machen. Ist besser als das. Halt jede Art von Prank ist irgendwie komplett lame. Vor allem irgendwann musst du ja auch die Pranks krasser machen, ne? Du kannst ja nicht immer nur den Seelen-Prank machen. Und dann weißt deine ganze Familie, dass du Pranks machst. Und dann lassen die dich mit Absicht pranken. Oder ihr sprecht euch ab. Dann müsst ihr es faken. Ach, komm. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt wirklich keine Ausnahme. Pranks sind Müll. Es gibt keinen einzigen guten Prank-Channel auf YouTube. Und gab's noch nie. Und wird's nie geben. Und ich würde euch auch empfehlen, so was nicht... Vielleicht nicht aufhören, aber weniger zu schauen. Einfach nur für euren mentalen Zustand. Ähm... Hm. Sehr schön. Naja, gut. Lassen wir das. Wieso habe ich das Gefühl, gleich wird was passieren, Leute? Wenn's so zu lange ruhig ist, dann... Erwartet uns irgendwas. Da finde ich ja sogar Reaction-Videos besser als Pranks. Und Reaction-Videos sind eigentlich auch oft Müll. Weil... Ja, man. Also, keine Ahnung. Ach so, wir sind schon da. Ist auch egal, Leute. Jeder darf das machen, was er will. Hä? Ach, Messer, ne? Machen wir. Ja, wie gesagt, ist auch eigentlich irrelevant, bin ich ganz ehrlich. Weil... Manche Leute tun so, als wäre das wichtig, was für Content man macht. Eigentlich ist es voll unwichtig. Weil... Also, ich finde nur... Oft zeigt das einem das so ein bisschen aus. Also, das, was du so machst in der Welt, das zeigt, wer du auch oft bist, so. Und... Ja. Ne, die Leute, die halt so solchen Content machen, da merkt man halt, was für Menschen das sind. Und... Die Leute, die andere Content machen, sind halt eine andere Art von Mensch. Ganz einfach. Aber im Endeffekt ist das irrelevant, weil... Habe ich auch schon heute im Video erwähnt. Ich habe ja ein Video gemacht zu diesem Internetthema. Und da habe ich auch am Anfang gleich erwähnt, das ist kein großes Problem eigentlich. Ich habe mich so aufgeregt und ich war ziemlich sauer. Aber ich habe gesagt, das ist nur ein eigen... Ein Problem, was vom Kopf erstellt wurde. Es existiert nicht wirklich. Also, Internetprobleme, Digga. Das ist kein Problem, was ich meine. So, es ist einfach kein Problem. Ja, Reaktion-Videos sind... Okay. Kommt drauf an wie, ne? Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Körper. Es gibt schon gute, ja. Aber... Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Okay. Wir sind hier auf jeden Fall nicht richtig, glaube ich. Aber gut. Weiß jemand eigentlich noch, wie lange das Spiel ungefähr dauert? Ich schätze immer so vier Stunden. Aber lasst mich wissen, wenn ihr es besser wisst. Das feiert halt so krügel manchmal, ja, glaube ich. Wieso kann ich? Achso. Also, ich meine das Spiel, wie lange das dauert. Bestimmt keine zwei Tage mehr. Das glaube ich nicht. Wäre ein bisschen weird. Ich rede von Stunden. Zockst du den auch? Ja. Aber er kommt ja erst am... Ich glaube, es lohnt sich nicht, den zu zocken vor dem 19. Januar, weil da kommt ja das Remake raus. Deswegen. Vier Stunden kommt hin. Okay. Ob wir es heute schaffen, dann nehmen wir es schon auf. Ah, obwohl? Vielleicht können wir das Spiel heute noch schon beenden. Könnte sogar funktionieren. Hm? Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere... Je nachdem, ob er sich verläuft. Ja gut. Kann passieren. Wird ich auch nicht lügen. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute. Gerade ist mir das bisher hier sehr ruhig. Ich glaube, gleich passiert was. Du streamst nicht mal eine halbe Stunde? 39 Minuten steht hier. 44 Minuten Streaming. Ich habe gar nicht davon geredet. Also es wird wahrscheinlich... Ja, selbst wenn es nicht... Also es wird auf jeden Fall das letzte Video auf YouTube. Wenn es jetzt wirklich nur noch vier Stunden dauert. Mist. Ähm... Das sind dann nur Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Hm. Aber auf YouTube wird es auf jeden Fall das letzte Video dann sein. Aber wie gesagt, wir schauen mal, wie lang es wird. Ein paar vier Stunden sind jetzt auch nur geschätzt. Oh, Pilzwachstum. Krass. Ich frage mich überhaupt, wieso ich Pilze mag. Eigentlich voll widerlich. So Pilz... Hat hier auch was mit Negativität zu tun. So Fußpilz. Oh, süß. Ich habe vor, es gibt so Affenzommys. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ist abgestürzte Stream. Ach so. Oh. Das wusste ich nicht. Zum Glück nehme ich Stream und Audio separat auf. Äh, ich meine Stream und Recording für YouTube nehme ich separat. Also, ich mache beides gleichzeitig. Deswegen sollte auf YouTube alles okay sein. Kann ich jetzt mal bitte etwas erstellen? Mann, ich bekomme das irgendwie nicht. Hm. Schade. Da komme ich nicht durch. Das wird laut. Ich habe kein gutes Gefühl. Das wird laut. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ...ganze scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit. Vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Scheiße. Sie attackieren uns, Leute. Scheiße. Scheiße. Spaß. Kriegen wir schon hin. Was hältst du deine Meinung zu Burukaiteko Ishii? Finde ich richtig geil. Burukaiteko Ishii 2, glaube ich, war das. Habe ich richtig krass gespielt. Das war mein... ...einer... ...da habe ich immer bei einem Kumpel geschlafen. War schon geil. Dann haben wir ja das Spiel mal gespielt. Der hat über die Axt. Die Geist war gut. Über die Axt. Das war richtig geil. Also ich feiere das Spiel. Zumindest... Also die alten Teile. Das Remake sieht komplett gut aus. Du meinst, du lachst sowas, ja? Das stimmt allerdings. Sieht richtig geil aus. Also ich kenne es nicht richtig. Ich kenne es nicht richtig. Buruka... Was? Es kommt Neues? Ich kenne es lieber Draymond. Da drüben! Voll schade eigentlich, dass die Wii nicht so gut verkauft wurde, ne? Ich finde das eigentlich voll die gute Konsole. Also ist halt einfach so, die Wii ist eigentlich für die coole Konsole, finde ich. Und wusstet ihr, anscheinend kann man auf nem Wii Emo... Kann man sogar die Switch-Controller benutzen. Wusstet ihr was? Soll anscheinend möglich sein. Oh, ich glaube ich sollte mich lieber heilen. Ja, anscheinend soll das gehen. Habe ich auch nicht ausprobiert, aber... Ja, eigentlich ist ziemlich cool. Wird auch Sinn ergeben eigentlich. Weil ist ja so ähnlich, ne? Halt mit diesen... Weil ich wollte Mario Galaxy spielen. Ja. Ich fühle die Grafik bei der Wii nicht. Ja, die ist schleiße, aber... Ja, Nintendo ist ja nicht Grafik und so, ne? Nintendo ist ja eher... Ja. Hopp, Hilfe! Los, Ellie, kümmere dich um ihn, während ich hier mein... Regel. Ich hab ne Wii, aber nicht viele Spiele. Kaufst du sie mir? Spaß! Ellie, Hilfe! Oww. 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 Du musst dich jetzt krankschreiben lassen. Glaube ich auch. Oh, das ist auch keine gute Stelle. Ja, keine gute Stelle, um getroffen zu werden. Ich habe sogar Madrigalaxi 2. Ja, ich habe nicht meinen ersten Teil gespielt. Ich kann immer noch schießen. Plastisch drauf und weiter geht's. Naja. Ich glaube, es ist Schlafenszeit so, oder? Ich glaube, es ist Schlafenszeit. Komm schon! Mist! Na los, Mann. Du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Du hast meine Freunde getötet, Arschloch. Na los, raus da. Machen wir es auf die harte Tour. Oh, Mann. Joel, einfach mal im Arsch. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm... Möchtest du aber auch den ärztlichen Attest? Ja, weiß ich nicht. Ob das da hilft? Ist ja jetzt nicht so schlimm, was passiert ist, oder? Ist jetzt kein gesundes Moment, wie zu Hause zu bleiben, oder so. Ich denke, er kann auch arbeiten. Schnell! Du machst es gut. Nur weiter so. Durch die Doppeltür. Ich komme. Oh, Mann. Hier. Halt dich fest. Nein. Hier kannst du laufen. Passiert mir jeden Tag. Dann lauf doch auch. Naja. Ist halt jetzt nicht so ne... Ist halt jetzt kein Schatzer, ne? Das ist das Ding. Es tut schon weh, vor allem... Ja, es tut schon weh. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm. Hey. Hey. Joel. Hinter dir. Was? Ellie. Bleib bewaffnet. Vorsicht. Hey. Oh Mist. Oh Mist. Du kleine Rande. Oh. Yo, Ellie. Voll das Biest einfach. Sie könnte ihm helfen beim Fragen. Ja, ist so. Steh auf. Eigentlich schon. Ja. Legt dir Arme um mich. Okay. Wir gehen. Jetzt hilft sie. Ich schwöre dir. Wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Wenn wir das schaffen. Träum weiter. Du musst schon ein richtig witziger Typ sein, wenn du Humor hast. In solchen Fällen. Scheiße. Oh well. Einfach gespeit. die hat das schießen von danny gelernt kann man so sagen ich glaube hier sind wir sicher Winter jetzt schon? Ernsthaft? Wie digga? Ok da gab es doch ein meme oder nicht von dieser stelle wo die eine frau so gesagt hat so wie cute und dann wurde er es erschossen Kennt jemand diesen meme? Das wird nicht lang reichen Ja genau wo die frauen fängt zu weinen Das ist ein richtig geiler meme Und da gibt es noch so einen Clip von so einem männlichen Streamer und der lacht dann Könntest du nicht? Ähm, muss ich mal anschauen Rabbit, Meme, lasst du was? Oder so Oh wir spielen jetzt Ellie voll klasse Feier ich Ey, warte wir spielen dann auch das DLC ne? Weiß ich mal wie lange das DLC dauert ungefähr? Das werden wir dann wahrscheinlich ausspielen denke ich sogar Och digga Oder wollt ihr das DLC überhaupt sehen? Ja ne? Das gehört ja dazu Ja, also mit dem Pfeil zu aimen ist halt schon, also mit dem Bogen zu aimen ist halt schon echt nicht ohne Digga das Ding nervvoll Zwei Stunden laut Google Ich denke wir spielen das auch nochmal, oder? Also wenn schon, dann richtig Weil wir haben das DLC ja hier auch Wo ist es denn? Scheiße! Digga! Was soll ich denn machen? Scheiße, äh, Elch Oder weh, oder was auch immer du bist Immer High Ground haben, Leute Da hinten Da hinten Hm Ich treff das nicht so leicht Halt, ich find das schwer mit dem Bogen zu zielen Ruhig Ruhig Hab dich Keinmal Keinmal, aber nur Wie bist du mit Hate umgegangen, wenn du früher YouTube gemacht hast? Ja, also Einfach ignorieren ist doch egal Du würdest immer Hate bekommen, also nicht nur auf YouTube, sondern Oh, guck mal das Blut da sieht voll geil aus Komm, da kommt halt immer Hate, ne? Also egal ob du Ob du YouTube machst oder nicht YouTube spielst voll keine Rolle eigentlich Hate ist halt etwas, solange du mit Menschen zu tun hast Im Internet ist es natürlich anonym, das heißt Eigentlich versuche ich das hier, ich will es gar nicht töten, aber gut Ähm Ja, wird immer so sein Digga, wie oft denn noch? Ist der schnell Wo ist das Ding jetzt hin? Also, einfach ignorieren Mehr kannst du nicht machen Das würde dich aufregen, dann Wechsel drüber hinaus Und gut ist Also das kann man einfach nicht verhindern So, also es spielt jetzt keine Rolle, ob es jetzt YouTube ist Oder Twitch oder Irgendjemand mag dich nicht Deswegen Momentan mache ich mir eher Sorgen Irgendwas mache ich falsch Zu viele Leute reden gut über mich Will ich gar nicht eigentlich Will ich echt nicht Weil eigentlich ist es richtig, wenn du auch mal gehasst wirst Kontrovers sein ist ganz gut Also ist alles nichts verkehrt Also wenn du Hate bekommst, machst du eigentlich alles richtig Ist so Also gut Es gibt auch Leute, die Die werden nur gemocht Oder gefühlt nur gemocht Aber Ja, willst du das? Will man das wirklich nur gemocht werden? Ich mag das eigentlich, wenn Leute mich auch nicht mögen Ich mag Ich will ja jetzt auch nicht mit jedem Keine Ahnung was zu tun haben Ich bin ja sowieso ein Einzelgänger, also mir ist das egal, ob Leute mich mögen oder nicht Ob die mich mögen Ich bin Einzelgänger, ob die mich nicht mögen Ich bin Einzelgänger Aber klar, ab und zu mache ich auch was mit Freunden Also ich bin jetzt nicht komplett der Einzelgänger Was ist das für ein Ort? Aber größtenteils schon Es ist tot, oder? Ich warte, es ist tot Guck mal, es ist wohl schon verblutet, oder? Ja Ja, cool Wer hat gesagt, dass wir dich mögen? Ja gut Das hier geht ganz böse ins Auge Das gilt auch für dich, Sportfreund Was wollt ihr? Ähm, ich bin David Das hier ist mein Freund James Wir sind eine sehr große... Heute kriegst du's durch? Frauen, Kinder Schauen wir mal Wie bei mir Frauen und Kinder Und alle haben viel Hunger Tja Vielleicht können wir dir dir was für das Fleisch da geben Und was brauchst du? Waffen Kugeln, Kleidung Medizin Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja Im Lager Du kannst mit uns kommen und Ich geh nirgendwo mit euch hin Dein schweigsamer Freund da kann sie holen Wenn er damit wiederkommt gehört das Fleisch euch Wenn jemand anders kommt Dann geht das ganz böse ins Auge Genau Zwei Flaschen Penicillin und ne Spritze Und beeil dich Geh schon Das Gewehr nehm ich Na klar Jetzt zurück Das wird ein bisschen dauern Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit Ich find voll gut wie sie ist Dass sie nicht so naiv ist Find ich's richtig gut Na also Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein Ich mag's wenn ich allein bin Verstehe Ähm Deswegen mag ich Ellie so süß wie ich Warum? Okay Ich verstehe Es ist nicht leicht Ein paar Fremden zu vertrauen Und Und der Verletzte Du machst dir große Sorgen Es wird bestimmt alles gut Vielleicht Du hast noch ne Waffe? Sorry Okay Ich Ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück Nein, du hast eine Pistole Ich hoffe du kannst damit umgehen Ist nicht mein erstes Mal Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen Hoffentlich finden sie nicht Bewacht die Fenster Voll gut dass wir Ellie jetzt spielen Feier ich Also ist jetzt egal was für ein Equipment wir mit Joel hatten Oder kriegen wir das zurück? Kriegen wir das zurück ne? Oder Spieler Bist auch Der Schuss muss sitzen ein Alter so kleine I Oh yo du hast recht du kannst mit dem Ding besser schießen Wie cool auf sie die Zombies. Ey, stimmt. Ist wirklich so? So ein böser Mann kann ja nicht sein, wenn er mir hilft. Oder? Oh, das ist noch ein Klicker. Scheiße. Oh, oh. Ja gut, vielleicht nicht ganz so wickelhaft wie die Zombies, aber auf jeden Fall so ähnlich. Haben wir sie jetzt? Oh mein Gott. Können wir mich heilen mit Ellie? Ja. Ja, sofort. Okay, das ist schlecht. Lauf. Nein, nur noch die Munition mit. Ich konnte mich nicht heilen. Bewacht die Treppe, das ist ein Witz. Kann ich mich jetzt mal heilen, bitte? Für eine Sekunde. Er hatte mich ja erschießen können schon längst. Ich war hier noch nie. Deswegen glaube ich mal, dass er nicht zu böse ist. Jetzt umsonst die Idee umgelegt. Oh, ja, stimmt. Warte mal. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Wir haben hier das Equipment von Joel nicht mehr. Schade. Hä? Wir können die... Ey, Digga, ernsthaft? Digga, Ellie, wieso bist du so langsam eigentlich? Kannst du nicht mal schneller sprinten? Oder was ist da los? Aber ich habe voll vergessen, dass wir sie auch spielen werden. Eigentlich voll cool. Scheiße. Nimm einfach den Bogen. Hallo, Lejo. Superfrieden, den Klicker. Headshot zu geben, ne? Feier ich. Oh, da ist noch was. Seht ihr das? Danke. Ich glaube, ich gehe... Soll ich nach unten gehen? Ich glaube, da ist was. Hier sind immer noch weitere Klicker. Oh, mein Gott. Okay, nice. Nein. Ich hätte lieber Medikette stellen sollen. Ich wäre, glaube ich, ein Tickchen schlauer gewesen. Okay. Wo ist der Bruder? Moin, Neuer. Ich bin nicht neu. Und das ist unangenehm. Uh. Okay, ich liebe den Bogen. Wenn man die Pfeile zurückbekommt. Voll geil. Leiterklattern. Oh, das Leiterklattern war aber keine 10 von 10. Oh, mein Gott. Oh, da bist du ja. Komm schon. Da ist die Tür. Der Typ blöttet mir schon auf den Arsch auch. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Gleich, Digga. Gleich. Entspann dich mal. Kann ich mich mal hier ein bisschen umgucken? Ach so. Also, ganz ehrlich. Er hat mich ja nicht erschossen. Also kann das ja nicht ein totales Arschloch sein, oder? Obwohl jemand hat gesagt, er ist böse. Obwohl Spoiler eigentlich nicht erlaubt sind. Aber, ja, wie soll ich da hochkommen? Soll ich zaubern, oder was? Was ist das für ein Spiel? Das hat euch schwierig, wenn man mir so eine Frage stellt, ne? Bisschen so, als würde ich Pokémon spielen. Und du fragst mich, was für ein Spiel das ist. Trangball, ja. Trangball. Wir kriegen gleich ganz gelbe Haare. Und dann geht die Party ab. Trangball hat sich halt sehr stark verändert, ne? Wir spielen, also die Hauptprotagonistin ist ja so eine Frau jetzt. Und sie fängt mit Waffen an, bevor sie zum Super Sergin wird. Oder, ja, Call of Pokémon heißt es auch, ja, stimmt. Und dann geht's darum, dass wir... Und dann geht's darum, dass wir... ...einen Weg suchen, um zum Zombie zu werden. Okay, nein, gleich Spaß. Ich hoffe, damit. Ich hoffe, es gibt wirklich ein Spiel, wo das Ziel ist, ein Zombie zu werden. Wäre eigentlich schon lustig. Lustig, lustig. Ja, äh, witzig. Achso. Ist bestimmt bei dem neuen The Walking Dead-Spiel so. Bei The Walking Dead Destinys, da musst du bestimmt... Na, los! Da ist ja bestimmt das Ziel, zum Zombie zu werden, oder? Ich glaube, der eine Zombie hat auf dem Orgasmus, Leute. Voll hot. Voll der hotte Zombie, Leute. Ich liebe es irgendwie, wenn junge Menschen alte Menschen alter Mann nennen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich glaube, ich habe zu viele Animes gesehen. Oder? Wisst ihr, was ich meine? So, in Animes werden voll oft junge Leute nennen ältere Menschen so alter Mann oft. Digga, wie soll ich denn bekomme ich hier, bitte? Krass. Bereit machen. Bereit, ihre Zeit. Bereit, bereit, ihre Zeit. Boing. Boing. Ach, scheiße. Doing. Boing. Boing. Bestes da, ihr Mist da. Bist du mir aus? Fertig mit auspacken, ja. Hast du das? Sie sind auf dem Dach. Ich weiß. Oh, Digga. Er schießt automatisch, ich schwöre. Oh, nein. Oh, nein. Okay, ich habe noch eine Pistole. Oh, warte, der hat, der hat, äh, Munition. Uncool, Digga. Uncool. Ah, Mann. Noch mehr, Digga? Ach, du Scheiße. Nicht heute. Hängt das wieder an den, ja? Das Gefühl habe ich aber nicht. Da kommen mehr. Wie viele von denen gibt es denn? Deine Arme. Deine einfach dran. Ehm, Gott. Der Ehm, Gott ist da, Lul. Hallo, gib mir die Munition. Nein. Ja, Digga. Nein, 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 nein. Ich habe nicht so viel Leben. Au, ich bin gleich tot. Okay. Ah, ich bin gleich tot. Oh, das ist gar nicht gut. Ich würde mich echt gerne heilen, Mann. Ich würde mich echt gerne heilen. Hab ich Zeit? Nein. Oh, no. 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 Ernsthaft, Digga. Achso, der ist jetzt gestorben dadurch. Bitte stirb. Okay, ist er tot? Nein, natürlich nicht. Okay. Molotow Cocktails, Beste. Hey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher unwirklich. Ja, ist wirklich so. Ich überprüfe die Brücke. Was würdest du machen, wenn ich eine Zombie-Apocalypse ausbrechen würde? Keine Ahnung. Irgendwie würde ich das taurig finden. Irgendwie würde ich auch feiern. So, irgendwie ein bisschen Action, so ich meine. Ist eigentlich cool, oder? Aber, ich meine, ja, es ist dann auch wahrscheinlich Krieg und so. Also, ist nicht geil. Ich würde es eher nicht bevorzugen. Aber wenn es passiert, wäre ich jetzt nicht depressiv oder so. Zu Hause bleiben. Dann lasse ich mir das Geld einfach, äh, ich meine, das Essen einfach bestellen. Bei, ähm, Lieferdiensten. Ist doch easy, oder? Und wir streamen dann einfach. Ist doch, dann spielen Videospiele. Hör mal. Ist doch chillig. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Solange die Walking Dead Zombies sind und keine Klicker. Ja, nee, also das wäre, man kann nicht einfach zu Hause bleiben. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine? Ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Und deswegen essen wir jetzt Menschen. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt, in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Oh. Sie sagten, die anderen wurden... Oh-oh. ...und einem... ...verrückten Mann. Oh-oh. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte... ...ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Runter mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Ich glaub, äh, was... Da war ein interessanter Kommentar. Äh, es wär krass zu sehen, wie die Natur alles übernimmt. Ja, ist wirklich so. Das wär richtig krass. Die Städte wären alle grün. Überall wäre Moos. Halt wie ein Lars oder was, ne? Ich vertraue niemandem, der Waffen bei sich trägt. Allgemein vertraue allgemein niemandem. Ich vertraue wirklich keiner einzelnen Personen, Leute. Außer meine Katzen. Wer vertraue ich? Sonst vertraue niemandem. Niemandem. Allgemein, nicht nur in... Auch im normalen Leben, nicht? Also zumindest nicht zu 100%. Schon riskant seine Katzen zu trauen. Ich hab nicht viel zu essen gefunden. Stimmt eigentlich, hast recht. Ich hab das hier. Okay, heb deinen Arm. Deine Katzen planen was Großes. Digga, sie lässt alles rausspritzen. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst das, Joel. Da gibt's eine Narbe. Ich glaube, das ist ein kleines Problem. Oh. Oh, scheiße. Der ist, du wird reingeballert. Eigentlich gemütlich mit diesem Hintergrund, ne? Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich feiere auch den Tisch sehr hart. Diesen hier. Finde ich ein richtig geiler Tisch. Habe ich gestern Sushi drauf gegessen. Leider, als ich Sushi bestellt habe, weil der Typ hat mir halt geholfen bei Bilder aufhängen, weil ich kann sowas nicht. Und, ähm, Schank geholfen. Sowas halt. Und da habe ich Sushi bestellt. Auf jeden Fall war da ziemlich viel Plastik dabei. Vielleicht war ich ein bisschen unnötig. Wie geht's, mein Süßer? Lull. Was kann man mit Kanalpunkten überhaupt machen? Überhaupt machen bei Twitch. Eigentlich wäre es cool, wenn ich ein paar Emotes kaufe. Ich glaube, ich mache es, Leute. Ein paar Emotes erstellen. No! Scheiße! Kacki, Dreck! Nicht Ferdinand! Alles nur nicht Ferdinand! Neeein! The Curry! Danke für das Abo! Herzlichen Dank! 23 Abonnenten, Leute! Wir kommen den 2000 näher! Hä? Oh, Mist! Das wusste ich nicht! Hä? Oh, Mann! Ich meine, beste Leistung. Das ist ja echt gutes Aim. Wir kommen im Club, genau. Wie voll. Verarschen? Oh, nein. Und danke für die 100 Bits. Herzlichen Dank. Appreciate that. Ist sie da drüben? Hier ist weg. Weiter. Scheiße. Oh, jetzt werden die mich weggejallern, Leute. Hilfe. Oh, mein Gott. Ach, ich dachte hier, Mann, das wäre hinter mir. Mich verlieren. Ist sie da drüben? Hier ist sie hin. Ein kleines Mädchen tötet mehrere Erwachsene. Muss man sich auch geben. Könntest du auch machen, zum Beispiel 2000 Kanalpunkte ausgeben und dann musst du zum Beispiel fünf Fliegenschütze machen. Ah. Hm. Also sagen wir, wenn jemand... Warte, Leute, haben hier 12.000. Sagen wir, jemand hat eine Million Kanalpunkte. Dann spiele ich mit ihm zum Beispiel ein Videospiel oder wie. Ja, ich glaube, ich würde es eher so machen, dass ich... mit Emotes arbeite. Aber diese Emotes sind halt teuer, ne? Sonst wäre es ja traurig. Ganz viele Streamer haben Stay Hydrated und dann müssen die halt was trinken. Okay. Scheiße. Guter Treffer. Ja, also... Ja, also... Ja, gut. Man kann schon gute Sachen machen auf jeden Fall, aber... Ich würde wahrscheinlich Emotes priorisieren, dass ich regelmäßig mal 50er für Emotes raushaue oder so. Weil ich verdiene ja schon über 50 Euro mit Werbung hier. Obwohl ich ja noch kein großer Streamer bin oder so. Aber ich schalte ja auch keine Werbung, aber irgendwie kommen 50 Euro rein, wenn ich natürlich streame. Die kann ich ja auch in Emotes investieren. So viel kostet ja ungefähr neue Emotes. Wir werden auf jeden Fall damit irgendwas machen. So auf Stream. Ich trinke kein Alkohol. Das ist das Ding. Ich trinke wortwörtlich kein Alkohol. Das letzte Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, war wirklich vor... Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, so lange ist es her. Bestimmt vor sieben Jahren. Das einzige ungesunde, was ich getan habe in meinem Leben, war das Shisha-Lauchen. Und das habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr getan. Also ist halt schwierig, ne? Wenn es auf Stream. Ist mir auch nicht wert. Also wäre zwar bestimmt witzig, aber ehrlich gesagt, ich habe auch Angst vor Alkohol, muss ich irgendwie sagen. Weil ich halt... Ich bin halt jemand, der ist ziemlich bewusst. Und ich hatte Angst, irgendwie keine Kontrolle mehr zu haben über mich selbst, oder? Also jetzt ohne Scheiß, so. Cool, was heißt Angst davor? Aber man vergiftet sich ja. Ist halt so, man vergiftet sich einfach nur. Nur viele denken halt, das ist normal, weil sie halt... Weil es halt die Erwachsenen alle machen, aber das ist nichts Normales, Leute. Das Leben dachte sich nicht so... Jo, betrink dich. Fast Food, genauso wie Fast Food. Aber ja, ab und zu mal kann man auch was essen. Soll ich gestern habe ich auch Sushi gegessen. Also ich bin jetzt nicht dagegen oder so. Aber wenn dann Fast Food, dann eher... Na ja, ganz ehrlich, nicht so... Nicht sowas wie... Wenn Fast Food, dann halt richtige Restaurants, bitte. Das ist dann auch kein Fast Food mehr, aber... Ist einfach keine Scheiße, Mann. Das ist wirklich nicht normal. Wenn das die meisten machen, okay. Aber das Leben wollte nie, dass wir so einen Scheiß essen, was ich meine. Es macht wortwürdig ohne Scheiß. Es macht Spaß, sich gesund zu ernähren. Und damit... Ich finde auch Pizza okay. Wie komme ich jetzt da hoch, Digga? Ich bin verwirrt. Weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ach so. Ja, sowas wie Meckes, Leute. Ihr werdet selbst merken, dass es Müll ist. Aber nicht nur Meckes, sondern auch an die anderen. So Restaurants sind okay, weil das ist ja frisch, was ich meine. So, hier geht's in den Restaurants und die machen's ja frisch. Egal, was hier ist, frisch ist immer gut. Aber bei so richtigen Fast Food Läden, die machen das nicht frisch. Ja, Subway ist auch noch in Ordnung, aber auch nicht wirklich, weil auch Brot und sowas sollte immer frisch gemacht sein. Finde ich. Also, ist es eigentlich egal, was man isst, solange es frisch ist. Und Fast Food Läden unter Massen produziert, das heißt, es ist einfach nicht frisch. Und das ist mein Problem damit. Es ist nicht mal, dass es nicht vegetarisch ist, weil ich esse ja auch vegetarisch. Aber selbst Fleisch frisch gemacht ist wichtig, dass es frisch ist, wenn ihr es isst. Am besten ist es, sein Tier zu töten und dann selbst im Lagerfeuer zu braten. Das wäre so meine, meine, also, was ich machen würde, müsste ich jetzt Fleisch essen. Würde ich das Wort, würde ich selbst töten. Mit einem Bogen. Und ich finde, das hat sogar Stil. Ich finde nur, es hat gar keinen Stil, das aus Plastikpackungen zu holen. Nee, nee, Fleisch, Rohessen ist frisch. Nee, das ist nicht frisch. Das ist einfach, du lebensmüde. Das empfehle ich jetzt auch nicht. Ach komm, ich tue dir einfach so die Bastarde. In-Re-Lifestream mach's, mach ich nicht, Leute. Kompletter Müll-Content. Also nicht alle in-Re-Lifestreams, aber viele sind sehr, sehr schlimm. Manche Leute verstehen nicht, wie wichtig eigentlich frisches Essen ist. Und es schmeckt auch viel besser. Also ich bin, ich sag niemandem, was er machen soll, so, ne? Aber ich selbst merke es ja an mir selbst. Es ist voll geil, einfach selbst zu kochen und das zu essen. Tja, gute Frage. Ach da. Salmonellen. Was war das Salmonellen? War das, war das, das ist doch aus dem Meer, ne? aus dem Meer ist auch gut, ja? Also, kann man alles machen, solange es frisch ist. Ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern, aber ich hab wirklich das Gefühl, wir kommen dem Ende nahe, Leute. wieder. Ups. Oh mein Gott. Au. Was für ein Lappmann. Oh mein Gott. Hallo. Null, was für ein Trottel. Versager. Ellie ist voll das klasse Kind eigentlich. Eigentlich, macht das eigentlich Sinn, dass ein Kind, ich meine, mit einer Pistole kannst du halt viele Leute eliminieren, eliminieren, ja, aber schon crazy, dass ein Kind das so macht, ne? Schon ein bisschen crazy. Ellie ist halt irgendwie crazy, würde ich ganz ehrlich, Leute. Nein, 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 nicht werfen. Wisst ihr, was meine Kasse gerade tut? Die, ähm, die kuschelt mein Bein die ganze Zeit. Halt still. Ich leite dir das Leben. So ist gut. So ist gut. Jetzt ist sie weg. Oh. Essen die Menschen, Digga? Wo will der Ellie essen? Oh. Ich glaube, der will Ellie essen. Ich glaube, das sind Kannibalen. Ich glaube, der will Ellie essen. Deswegen füttert er sie auch. Oh, nee. Lass mal lieber. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen. Und tun, was notwendig ist. Du glaubst, er experimentiert die Klicker? Weiß ich nicht. Das war komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Du bist ein Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sage ihnen. Ellie war es, die dir einen Scheißfinger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Kleine Stöcke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ja, man, this is all back. Ich habe auch drauf gewartet. Okay, wir fangen erstmal langsam an, finde ich gut. Macht ja auch Sinn. Wir haben uns ja wohl ja ziemlich stark verletzt. Er sieht aus wie neu. Aber ich glaube, die essen das wirklich, das Menschenfleisch. Also gut, ich sage jetzt auch nichts dagegen, weil gut, um das Überleben, wenn es um das Überleben geht, ne? Keine Ahnung, was man da tun würde. Aber, ja, weiß nicht. Essen würde ich es nicht, was die mir geben. Muss nicht schmecken, muss nicht schmecken, muss wirken. Ja, gut, kann man so sagen. Solange man, ne? Muss wirklich nicht schmecken. Aber, ähm... Ja, Menschenfleisch ist halt schwierig, ne? Weiß ich ja nicht. Schon echt eklig. Vor allem, wenn jemand schon keine Tiere isst, versuche ich mal zu überlegen, Menschen zu essen. Ist ja noch wühe da. Und wir haben hier kein Pferdchen mehr. Ferdinand ist ja weg. Aber guck mal, wir haben alle Waffen noch. Wo ist Ferdinand? Nein. Nee. Shit. Er lebt er noch. Oh je. Ich feiere die Pistole, ja. Endlich jemand weiß, was für ein gefährlicher Typ ich bin, Mann. Wo ist sie? Wo ist sie? So oder so, ihr werdet reden. Du wirst noch nicht, mit wem sie sich anlegen. Wo ist er denn? Geh mal der Volver her. Kurz Herzinfarkt. Habe ich auch nicht erwartet, dass die sich so schnell zeigen. Hä? Die... Die sind weg? Null? War das nicht so schnell, wo wir mit einem Pferd rübergebrannt sind? Oh je. Kann ich da ins Haus vielleicht? Und da looten? Ja, wir müssen denen mal ein bisschen hier Respekt beibringen. Ist ja einfach so. Ja, so bringt man den Kindern Respekt bei, Leute. Seht ihr das? Keine Hausaufgaben machen. Muss man denen halt beibringen, ne? Spaß, habe auch nie Hausaufgaben gemacht. Ich glaube, hätte ich ein Kind. Wäre mir egal, ob es Hausaufgaben macht oder nicht. Ich glaube, wäre ich jemals Vater. Soll es machen, was es will. Scheiß auf Hausaufgaben. Also es sind halt echt unnötig Hausaufgaben, ne? So nach der Schule solltest du halt Freizeit haben. Und nicht Hausaufgaben. Mal ran, Digga. Das ist irgendwie auch dummisch, das. Scheiße. Tja. Scheiße. Was willst du von mir? Was soll denn... Voll eine gute Idee von Joel. Du bleibst hier. Gleiches reinstechen. Fuck! Jetzt zieh mich an sie her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Er will sie erst Spielzeug haben? Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frakel doch. Na los. Ich lege nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! 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 Sie haben mitbekommen, in Summer Games gehackt wurde und sehr viel geleakt wurde. Schau auf! Na los, komm! Nee, in Summer Games, für was der Spieler sind die bekannt. Schau auf damit! Ah! 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 Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Spider-Man? Hm. Ach stimmt, Spider-Man. Was vorher denn geleakt? Irgendwas interessantes? Ja, echt mutig von ihr. Richtig krass, Leute. Richtig krass. Richtig krass. Aber jetzt kommt ja Joel. Okay. Ich schaff das. Joel! Ich glaube, man würde nicht Joel sagen, sondern Joel! Wollen wir ab heute Joel nennen? Oder lieber Joel? Hm. Wollen wir das nicht so sicher, hätte ich gesagt? Ich glaube, ich bin Joel! Wer hat geschossen? Infeziert. Was? Das ist infiziert und geflohen. Das ist schlecht, Daniel. Wenn du mal spielst, kross. Voll kross. Joel! Oh, verdammt! Oh, da ist jemand. Joel! Joel! Ja, Venom hat's Spiel, das wird gezockt, Mann. Venom ist einer meiner Lieblings-Marvel-Charaktere. Ich liebe diese Passagen, wo man nicht kämpfen muss. Oder nicht kämpfen kann. Keine Sorge, Leute. Gleich kommt Joel! Und er hilft uns dann. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Okay, ich hoffe, nervig zu sein. Einmal noch, okay? Ich pass. Ich hoffe. Joy! Okay. Nein. Nein! 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 Das ist crazy. Ich seh sie halt. Oh. Ich seh sie halt nicht, ne? Hä? Ach, da. Ist sie da? Sie ist nicht hier drüben. Nein! Nein! Die hab ich's gefunden. Okay, ich bin tot. Oh my God. Lauf. Bist du? Ey, 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 ey. Kommt. Spaß dich auf. Ach so, vielleicht. Will ich den Toten? Eigentlich könnt ihr mir seine Waffen schnappen, ne? Oh, sie sind überall. Funktioniert das? Ich will das mal testen. Ja. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh nein. Ich bin tot. Ich hab dich. Ich hab dich. Du geh. Ja, eins beibeißen. Lauf, 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 lauf. 2025. Ja, passt ja. Venom. Oh, Venom hat auch so eine coole Stimme, Mann. Wir sind Venom. Bein? Was meinst du mit Bein? Oh, ne. Zwei. Nein. Nein. Das war's. Lauf einfach. Ach, scheiße, da geht's nicht lang. Wow. Jäger. Ich wollte hell, war das für eine Dimension, Junge? Wir haben schon ein Problem. Und wir werden es lösen. Bleibt wachsam. Findet sie. Bisschen crazy, oder? Oh. Der ja geht auch da hin. Der will nicht hingehen. Nein, alles okay. Oh, nein. Okay, wo geht der Typ hin? Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Kennst du das Lied noch oder nicht? Lustig, würdet ihr es auch kennen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Gott, ist das alt. Lustiges Lied. Oh, cool, ist das so. Gefällt mir echt voll. Voll schön. Mit so Holz. Oh, habe mich erschreckt, Leute. Hilfe, Leute. Nein. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich glaube, es brennt hier gleich. Eigentlich hat er recht. Er ist nicht komplett dämlich. Er ist nicht ganz so dumm, wie er aussieht. Ne? Dumm, aber nicht so dumm, wie er aussieht. Muss ich ihn jetzt attackieren oder was muss ich tun? Ja, ne? Oh. Nein. Oh, mein Gott. Ne, ich glaube, das ist ein Bosskampf hier. Oh, das war schlecht. Oh, das war schlecht. Wieserchen, bitte. Weißt du, ich wünschte, du hättest James nicht getötet. Das habe ich gehört. Nein. Nein, Digga. Scheiß Glas. Mann. Mann. Ich kann ja besser nicht in die Hand nehmen. Jetzt. Das war gut, Kleiner. Alles kommt in Ordnung. Oh. 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 Oh, mein Gott. Jetzt wird's gruselig. Ne. Digga. Digga. Wie gruselig ist er jetzt bitte. Yo. Voll der Horror, Mann. Nein, 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 nein. Oh. Scheiße. Voll schwer. Ach, Mann. Du überraschst mich immer wieder. Oh, nicht diese Scheiß. Zu schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist es zu spät. Okay, es läuft ja wenigstens nicht mehr. Wenn du aufgibst, wird es kurz und schmerzlos. Hm, das Angebot klingt gut. Kurz und schmerzlos. Überlege ich mir. Oh. In die Leber. Wieso macht er das immer mit dem Laufen? Oh, mein Gott. Ist voll creepy, wenn er so rennt, Mann. Hör auf damit. Ach, hab ich nicht. Ach, das funktioniert hier nicht mal. Ja, wir sprinten richtig holler. Da muss er echt aufhören, Mann. Wir müssen einen taktischen Rückzug machen, Leute. Oh. Okay, da können wir von hinten kommen, glaube ich. Das ist ein bisschen weird. Nein, 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 nein. Nein. Dega. Mann. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der Typ ist so verdammt creepy, Junge. Also, das ist mit dem Sneaken geht halt echt so weit, ne? Das ist einfach gruselig. Das ist halt echt gruselig, ne? Digga. Digga. Kannst du es mal sein lassen? Oh, mein Gott. Das ist halt so... ...fucking creepy. Ich krieg das nicht hin? Oh, mein Gott. Das wird nix. Ich kann nicht, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Möchtest du nicht, dass es aufhört? Ja, schon. Gerne. Das wünsche ich mir eigentlich, ja. Ja. Geht doch, Mann. Oh. Joel denkt sich so, nein, Mann. Ja, die darf noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Oh. Ja, gut, dann können wir da... Wenn sie hier durchkommt, müssen wir sie schnappen. Wir sollten den Unterstück beschützen. Eine Infizierte rennt in der Stadt rum und wir besachen den Ausgang. Boom. Boom. Macht Spaß. Boom. Du bist tot, Arschloch. Hey, ist er noch da? Meine Sniper sind effektiver als deine Stoffflinte. Oh. Oh. Ach, da. Oh, mein Gott. Yo. Gehen wir die Stange. Au. Geht das nicht gut? Puh. Ich sehe ihn nicht. No. Oh, nee. Jetzt aber. Tod. Joris Terminator. Kann man so sagen. Kennt ihr eigentlich Robocop? Die sollen ja ein richtig gutes Spiel rausgebracht haben. Ich habe auch mal die Demo gespielt, aber nicht hochgeladen, weil... Er ist abgestürztes. Ich liebe das mit denen, dass die Waffen nicht mehr so wackeln, ne? Hä? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Eiskalt. Robocop. Die haben echt ein gutes Spiel. Vielleicht spielen wir das ja irgendwann. Ich habe die Demo gespielt, aufgenommen. Dann ist er abgestürzt, nicht hochgeladen. Was ist das? Was macht Ellis Zeug hier? Hier kann man es sehen. Wo sind die wenigsten Kilo? Was hat er dir gesagt? Wie viel Kilo wiegt sie? Das sind Menschen, oder? Müssen sie eigentlich... Obwohl... Ja, Menschen wegen jetzt nicht 200 Kilo, oder? Oh, Gott. Oh, mein Gott. Das ist crazy. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Mhm. Ihr Rucksack kommt in seine Tasche. Oh, nein. Nein, Mann. Bin zurück. Finde ich geil. Du bist einfach der Hammer, dass du zurück bist. Einfach der Hammer. Im Hintergrund ist übrigens so ein TV, Leute. Vielleicht kann ich da ein Lager vorher abspielen. Sollen wir das mal probieren? Wird eigentlich lustig. Achso, ich muss mich bewegen. Wär lustig, lustig. Komm schon, Ellie. Come on, Ellie. You can do this. I have... No. Ja, ob ich aufgeben will, weiß ich ja nicht. Ich bin eher an der Mahid interessiert. Hörst du mal los auf Sleigh Branch, ja? Ach, weiß nicht. Leck mich. Eigentlich schon, aber... Ich hab das Spiel schon öfter begonnen. Boah. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Hier. Hier. Ich bin's. Er wollte mich. Okay, klar. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Boah, endlich haben wir diese Scheiß-Mission geschafft. Die hat mir ja... Die mochte ich ja gar nicht, ey. Das ist sowas alles eingerichtet an der neuen Bude. Hab ich das schon vorgelesen? Ich glaube nicht, ne? Ja, fast alles. Es fehlt noch ein Jackenständer. Haha, Ständer. Aber so ein Jackending. Und dann... Oh, endlich Frühling, Mann. Find ich geil. So, weiß jemand, wie lange das Spiel noch dauert, ungefähr? Vielleicht mach ich's in einem Roomtour, ja. Vielleicht. Also nicht Roomtour. Ich nehm's wahrscheinlich wieder mit meinem Handy auf und dann kommentiere ich drüber. Spürst du die Brise, ne? Ich sag dir, an solchen Tagen hab ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bring ich dir Gitarre. Ist bald vorbei? Echt? Wie lange hat er ungefähr? Zwei Stunden? Drei Stunden? Bald vorbei heißt für mich zwei Stunden. Oh Gott. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach, ihr? Ja. Ach, egal. Es war ein blöder Traum. Erzähl mal! Ich will den Traum wissen. Aus welchem Grund bist du in der andere Wohnung gezogen? Aus vieler Gründe. Nicht nur einen. Einer von das Internet auf jeden Fall. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Das gefällt mir schon viel mehr als die, als die letzte Gegend. Finde ich irgendwie geiler. Schon Frühling? Ich freue mich schon auf Frühling. Ich freue mich schon auf Sommer. Nee. Da wird ja die Kuhleute. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Ich glaube, das ist das Ende, ne? Kann man mir mal sagen, wie lange es ungefähr noch dauert? Also wie viele Minuten, Stunden? Ich glaube nämlich, das Krankenhaus war aber am Ende. Vielleicht geht es hier durch, ha? Stunde, glaube ich. Stunde? Yo, ernsthaft? Labern. Ernsthaft, Leute? Nur eine Stunde? Okay, dann dauert es echt nicht mehr lange. Geil, Mann. Aber ich glaube, wir spielen noch das DLC. Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber morgen früh dann. Also egal, ob wir es schaffen oder nicht. Aber ja. Ja, wir werden es ja sehen. Ist auch egal. Ich nehme mich auf jeden Fall nochmal vor, GTA zu spielen. Aber ich werde auf jeden Fall zwischen den Spielen eine kleine Pause mit so Indie-Games machen, wo wir so ein paar Indie-Games spielen. Haben wir hier alles? Könnte sein. Turmoil. Habt ihr mehr Bock auf Turmoil im Livestream oder in Videos? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir es im Livestream durchspielen, ne? Ich glaube, es wäre ja heute zu viel. Ja, ich rede ja nicht von heute. Aber ich glaube, das DLC zu spielen wäre schon schlau. Weil es halt dazu gehört. Und wenn wir The Last of Us 2 beginnen im Januar, das wäre schon wichtig, das DLC zu spielen. Dauert ja auch nur zwei Stunden. Das ist jetzt nicht die Welt. Ne? Eigentlich fand ich so ein Oberteil, was Joel trägt, voll cool. Eigentlich voll stylish. Ich glaube, ich kaufe mir auch so eins und trage das dann auch. Das Spiel bei Gold Rush ist ganz cool. Das ist so ein Handyspiel. Ich bin ja nicht der große Fan von so Handyspielen für so Livestreams. Die Leute sagen mir ja schon die ganze Zeit, dass ich Ice Cream spielen soll. Ein Livestream ist halt schwierig, ne? Scheiß Werbung überall. Bei diesen Handy Games. Es gibt auch so ein anderes Spiel. Das, ähm... Sieht richtig lustig aus. Ist aber auch Steam Game. Also PC Spiel. Aber sieht richtig witzig aus. Und ich test es mal aus auf jeden Fall. Wann weiß ich noch nicht. Aber wir machen es mal. Da muss man Gold graben. Okay. Klingt ja echt leim, Mann. Oh! Ein Pferd! Hallo Pferdchen! Hab ich schon mal so ein großes Pferd gesehen? Weird, oder? Na los, komm her. Mach schon. Vor allem, es hat irgendwie so einen langen Hals. Hab ich auch noch nie gesehen. Und so ein komisches Muster. Das ist eine Giraffe. Nein. Das ist echt cool. Das ist ein Pferd mit langen Hals. Seht man doch, oder nicht? Ja, komm. Oder kannst du nicht... Langsam. Kannst du nicht unterscheiden zwischen Pferd und Kat... Äh, und Giraffe. Meist du, Leute, das sind echt weird. Na los, na los, na los, na los. Jo, guck mal. Aber Pferde sind doch keine Herdentiere, oder? We had a story, bro. Voll schön, eigentlich. Und? Ist es so, wie du sehr oft hast? Nein, Wolfsrudel. Es gibt Höhen und Tiefen. Aber... Die Aufsicht ist echt klasse. Das kann man so sagen. Aber genug gesehen, Ellie. Wir wollen ja nicht zu viel Entspannung hier haben. Das Leben ist hart hier in der Asos. Hör die Musik an, ja man. Die ist echt geil. Die werden auch eh nicht bald... Was ich meine... Oh. Das weißt du, ja? Was bleibt uns Hans übrig? Zurückgehen zu Tommy. Und... Die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe... Das kann nicht umsonst gewesen sein. Da hat sie allerdings recht. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind... Kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht lohne dich. Bringen wir es hinter uns. Ist es wahr, dass die Plätze in 5 Pro rauskommt? Ja. Aber... Ich weiß noch nicht, ob ich mich diese holen werde. Denkt ihr, es lohnt sich? Also ich muss mal gucken... Ob es sich wirklich lohnt. Ich werde dazu vielleicht noch ein Video machen. Ich glaube, das sind coole Videos eigentlich. So lohnt es sich? Lohnt es sich nicht? Wie gesagt, ich muss mir anschauen, was genau da jetzt neu ist, so... Ich wollte eigentlich heute nochmal zum Mediamarkt gehen, um mir so 4K HDMI zu holen, damit ich auf Playstation mit HDR spielen kann und... ähm... Das war kurz nach dem Zusammenbruch... Allgemein. Das war in so einer Notaufnahme. Man kann ja auf Placing, glaube ich, auch 4K spielen, oder? Oder war das 2K? Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es... Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren... Es ist okay, Elie. Cross, cross. Cross the story, bro. Pillen! Pillen, pillen, pillen! Oh, wir haben... Guck mal! Ist das normal, dass ich so wenig habe? Soll man nicht alles 100%ig verbessern bei Pillen, oder... Sollte eigentlich bis jetzt alles ausgemaxt sein, weil... Ich hab mich jetzt nicht so wenig... Umgeschaut, oder? Oder was seid ihr? Ich hab mich... Ja gut, vielleicht nicht perfekt, oder so. Vielleicht hab ich manchmal Sachen übersehen, aber... Ich hab mich schon eigentlich gut umgeschaut. Steam Achievement Sound, nachdem ich... Den Main Boss in einen Ring gefetzt hab. Kennt ihr eigentlich diese Videos auf YouTube, wo Leute so... Probieren... Alle Achievements in einem Spiel zu bekommen. Kennt ihr das? Hättet ihr immer Bock auf so ein Video, wo ich's immer probier? Also ich war... Ich werde jetzt nicht so ein Content machen, aber es gibt so Kanäle, die fokussieren sich darauf, nur sowas zu machen. Platinsammler, ja genau, genau. Wie findet ihr das eigentlich? Eigentlich find ich das voll cool, weil... Gut, kann auch frustrierend sein bestimmt, aber ich find's eigentlich ziemlich cool. Weil, dann nutzt man das Spiel so richtig aus. Das muss aber ein gutes Spiel sein, Leute. Wie Spider-Man oder so, oder Venom. Oder... Sowas halt. So was halt. Was muss man denn für Platin schaffen? Tja, was man auch immer versucht. Ja, es verfolgt einen. Die Vergangenheit holt einen ein. Ja, ist so. Danke. Hä? So Pfeile. Ist es schwer, Platin zu bekommen, wenn du lasst was? Ich würd's wahrscheinlich nicht probieren. Also auf jeden Fall... Jetzt nicht, aber... Vor allem, ich find irgendwie so... Playstation-Erfolge sind die krassesten, oder? Hat Playstation mit den Trophäen nicht so die besten Sachen, weil Steam-Achievement... Ich kenn jetzt keine Steve-Achievement-Verfolger, sondern eher Platin-Sammler, was ich meine. Also die heißen ja auch Platin-Sammler. Bei Xbox gibt's sowas ja auch nicht. Oder? Also ich hab das Gefühl, wenn man so einer ist, dann spielt man immer Playstation. Auf Xbox gibt's das auch. Ja, aber das ist nicht so cool, so... Ist halt nicht so Platin, ne? Ich glaub, es ist Zeit für den Bogen. Naja, auf jeden Fall hab ich mal so gesehen, dass Leute so Kanäle haben. Wo sie alles versuchen, auf Platin durchzuspielen. Find ich eigentlich cool. Eigentlich ist das eine coole Challenge. Aber ich hab noch keinen... Also in Amerika hab ich das sehr oft gesehen. Aber es wär halt echt... Oh mein Gott. Ist auch echt anstrengend, ne? Oh, da ist noch ein Pfeil. Ne. 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 Ich hab nie wirklich Achievements gesammelt, muss ich sagen. Oh mein Gott. Da, wo du jetzt bist, hab ich aufgegeben, hat er nichts mehr unmöglich weiterzukommen. Bei Remastered auf Playstation. Wie? War mir aber keine Angst, Digga. Du hattest nix mehr. Aber es ist Schwierigkeit, wenn du das Spiel gespielt. Oh. Nein, nein, nein. Gib mir aber eine Waffe, die ist viel besser. Wer hat denn hier aufgegeben? Das ist doch keine Stelle zum Aufgeben. Das ist doch nicht unmöglich. Das Spiel gibt aber eigentlich genug Ressourcen. Und im schlimmsten Falle... Muss man, ich glaube, gar nicht alle töten. Oh nein. Oh mein Gott. Ich hab zu Frügeretet. No. crazy gegen man sie mal laufen nein 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 okay ja genau ich glaube ich kann vom letzten kontrollbuch starten oder aber ja das kann man auf jeden fall auch schaffen ja doch das war nur blöd von mir aber es geht auf einen fall wenn wir die töten hier nein wir können auch den hier gerne töten ja das wird schwer mit den anderen aber weiss ich nicht wie oh mein gott du hast jetzt besser ich noch sehr no no laber kein scheiß laber doch kein scheiß man sorry es muss da irgendwie durchkommen das geht nicht ich es muss jetzt noch nicht das mache ich denn falsch kill die ja wir machen aber das ist geil wenn ihr wartet ich habe eine bessere oder ist die bessers meine ich glaube die mahet ist besser als die oder obwohl kann die waffe diesen großen sofort töten weiß dass jemand nein 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 oh mein gott ich kann neu starten oder ja das kann ich nicht machen leute das funktioniert so und ich muss das wirklich heimlich schaffen ich will das nicht ich meine ich könnte ich schon töten aber würde ich nicht ehrlich gesagt finde ich irgendwie unnötig finde ich irgendwie unnötig keine ahnung habe ich eine flasche dabei erst die normalen zum ist weil die sind die gefährlichsten weil die andere können ja nicht sehen dann ist klicker das ok und die ist halt schwierig ne ich glaube ich lenke die mal dahin oh nein und jetzt versuche ich hier einfach mal durchzukommen das wasser sieht lecker aus oh no ich glaube wir spinnen jetzt fehler oh mein gott bitte die sehe mich nicht Stealth ist cooler ja das finde ich auch vor allem hier oh das wird laut das wird laut immer noch leise immer noch leise okay ja feiere ich mehr wenn man die mission so macht pass auf hier das wasser scheint tief zu sein ja das ist wahrscheinlich ein ein zeichen dass wir unter wasser gehen sollen ich bin jetzt drüben cool dann lassen wir jetzt die Leiter runter okay Moment Remake ja das ist ein Remaster das ist kein Remake also zwischen Remake und Remaster gibt es schon noch einen Unterschied Remaster ist halt ne doch Remaster ist halt krasser ne das ist wie ein neues Spiel außer also das Spiel ist schon gleich aber Grafik ist neu okay bleib einfach am Rand da ist es flacher sowas halt ne seht ihr wieso wird sowas nicht in der Schule beigebracht wäre doch viel wichtiger als Mathe ja die Story ist trotzdem gleich aber das finde ich auch gut wenn die Story anders machen würden würde ich wahrscheinlich tatsächlich das Original bevorzugen würde ich auch nicht lügen oder so Pass auf! Oh nee! Nein Digga sie ist tot hab ja mehr Zeit Digga nimm doch die scheiß Waffe man bist du dumm oder was ich hab mich nur erschreckt man ich hab mich nur erschreckt ja das dachte ich mir auch als er seine scheiß Waffe nicht gezockt hat ich hab mich gerade es geht ich hab mich nicht ich hab mich nicht ich hab mich ich hab mich nicht was kann ich Oh, ich sollte mal wieder ein ASMR-Video machen. Habe ich ja lange nicht mehr gemacht. Scheiße, Mann. Nein, Mann. Ich will ein ASMR-Video machen. Das sieht voll unnötig aus, was er da macht. Ja, will ich auf jeden Fall machen. Ich muss nur gucken, was für eins. Hätte ich aber auch Lust drauf. Und dieses Mikrofon ist halt sehr gut zum Reden. Also ich glaube, hier möchte ich Sound-Quali auch gerne. Aber so zu ASMR, das ist im Grunde, wieso niemand dieses Mikrofon als ASMR-Mikrofon nutzt. Ja. Hol dir einfach eine Waffe und schraub bisher an der rum. Ja genau, hol dir einfach so eine Waffe oder was? Einfach so oder wie? Also wir sind ja nicht in Amerika, dass es so funktioniert. Ich habe letztens meinen Keller aussortiert. Um zu gucken, was ich brauche und was nicht. Ich habe auch viele Sachen weggeschmissen. Weil ich halt wirklich viel Zeug hatte, was ich nicht brauchte. Und da dachte ich mir so, mit dem könnte man eine ASMR-Mikrofon machen. Ich glaube, wenn man so ein richtiger ASMR-Artist ist, dann sieht man diese Hand anders. Da guckt man, kann das ein gutes Geräusch machen oder nicht. Ich glaube, da sieht man diese Hand komplett anders. Egal, wo man ist. Das ist ja wirklich Nathan. Stell dich in der Last-Wars-Werbung halbe Stunde. Ja, mit dem Spiel kann man auch ASMR machen. Und zwar gibt es ja dieses Einpack-Spiel. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Oder eher wenige? Diese Einpack-Spiel, wo man in der... Ja, wo man halt einpackt, ne? Oder auspackt. Unpacking. Unpacking heißt es, glaube ich. Aber wie kann ich voll lange unter Wasser bleiben? Das ist ein richtig geiles ASMR-Spiel. Übrigens, Leute, wir haben noch Avatar, was ich gerne auch noch spielen würde. Sonst habe ich 70 Euro umsonst bezahlt. Und das fände ich blöd. War ein bisschen knapp. Aber wenn wir Avatar spielen, dann würde ich, weil es ja Konsole ist, schon gerne dieses HDMI-Kabel holen. Damit man das auch dann in HDR und so spielen kann. Weil ich habe zwar HDMI-Kabel, aber... Die sind halt alle kein 4K. Deswegen wollte ich heute eigentlich... Weil ich habe eigentlich HDMI-Kabel bestellt. Aber irgendwie, ähm... Kam die nicht an. Auf da. Okay. Okay, gut. Ich bin da. Wann ist es wichtig? Ich hab dich. Und jetzt komme ich rüber. Ja. Da, die Leiter. Ey. Verdammter Leiter ist hin. Ja, mein Feiter. Was? Ich überlege mir was. Hey, aber was? Scheiß Leiter, man. Leiter klettern? Oh. Ja, ich würde ihm... Ich würde ihm tatsächlich nur eine 8 von 10 geben. Würde ich auch nicht lügen gerade. Ach, die Leiter mitnehmen. Oh, nein, nein, nein. Scheiße. Ja, ja, ja. Stimmt, mitnehmen. Leiter klettern, warte. Ja, nicht ganz. Also... Habe ich schon besser das Leiter klettern gesehen. Ich würde... Ich gebe denen eine 8 von 10. Ist jetzt nicht schlecht, aber... Wisst ihr, ich meine? So ist nicht ganz... So, bei Rated Redemption zum Beispiel ist es orgasmisch, das Leiter klettern. Schade eigentlich. Sehr schade. Ja, irgendwie... Ich muss es nochmal sehen eigentlich. Eigentlich müsste ich es nochmal sehen. Kein Flow. Ja, weiß nicht, was das ist. Aber manchmal Leiter klettern, wenn er so richtig... ...die Hand auf die Stange legt. Ist schon geil. Das Häuser knacken in Rated Redemption ist krass. Auch der Boden. Ja, das... Ja, wir müssen das Spiel aber immer mal spielen. Mal gucken, wann sich die Gelegenheit ergibt. Wir spielen ja nicht immer nur Story-Spiele. Story-Spiele dauern auch sehr lang und sowas halt, ne? Na komm, spring! Und du fängst mich auch? Ich fang dich! Ah nein, diese Stelle war ich schon mal. Wieso ist es eine klasse Stelle oder was? Ich kann nicht noch, was ich schon mal durchgespielt habe. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, beim Leiter klettern meine ich... ...manchmal ist es sehr befriedigend, wenn er Leiter klettern. Das ist ganz schwer zu erklären, was ich dann meine. Ja, Moin, nicht so schön erzunken. Wow, Ellie ist voll der Hüpfhase. Hüpfhase, Ellie! Hast du gewirkt, halt? Zockst du auch ohne aufzunehmen oder zu streamen? Selten. Manche wissen gleich Joyale oder so. Oh, scheiße, sie kann ja nicht schwimmen. Boah, sie sieht voll schön aus hier. Halt ein bisschen Clash Royale zocke ich. Mal auf Klo in der Runde. Oh, wie sonst? Nicht wirklich. Weil wenn man schon im Stream zockt, dann wieso noch privat so. Ja komm, sie hat Schlimmeres überlebt. Ein, auf den sie stirbt hier. Komm schon. Hände hoch! Sie hat mit nicht... Nehmen endlich die Hände hoch! Komm schon! Digga, was ist dein Problem? Er sieht doch, ich versuche, eine Person wieder zu überleben. Ist er dumm, oder was? Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Hallie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr's geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bringt mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir können uns... Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Oh. Das stimmt. Such jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Ist halt voll schwierig. Aber was du mir gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein? Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Die, das ist doch die vom Anfang, oder nicht? Steh auf. Ich sagte, steh auf. Also das Ding ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, um die komplette Menschheit zu retten, aber ich... Ganz ehrlich, bei den Menschen, die ich hier im Spiel gesehen habe, ist es für mich nicht wert, Ellie zu opfern. Was ich meine? Also dann lasse ich lieber jeden anderen verrecken, ganz ehrlich. Es ist halt einfach crazy eigentlich. Aber die Menschen hier in dem Spiel haben doch alle einen Schaden, oder? Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter. Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Hauptsache, er sagt's noch. Der Schmuggler, er ist hier drin. Scheiße, da drüben! Das ist jetzt die letzte Szene, glaube ich. War das so, oder nicht? Dass es die letzte Gegend jetzt ist. Oder liege ich falsch? Ach, scheiße. Fast fertig, ja. Das dachte ich mir auch schon. Scheiße. Nein, 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 nein. Ah, ich bin tot. No. Die sind voll schlau einfach. Oh, wow. Kann er mich kurz heilen, oder eher weniger? Das wäre ganz geil. Na los. Zeigköpfchen. Die haben alle auch so... Oh, ist er tot? Alle Helme. Er ist tot, wow. Der ist ja Bastard, der dann wiederum. Nicht mit mir, Mann. Nicht mit mir. Hä? Oh, eine M16. Krass. Yo? Wie cool ist das denn? Feier ich irgendwie. Scheiße. Dafür wirst du... Dafür wirst du... Null. Oh, geil. Ach da. Ja. Flothetmarker, Tod kennen wir durch Black Ops 2. Hm. Verstehen. Ist er da drüben? Er ist weg. Ich habe das Licht getroffen. Kacki. rot. Okay, das war rot. Sehr schön. Okay, vielleicht nehme ich jetzt... Ah, ich behalte mal... ...die Waffe. Wo sind die hin? Hä? Da. No. Au. No, no, no. Nein. Oh mein Gott. Ernsthaft, Digga? Verarschen, Junge? Krasser Typ. Sehr krasser Typ. Schön, muss ich sparen ein bisschen. Hm, muss ich wirklich? Also, ich probiere es, aber... Eigentlich habe ich genug. Okay, gehen wir einfach weiter. Lassen wir die mal da... Ja, hier durchgehen. Scheiß drauf. Wir müssen ja nicht gehen gegen Aluminieren. Hauptsache, Viking Alley. Habt ihr ihn gehört? Der Schmuggler! Hinterm Sofa! Ja, die Waffe ist nicht so gut. Ich wechsle sie mal. Ich denke auch, das sollte reichen. Also, wir haben echt viel. Oh. Scheiße. Oh, no. Ausschwärmen. Ich will da durchgehen. Hm. Oh mein Gott. Das hätten wir erst nicht gehört. Okay. Oben oder unten? Warte, was ist denn unten? Ich hasse das, ne? Unten ist gar nix? Ne. Okay. Du kannst bei den Pillen was verbessern. Bestimmt. Ja. Why not? Okay. Okay. Let's go. Oh. Hä? Hä, Digga? Ich wollte das eigentlich... 28. April. Marleen hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hochbleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal. Sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des pro-inflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodromen Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Okay. Lassen wir es mal. Wir wissen, was ich vorhabe. Hm. Keine Sorge, Ellie, wir retten dich. Ich habe ganz schön viele dieser Dinger hier gefunden. Keine Ahnung, was normal ist, aber schon nicht schlecht. Oh. What? Lol, wir sind voll. Ja, komm, Leute. Wir sind echt voll, oder? Oder findet ihr nicht? Also, wir haben echt sehr viele Waffen. Und das doch. Geht nicht. Achso. Loot? Ja, ihr habt gut gelootet, sag ich euch. War jetzt kein schlechter Loot. Geht nicht. Okay. Krasse Gegend, Mann. Ich bekomme ein bisschen Hunger. Ja. Hm. Ach komm. Scheiß, Kerl. Wer drüben? Scheiß drauf, Mann. Keine Ahnung, Zeit für die Scheiße. Die Mist, Kerl. Bei denen ist es sogar besser, in die Brust zu schießen, übrigens, glaube ich. Weil die haben ja so Helme auf. Scheiße. Greif deine Flanke an. Ich glaube, der ist tot. Obwohl er einen Helm an hatte. Ach, scheiße. Das war nicht so gut. Bogen. Ja, schwierig. Ich nehme mal Stoffflinte. Nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Also, in diesem Fall ist tatsächlich kein Headshot geben sogar besser. Bisschen probiert, aber ist so. Der ist tot. Hey, geht außen rum. Oh, nein. Ah, hä? Ich hab doch... Digger. Der ist tot. Benutzen wir den Flammenwerfer. Können wir das eigentlich mal machen? Der arme Gegner, der jetzt unterleiden muss. Hä? Ich weiß ja nicht, ob der so gut ist. Guck mal. Oh, 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 oh. Ich bin ein Dreckschau. Ja, da hast du es. War ein bisschen awkward, aber gut. Okay. Ja, man hat eigentlich immer genug Loot, glaube ich, bei dem Spiel. Und selbst wenn man es nicht hat, dann hat man sich entweder nicht genug umgesehen. Hat er das schlechteste Aim der Welt. Oder... Ja, hat einfach alles verballert oder so. Einfach so. Oder setzt sich selbst eine Challenge oder so. Keine Ahnung. Unnötig für einen einzelnen Jahr eigentlich voll. Ja, Far Cry-Flammenwerfer sind echt geil. Ich glaube, ich glaube, wenn man wieder ein Far Cry-Spiel rauskommt, obwohl... Avatar ist ja eigentlich ein Far Cry-Spiel. Und die kann man doch so anhören. Ich habe gerade in die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen war eher Formalität. Oh. Das ist doch nicht hier, oder? Näh. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir... Nein! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Sehen Sie mich nicht, oder was? No, die sind hinter mir. Lauf! 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 Ich glaube, wir sind im Einander, oder? Ja? Ja? Wow! Das war's also. Ich glaube, kommt nichts mehr, oder? Ja? 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 Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist das? Lull. Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Oh, echt? Sie sind auch immun. Es gibt dutzende von ihnen. Stimmt, dann würde ich sie auch nicht töten lassen. Ah, er hat das ja gehört, dieses Ding, ne? Er hat aufgehört. Er hat aufgehört, nach einem Hallenmittel zu suchen. Dann verstehe ich's ihn, 100%. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Ja, sie kann nicht die Einzige sein. Ja, sie kann nicht die Einzige sein. Warte! Bitte! Tu das nicht! Bitte! Du würdest ihnen nur folgen. Ich fand seine Entscheidung gut. Weil wenn es noch mehr gibt und das nichts gebracht hat... Nee. Dann solltest du lieber jemanden opfern, der bereit dazu ist, wenn es mehrere gibt, was ich meine. Aber nicht jemand, der noch so jung ist wie Ellie. Hätte ich nicht anders gemacht. Ah, man spielt auch noch. Was? Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ich dachte nur noch Cutscenes. Pass auf deinen Kopf auf. Du hast mich angelogen. So. Ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber... Sarah und dich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube... Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest dir gefallen. Ja. Oh. Sarah war jetzt erwachsen, ne? Wie alt wär sie denn? Wir sind fast da. 29? Ah, ist das die Gang des Bruders, oder was? Es ist nicht mehr weit. Oh. 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 Hier. Hier. Ich helf dir. Gib mir deine Hand. Okay. Na komm. Hey, warte. Ach. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Hm? Meine beste Freundin war da. Das war doch das DLC, oder nicht? Wir wussten nicht weiter. Und... Und sie hat gesagt... Setzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte... ...viele Probleme mit dem Überleben. Aber... ...was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht schön bist. Ich schwöre es mir. Aber es... Schwöre mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwöre es. Okay. Lügt er? Er lügt doch nicht. Okay. Klass. Das war echt crazy. Wir werden erstmal Left Behind spielen. Was, wie gesagt, das DLC von The Last of Us ist. Bevor wir den zweiten Teil spielen werden, will ich den gerne auch noch oben haben. Mein Finger blutet. Bist du gut in deiner Wohnung angekommen? Jetzt ist eigentlich auch fast alles fertig. Wenn du irgendeinen endgültigen Tod machst, geht das Stream zu lange, ich weiß. Aber das haben wir doch schon gesehen, oder nicht? Joel? Joel? Scheiße! Joel! Wurde schon gespoilert von Part 2. Hoffentlich das Spiel jetzt... Zum Teil habe ich es selbst erlebt, weil ich habe es selbst mal gespielt. Ähm... Aber ich wurde jetzt nicht... Also nicht alles wurde gespoilert. Das mit Joel, ja. Das weiß ich, aber... Und ähm... Mehr weiß ich aber nicht. Ich weiß nur das mit Joel. Ist das jetzt danach, oder... Weil ich weiß gerade nicht, ob das danach oder davor ist, oder... Wann spielt dieser Teil? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Mitten drin. Ellys Vorgeschichte. Okay. Ich weiß nicht mal wie lange. 45 Tage? Das ist die Tochter von der anderen schwarzen ja, ne? 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über... Dachte ich, du wärst tot... Stopp! Okay, wir haben mal... Äh... Ja... Hier... Schau mal... Das war ein Huhn! Chicken Nuggets, ja... Ich musste drei Jahre unter Liz schlafen... Digga... Sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Ist einfach ein Zoo zuhause. Schreibe ich mich auch. Du hast das immer noch. Was... Was machst du da? Mein Finger blutet. Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Digga... Ich lebe nicht mal im... Glückwunsch. Hey... Ich lebe wortwörtlich in der Stadt. Also keine Ahnung, wie so wie ein Huhn da zu hören war. Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Ja, voll laut. Ich hasse sowas ja, ne? Okay. Hä? Das ist wieder Zukunft, oder? Ich glaube, das ist Zukunft wieder. Ja, ja, ja. Ich dachte, du wärst am Schlafen gewesen. Ja, ich wache nicht auf, Leute. Ich bin jemand, der wacht nie auf. Also von Geräuschen. Kannst du einen Elefanten daneben stehen und ich werde dich aufwachen. Ist wirklich so? Okay. Okay. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Okay. Kellis? Pass auf ihn auf. Aber... Wieso sehen wir das jetzt nochmal? Er hat bestimmt seine Gründe, ne? Das verstehe ich eigentlich so ganz... War das der Vorkehr? Das ist neu. Vorgeschichte anscheinend. Ich bin bald zurück. Aber das hier... Versprochen. Wusstet ihr, dass Spider-Man sich doppelt so gut wie der Laster was verkauft hat? Das wäre geschafft. Oder das ist jetzt wieder in der... Das ist jetzt in der Joe-Zeit, ne? Um zu wissen, was Ellie getan hat. Und wie sie gewissen wurde. Ah, das ist interessant. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Ah, dann kann ich mich nicht mehr ändern, leider. Werde ich auch nicht lügen oder so. Schaffen wir heute auch das Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber... Immerhin spielen wir so ein bisschen, damit wir ein bisschen für morgen schon was haben. Und da dann weiter spielen wir können, dann können wir... Das hier beenden und... Auch andere Spiele beginnen, die... Krass sind. Digga, ich habe gar keine Gegenstände oder so. Okay. Hm... Pharmacy, das ist doch... Hier, wie heißt das? Wo man die Medikamente und sowas holt. Apotheke. Zuerst, ha? Was schnell hast du das? Easy. Ja, das ist gruselig. Das ist creepy. Creepy, creepy. Oh, kann sie... 35, 30, 31. Kann sich das jemand bemerken? Wo... Warte... Wo... Wo? Ähm... American Princess Laden. Nebenan eingesperrt. Okay. Also, ja... Obwohl, wir können ja auch immer die Notiz aufmachen, ne? 35, 30, 31, genau. Danke. Danke, Leute. Weiß ich so schätzen, Mann. Aber nebenan, das wird doch dann... Irgendwas? 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 Voll die gute Animation. Irgendwas? 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 Da ist was. Hallo, Tami. Oh, bitte. Okay, warte. 35, 30. Ich gucke mal jetzt kurz, ob wir da rein können. Meistens habe ich nämlich Angst, dass wir nicht mehr zurückkommen. Okay. Oh mein Gott, da ist was. Hm. Hm. Wahrscheinlich, ähm... Was meinte er denn jetzt? Was für ein Laden meinte er jetzt? Warte mal. Ähm... American Princess Laden. Okay. American Princess Laden. Der hat gesagt nebenan, also... Gab es hier einen Laden, wo man noch rein konnte, der American Princess heißt? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht unter uns, glaube ich aber auch nicht. Hm. Ich will auf jeden Fall diesen Laden finden. Der könnte... Ey, da steht doch, warte. Hier steht, guck mal. Ähm... Nebenan eingesperrt. Ja, das ist, ähm... Ja, das ist DLC. Immerhin sind hier keine Zombies. Komm ich da vielleicht rein? Nee. Lost. Haha. Einfach lost. Ah, warte, vielleicht? Nee, glaube ich auch nicht. Ich kann hier nicht hoch, oder? Nee. Ah... Hm... Das ist natürlich schwierig jetzt, ne? Weil ich halt null Plan habe. Ach da, warte! Oh nee, das ist nur Beauty, okay. Da ist was. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Äh, diese Messer, oder so. Hier muss ja was sein. Um da rein zu kommen. Oh. Okay. Ich glaube, wir müssen tatsächlich in den Laden rein. Kann ich mir dir was vorstellen. Aber wo ist der American Princess Laden? Oh mein Gott. Das ist jetzt echt weird. Check out. Also, da könnte man mit einem Schraubenzieher reinkommen, aber wir können keine stellen. Okay. Einfach mal jetzt schon los. Habt eine halbe Stunde gesucht damals. Ja, Digga. Okay, wir müssen nochmal raus. Ich glaube, es wird... Ja, bei mir wird's dann noch länger dauern, wenn's bei denen eine halbe Stunde dauert. Weil ich bin richtig los. Geh ich mal davon aus. Ah, nee. Laber, kein Scheiß. Laber, kein Scheiß. Oh mein Gott. Digga, das hätte ich ja nie erwartet, Junge. Ich glaub's nicht, dass da... Oh mein Gott. Also kein Safe, sondern das war für... Okay. Ich dachte, das wäre für ein Safe gewesen. Okay. Egal. Du bist so eh immun, das wissen wir doch alle. Okay, endlich mal ein bisschen Zeug hier. Da ist noch was. Ich kann immer noch keinen Staumzieher stellen. Weird. Hab ich das jemals gespielt? Weiß das jemand? Weil wenn ja, dann... Digga, ich kann mich an Null erinnern. Also Null. Ah. Ja, widerlich. Jochan. Oh Mann. Jetzt schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Nichts. Das ist creepy, man. Jo. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Okay, es war anscheinend der Typ, der... hier gearbeitet hat oder so. Ich glaub, wir haben alles hier gefunden. Wir gehen jetzt mal... zurück. Von dem hab ich noch nie Videos gemacht. Ernst? Oh nein. Oh nein, lauf. Elli, lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Schon gruselig, bin ich ganz ehrlich hier. Hallo Pompa. Wie geht's gut und dir? Was? Da ist doch kein Scheiß. Da ist nix. Digga. Ja, würde ich auch mal wegtreten. Erstmal Aggressionen rauslassen an dem Ding. Ah. Okay, let's go. Hier ist nix. Hä? Achso. Kann ich hier runter? Auch nicht. Das neue Laden. Pixi-Tag. Achso, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Ich seh schon. Hab jetzt schon Ferien. Oh. Das ist, äh, cool. Was hab ich jetzt schon? Ich mein, es ist ja schon bald Weihnachten. Gibt ja einige, die haben bestimmt Ferien. Ne? Und da ist halt einer davon. Ist halt bei jeder... immer unterschiedlich, ne? Auch Sommerferien und so. Die ändern sich ja. Weil meistens fangen die früher an. Naja, so lange jeder Oberferien hat. Bei Weihnachten ist doch alles gut. Soll ich hier durch? Ich probier mal. Ich war auch mal neidisch, als andere Städte Ferien hatten und wir nicht. Was soll das überhaupt sein? Hast du so Fußmassage, ne? Kann man seine Füße halt da so massieren, glaub ich. Kann ich irgendwann was mit Möge ein Frieden-Drun gelesen? Oh. Haben wir alles für Joel? Einer, auf der das reicht. Wow. Ernsthaft? Oh. Kein gutes Gefühl. Obwohl? Doch, alles gut. Oh Mann. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na. Komm jetzt. Weiter geht's. Jetzt nur ein Vorschlag. Aber wenn der Lasse was drei hier durch ist, würdest du an Level 4 spielen? Äh. Habe ich tatsächlich? Vorjahr. Aber ich weiß noch nicht wann. Nächstes Jahr irgendwann. Ja. Habe ich auch vorjahr. Natürlich. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zumal lieb. Das soll ein sehr krasses Spiel sein. Dauert aber auch seine Zeit, ne? Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Komm schon. Ich liebe Resident Evil Spiele. Auch Resident Evil 7 würde ich gerne nochmal in 4K genießen. Aber Resident Evil 7 ist schon richtig... Also mehr Psycho auch, glaube ich. Das ist das Ding. Weil, ähm... Ja, warte. Ich werde mal die Kamera so ein bisschen... Ach so. Okay. Bei Resident Evil, ähm... Die anderen Resident Evil Teile, wie zum Beispiel 2, 3... Die sind nicht so stark Psycho, finde ich. Resident Evil 4, da sind ja richtig gestörte Freaks dabei. Hast du das God of War, erzähl ich dir nicht. Ich hab nicht mal das... Spiel durchgespielt. Ich hab's, ich hab's gekauft mal, aber dazu... Müsste ich mal einen Account zu Ende bekommen. Wieso red ich so langsam, äh, leise eigentlich? Ich glaub, ich muss hier gar nix finden, lol. Ich suche die ganze Zeit nach Waffen. Also, nein, ich hab noch erzählt, sie haben noch nicht gespielt. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Wir stecken das nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach... Lass uns lieber über was anderes reden. Okay. Nee, ich kann mich daran gar nicht erinnern. Null, null kann ich mich erinnern. Sieben ist vom Horrorfaktor das krasseste, ja, find ich auch. Zum Glück haben wir Untertitel hier. Sonst könnten wir nicht verstehen, was sie sagen. Okay, ich glaub, ich küsste mal kurz um. Ich glaub, da ist aber nix. Ich würd' sagen, wir haben Last of Us auf jeden Fall schnell durchgespielt. Ich meine, in... circa... In zehn Stunden hab ich durchgespielt. Eigentlich gut, oder? Also, ist ja nicht schlecht. Hey, hast du noch das erste Mal hier? Was machen wir, Riley? Falls du noch mal den siebten zu spielen solltest in VR? Hm... Weiß ich nicht. Das wär... Also VR-Spiele... Wenn's einen besseren Weg gibt mit VR-Spielen... Zu Livestream... Oh, ist das nicht dieser, da wo wir begonnen haben? Achso, also Ellie war hier schon mal. Lol... Ellie war hier schon mal, Leute. Glaub ich. Glaub ich. Aber ja, VR... Ich guck immer nach besseren Methoden im VR zu Livestream, weil... Ja. Ich würd' gerne mehr VR machen, aber... Bissin schwierig im VR. Wieso reden die aber so leise? Okay, sobald wir Waffen bekommen, wissen wir hier gleich die Party ab. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Äh... Ja. Achso. Ups. Vorsicht. Vorsicht, das ist kein... Okay, erzähl das nicht den Eltern. Ja, okay. Oh mein Gott. Boah, ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Ja, Digga, also keine Ahnung, das würde ich... Na komm. Obwohl... Bier schmeckt eigentlich, find ich, ganz gut, find ich. Außer, dass der Alkohol drin ist, find ich, schmeckt ganz gut. Gibt's hier keine Waffen, gar nix? Okay. Weird. Das ist nur ein kurzer SLC, Leute. Also, es dauert, hab ich gesehen, im Durchschnitt zweieinhalb Stunden. Wahrscheinlich schon die halbe Stunde, wegen dem Anfangspuzzle, wahrscheinlich. Achso. VR-Streams haben bei vielen Streamern alles gecrashed. Ja... Ich sag's euch, VR-Streams sind sehr schwierig. Also, es geht natürlich, aber ich mag VR-Setup allgemein nicht so. Ich hab aber die neue VR-Brille gesehen, von Oculus. Die sind mit den drei Strichen vorne. Oder Kameras, oder was auch sein soll. Habe ich bei... Mediamarkt gesehen, fand ich aber schon cool. Dachte ich mir, so hole ich mir, aber dann dachte ich mir so, näh. Ja, ich saug mir da nicht genug vorher. Und das waren ja 500 Euro gewesen. Und ich hab jetzt so viele Weihnachtsgeschenke geholt. Achso. Check nicht, wie viele Leute wegen Geschmack Bier trinken. Ja, Bier... Doch, ich mag Bier schon, muss ich sagen. Ich hab's vor seit sieben Jahren nicht mehr gespielt, äh, getrunken oder so. Aber ich mag's irgendwie, doch. Ähm... Also, ich würd's jetzt nicht mehr trinken, wahrscheinlich. Ich seh keinen Grund, wozu. Aber wenn, dann ohne Alkohol. Weil ich trinke ja auch keinen Alkohol. Ich find den Geschmack gar nicht mal so schlecht vom Bier. Irgendwie hat es was Erfrischendes. Und das ist nicht mal so ungesund. Wegen Weizen und so und... Oh mein Gott. Der Deutsche in dir redet? Lol. Echt ein richtig... Also sowas... Solche Läden feier ich richtig, ne? Sowas find ich richtig cool. Okay. Sieh ich dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf! Hallo Noah! Ja, voll krass! Digger, diese Maske! Digger, diese Maske! Genau! Genau! Let's go! Achso! Digger, ernsthaft? Ich muss sie ganz schnell dücken oder was? Digger! Ach, ich genieße einfach nur die Grafik, Leute. Ich find's so schade, dass ihr das nicht im VK seht, man. Das wär voll cool. Twitch erlaubt leider nur 1080p. Was okay ist, weil mein Internet ist noch nicht da. Ich hab mir wie gesagt immer noch vorübergehendes Internet. Und das ist nicht so schnell. Obwohl... Für vor... Geil! Für vorübergehendes Internet geht's eigentlich voll. Basiert das Spiel auf der Serie. Die Serie basiert auf das Spiel. Auf dem Spiel, meinst du ja, ne? Das ist jetzt das DLC vom Spiel. Wir haben das Spiel durchgespielt. Da kommt morgen das 10-Stunden-Video hoch. Dann kommt übermorgen das Kameraspiel hoch, was wir... Was wir heute schon gespielt haben. Also, wenn ihr nicht dabei wart, habt ihr von mir was verpasst. Hä, dieser Bär, den werd ich gerne, das ist lustig. Und das ist das DLC Left Behind. Woran ich mich nicht erinnern kann, das ist... Ich hab's nie gespielt, glaub ich. Naughty Dog ist einfach die beste, was Grafik angeht, ja man. Das gibt mir gleich Lust, Uncharted in 4K zu spielen, man. Ich hab jetzt übrigens gestern eine HDMI-Kabel geholt bei Mediamarkt. Äh, und, äh, ja da war's ein bisschen teuer, muss ich sagen. Aber jetzt kann ich auch PS4 in 4K ausspielen. Schon cool, oder? Rockstar Games sind krasser. Ja, von der Grafik ja nicht unbedingt, ne. Also, ja, Rated Redemption ist so das Beste. Aber... Weiß ich nicht, man. Was will sie? Ja, Rated Redemption ist krass. Wie du willst, ich bin dabei. Ey, das ist wirklich, Rated Redemption 2 ist... Das müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen. Bäm! Okay. Witziges Game eigentlich. Ganz ehrlich... Oh, es hat dein Name getroffen. Man muss auch Spaß haben, auch in diesen Zeiten. Mit Zombies und so, ist einfach so. Also auch Kinder und so müssen auf jeden Fall... Ja, Spaß haben. Ja, komm mal so, das ist easy, weil... Zählen in Lars war's echt easy. Aber in Rated Redemption, da hab ich ja schon mal drüber gesprochen. Ja, Falltreffer! Was hast du jetzt? Bäh, naja, also... Ich will das unbedingt mal spielen in 4K. Werden wir auch noch machen. Aber es ist... Muss ich vorbereitet sein. Wahrscheinlich dann eher nächstes Jahr. Das ist halt ein sehr langes Spiel, ne. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgelastet? Hat Malin meine Mutter erwähnt. Also... Was sagt Malin über meine Mutter? Nicht viel. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch, Freunde. Ach, und deine Mutter war Krankenschwester. Eine Schwester? Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nahe. Wäre das bekannt vor? Komm, ich zeige dir dieses Ding. Fast Bescheid. Starfield, was hier rauskam, wo ich eigentlich sehr gehyped war, sieht zum Beispiel gar nicht geil aus. Muss es auch nicht. So zum Spaß machen muss es nicht. Es ist nur ein Bonus. Also... Es ist nur ein Bonus, Leute. Also... Es ist wie gesagt... Die Grafik ist zusätzlich dazu da, um es noch besser zu machen. Performance finde ich zum Beispiel noch wichtiger als Grafik. Grafik finde ich nicht mal am wichtigsten. Bin ich ganz ehrlich. Hattest du etwas geändert bei den letzten Game Awards, wenn du könntest? Wer hat denn gewonnen? Ich weiß ja nicht mal, wer gewonnen hat. Weiß ich nicht, ob ich irgendwas ändern würde. Hat leider... Da hat nichts gepasst. Okay. Ja, das ist scheiße. Grafik ist Luxus, genau. Das ist einfach nur ein Bonus. Aber... Ich muss auch sagen, bei Spielen wird Last of Us ein großer Bonus. Weil das Spiel mit ganz schlechter Grafik... Würde klappen, ja. Immer noch würde es klappen. Ball of Skate hat gewonnen. Okay. Wahrscheinlich verdient habe ich nie gespielt. Ich kenne Ball of Skate nicht. Ich würde nicht für Ball of Skate... Ne, ich muss es mal selber gespielt haben. Ich glaube, es ist einfach nicht meine Art von Spiel. Aber ich habe es noch nie probiert. Also... Lass mich wissen, ob es sich lohnt. Ich... Ich weiß, was du vorhast. Und... 30 FPS? Ne, 30 FPS reicht nicht. Es muss 60 FPS sein. Muss. Mindestens. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind. Und... Ich habe es nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging... War nicht so gemeint. Riley... Du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh man... Bist du bereit? Go time. Für mich war Spider-Man definitiv das Game of the Year. Ja, ich glaube für mich... Ja, Mario... Wanda oder Spider-Man. Ich glaube auch Spider-Man... ...hat es verdient. Zelda Theoretiker habe ich nicht gespielt. Spiele sollten sich schon weiter... Darf ich weiterentwickeln? Ja. Aber... Wenn Undertale dieses Jahr rauskommen wäre, dann... Wäre das... Ja... Würde es immer noch gut ankommen. Besten Dank, Militär. Geht das auch irgendwie an? Folge dem Kabel. Also wie gesagt... Grafik ist nicht alles von Pokémon-Spielen. Haben ja auch keine wirklich gute Grafik, ne? Ja, das wissen wir ja... Munition? Okay, es geht los. Ich folge mal dem Kabel jetzt aber mal. GTA 6? Ich fand das Spiel sah jetzt nicht so krass aus. Aber es sieht geil aus. Also jetzt... Es sieht nicht besser als The Last Wars. Also... Wahrscheinlich schon, aber... Ja, ich fand jetzt nicht so eine krasse Steigerung von GTA 5. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Also... Ich freue mich natürlich mega auf das Spiel. Wir werden es auch durch spielen. Und GTA 5, wo wir auch noch spielen. Also wir haben auf jeden Fall einiges vor uns. Einiges vor uns, Leute. Ich überlege ihm auch, ob ich mich nächstes Jahr auf Streamen mehr fokussieren sollte. Also natürlich YouTube mit, aber YouTube eher so... Also YouTube dann halt... Also... Halt... Macht man ja immer mit. Also wenn man aufnimmt im Stream, ne? Soll der Vergleichsvideos an? Ja, sieht natürlich besser aus, Leute. Das sind ja... Wie viel? 15 Jahre? Unterschied? Du brauchst Saft. Digga, irgendwie... Du brauchst halt alles Saft. Soll ich schwimmen oder was? Ich kann auch gar nicht schwimmen. Tust du das aktuell auch schon? Ja, aber ich bin emotional noch nicht ganz... Gewechselt, was ich meine. Also, ja. Ich weiß nicht, was ich meine, oder? Emotional bin ich aber noch nicht ganz... Dass ich sage, okay, ich bin jetzt... Ich mache jetzt Streams mehr. Weil... Ja. Wieso ich Urlaub habe, kann ich auch öfter zuschauen. Ja, ja. Gut, also... Wie gesagt, ähm... Ich... Ich mache es sowieso jetzt schon, aber... Ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Digga, ich weiß nicht mal, wo ich genau hin soll. Scheiße. Scheiße. Oh je, es gibt echt nur einiges, was wir vorhaben, man. Ich weiß gar nicht, wie schafft man das überhaupt alles? Das sind ja so Spiele, die dauern ja auch... Ultralange, ne? GTA dauert bestimmt 20 Stunden, GTA 5. GTA 4 wäre es bestimmt auch nochmal wert, gespielt zu werden. Ja, das ist einfach crazy. Einfach nur crazy. Digga, wir kriegen nicht so viel Munition. Warte, ich fahre mal an den Kabeln hier. Führen die irgendwo hin? Nein, dieses führt nur nach da. Dann wird man nicht bei dem Spiel mehr lost als bei anderen, glaube ich. Das blaue Kabel führt... Okay, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich tun hier, Leute. Achso. Oh. Nein. Sag nicht, das ist leer. Achso. Und jetzt müssen wir nochmal da lang gehen, oder was? Ja, ne? Oh mein Gott, Digga. Nur weil ich den Scheiß nicht gefunden habe, will sie mich verarschen. Nein. 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 Scheiße. Digga, viele sind hier bitte. Ist das creepy, man. Mann. Stalker, ich hasse Stalker, Mann. Stalker sind noch krasser als Klicker, finde ich. Weil die auch so schnell sind und so. Gar nicht lustig, Mann. Nein. Ja, könnte auch sein, dass die Grafik, also wenn die Trailer-Grafik die ist, die im Spiel auch ist. Das wirkt Schuss. Das wäre richtig crazy. Ja, äh, wo wollen wir Benzin? Hier muss man irgendwie mehr suchen, ne? Bei dem DLC. Ist mir nur so aufgefallen, Leute. Achso. Cool. Ja, eigentlich ist es... Ach, Mann. Ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich muss mehr lesen. Nein. Da ist nichts drin. Ah, nice. Okay, wie geht das? Schlauch reinstecken. Komm. 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 Oh, krass. Wusste gar nicht, dass es so funktioniert. Oh, ich habe beide Katzen in diesem Zimmer heute, jetzt gerade. Was selten ist, weil die eine versteckt sich eigentlich immer unter der Couch. Sie kommt jetzt aber anscheinend öfter raus, weil ich neue Wohnung und so. Und, ähm... Jetzt sind beide hier. Das Problem ist nur, die Tür ist zu, wenn ich aufnehme. Und... Das Katzenklo ist aber auch im Badezimmer. Also, wenn die hier hinmachen, dann... Ja. Mal sehen, im Endeffekt müssen wir eh noch warten auf GTA 6 für die Grafik. Wird hier da, wird es sowieso kaufen. Ja, ist egal, wie es aussieht. Kann 2D sein, Leute, und die Leute kaufen es. Vor allem, ähm... Was würde ich sagen? Ähm... GTA 5 finde ich... Also, ich kann mir vorstellen, GTA 5 sieht in 4K. Immer noch Wahnsinns aus. Also, Wahnsinns, Wahnsinns. Oh, mein Gott. Die Trailer zeigen immer Game... Das ist krass. Zeigen immer In-Game-Footage. Das ist richtig crazy. Weiß ich noch, das erste GTA, das war ja so von oben. Vogelperspektive oder so. War da noch was, oder war es das? Okay, am besten mal zweimal umschauen. Ist bei euch auch der Stream aus? Äh, Leute, wenn sowas passiert... Tut's mir leid, aber mein Internet ist ja erstmal vorübergehend. Ähm... Ich hab so eine Box bekommen, das ist kein richtiges Internet. Das richtige Internet kommt erst... Freitag oder nächste Woche Mittwoch, je nachdem viel Glück wir haben. Wenn's Freitag oder Samstag nicht kommt... Ne, dann ist ja Weihnachten. Also, ja. Es kann nur noch an diesen Tagen kommen. Sorry. Ähm... Deswegen, wenn dir irgendwas schief geht, wisst ihr... Ist nur vorübergehendes Problem. Aber ist halt so jetzt. Besser als gar nicht. Läuft seit einer Minute wieder. Bei mir steht seit einer Stunde, fast zwei Stunden streamen wir. Also, immerhin kann ich streamen, ich bin dankbar dafür. Und, äh, ja. Immerhin kann ich irgendwas machen. Wann nur für eine Sekunde... Ja, ist aber trotzdem schade, wenn irgendwas... Krasses passiert. Aber ich nehm mir auch nebenbei auf, Leute. Was bedeutet das, ähm... Ja. Ja. Ja, trotzdem, wenn ihr irgendwas verpasst, es sehen könnt. Wozu ist das da? Das ist aber bestimmt für irgendwas gut, oder? Bei mir muss man hier voll nachdenken. Leider. Ach so. Also, bei mir steht, ich bin schon seit einer Stunde 50 Minuten live. Und das kommt auch so hin, würde ich sagen. Ah. Hä, aber wie komme ich da hoch? Ich weiß ja nicht, wie ich da... hochkommen soll. Ah. Dieses DLC ist Paul-Puzzle-lastig. Finde ich ja nicht schlimm oder so, aber ich wollte es nur anmerken. Warum kostet FC 24, 80 Euro? Das ist nicht normal für das Spiel, das es jedes Jahr gibt. Naja, wenn du... Wenn deine Spiele so oft gekauft werden, und selbst es für 90 Euro gekauft werden würde, kannst du ja auch theoretisch den Preis einfach erhöhen, ne? Ist einfach so. Kann ich vielleicht das in die Mitte stellen oder so, und dann rüberspringen? Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, Leute. Nein! Geht das nicht? Call of Duty ist ja genauso. Hä? Ach so. Halt! Leute, kaufen es halt einfach, ne? So, was soll man sagen, Leute? Ich wollte es genauso machen. Hä? Wieso denn irgendwas ändern, wenn es so funktioniert? Ach so, jetzt komme ich da rüber, lol. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich verstehe jetzt. Okay. Digga, ernsthaft? Ich verstehe. Okay. Aber, ja. Das ist ja nicht mal das Spiel, was du kaufst. Wenn du irgendwie FIFA oder so kaufst, dann hast du ja auch noch die ganzen Packs und so. Also du kannst dafür auch 10.000 ausgeben. Das ist ja nur Fake, 80 Euro. Wenn du richtig geiles Team haben willst, geh besser dein ganzes Geld, dein ganzes Vermögen aus. Ich verstehe Leute nicht, die rumheulen, der Rockstar Games 10, beziehungsweise, dass sie 10 bis 12 Jahre für GTA brauchen. Einfach komplett falsch. Red Dead Redemption 2 kann man zwischendurch raus, was auch eine Entwicklungszeit braucht, ja. Äh, ja. Also... Das Ding ist, diese Spiele sind halt auch von der Qualität her so gut, dass es eigentlich komplett okay ist, dass die so lange brauchen. Also ich finde schon, bin ich ganz ehrlich, die könnten schon alle 5 Jahre meine GTA rausbringen. Aber ich war nicht derjenige, der mich beschwert hat, ne. Kann ich die töten? Ich hab kein Messer, ne. Oh ne, nein. Kann ich die töten? Ne, ne. Messer doch. Okay, das geht also. Aber die Kläger, kann ich die jetzt auch töten? Ja, die können schon das Team vergrößern, ne. Ich meine, GTA 6 wird wahrscheinlich das größte Spiel ever sein, was es jemals existiert hat. Ja. Obwohl, ja, es ist schon schwer, an Spider-Man reinzukommen. Aber es wird wahrscheinlich das größte Spiel ever sein, was jemals existiert hat. Vielleicht. Und, ähm, die verdienen genug, um das Team größer zu machen, ist einfach so. Also, das ist eindeutig, das, ähm, das ist das Ding. Also, ich meine, gut, du musst natürlich aufpassen, wen du einstellst und so, ne. Keine Frage, aber... Ja. Nein. Okay, ich bin tot. Ich bin definitiv tot. Stirb! Ach, scheiße, man. Das wird auch nochmal krass gehypt, ja. 90 Millionen Aufrufe in 24 Stunden ist, glaube ich, sogar ein Weltrekord. Das wird schon sehr krass gehypt. Also, ihr könnt mir glauben... Ach, Digga. Ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, das wird wahrscheinlich das größte Spiel der Welt. Also, natürlich... Minecraft ist halt, ne... Ja, gut. Aber ja, doch, ich glaube, das wird das größte Spiel der Welt. Erstmal zwei Wochen Urlaub nehmen. Ja, doch, lohnt sich, glaube ich, sogar. Ich würde sagen, das lohnt sich sogar. Lol. Digga. Wer hat mich jetzt genau gesehen? Nein. Wer hat mich denn jetzt genau gesehen, Leute? Ich weiß nicht, wer das war. Nein. Ne, das ist ein Klicker. Der hat mich nicht gesehen. Hier muss noch irgendwas anderes sein. Oh. Oh. Nein, ich bin tot. Oh, nicht schon wieder, Digga. Die Schnauze voll, Mann. Messer. Messer. Nein. Ach, scheiße. Okay. So wurde ich gesehen. Ich hab das irgendwie gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Das hätten wir. Andere nehmen sie wohl, um zu Ars zu gehen. Ja, aber es werden... Die Hälfte der Menschheit wird sich... Äh... Die Menschen werden gar nicht mehr arbeiten. Das ist das Ding. Die werden wirklich nur GTA spielen. Aber... Das machen die Leute jetzt schon für Zelda und so auch. Kann man auch machen, eigentlich. Ja. Kann man machen. Also... Bisschen Spaß muss ja auch sein, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, GTA wird auch so einer der Spiele sein, die ich mir auf jeden Fall vorbestellen werde. Was selten so ist. Also ich bestelle mir sehr selten Spiele nur vor. Scheiße auf Arbeit, man lebt nur einmal. Ja, das ist es. Ist wirklich so. Scheiße auf Arbeit. Also wenn's Arbeit ist. Also deswegen macht einfach etwas, was nicht Arbeit ist. Also... Nein. Ist das alles Clicker? Okay. Okay. Da kommen mehr. Ich treffe sie nicht. Digga. Ach, ich hasse das. Ich hasse, Digga. Wie kannst du mit deinem Scheiß Kopf so dumm wagen? Bist du dumm oder was? Hab seit drei Wochen krankeschein wegen meinem Fuß. Und jetzt Urlaub. Dezember nicht arbeiten. Okay. Das ist funny. Ja. Kann chillen, Leute. Ganz einfach. Okay. Das ärgert mich gerade. Das war echt unnötiger Tod. Ich glaub ich gerne war an denen vorbei. Ja. Aber ich muss da lang, ne? Nee, kann ich das jetzt aktivieren oder was? Ein auf den. Ach du Scheiße. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Okay, die machen mir schon Angst. Hä? Kommt ihr jetzt hier hoch oder was? Bitte nicht, Mann. Nein. Da oben oder wo lang soll ich? Ich weiß nicht, Leute. Oh, das geht. Achso, zu acht, genau. Oh ne, bitte nicht kaputt gehen. Bitte funktionier einfach. Oh mein Gott. Wer trotzdem momentan lieber auf der Arbeit ist, ist es zu langweilig, man fühlt sich unproduktiv. Ja, verstehe ich. So gar nix zu machen ist ja auch lame. Also, oft merkt man ja erst, wenn man nix macht, wie wichtig Flagge, äh, ich Arbeit eigentlich ist. Schweizer Flagge am Heli, nice. Ah, cool. Heute hat jemand der Familie angeboten, dass ich in Schweiz Flagge, äh, Urlaub mache, aber das ist zu teuer an alles, ne? Weil die Menschen ja auch mehr verdienen. Total. Achso, ich merke, du bist 13 und musst die ganze Zeit die Scheiße durchmachen, die Ellie durchmacht. Richtig crazy. Dein Ernst? Sag's ja. Warte. Schon teuer, ja, ja, das meine ich, ja. Ist das Naughty Dog, die Last of Us gemacht haben? Oder war das nicht, äh, jemand anders? Hast du Lust? Ja. Ist ein Naughty Dog, okay. Sie sind auch alle reich in der Schweiz. Ja, wenn ihr nach Deutschland kommt, auf jeden Fall. Oh, was für ein guter Greif, guck mal wie gut sie das greift. Ohne Scheiß, das ist, wie Leiternklettern. Da ist kein Fehler drin im Spiel, seht ihr das? Krass. Sie hält das einfach perfekt fest. Kein Fehler. Kein Finger glitscht durch die Bar. Krass, Mann. Ja, habt ihr mal Bock auf Uncharted auch mal? Ich hab nämlich mega Bock auf Uncharted jetzt. Auf PC gibt es das ja, ne? Uncharted 4, glaub ich. Oder gibt's die anderen Teile auch auf PC? Oder nur eine? Also ich fand's toll. Da hast du's. Alle Teile oder nur ein Teil? Oh. Ich bin mir da nicht sicher. Was ist das? Was sagt der Hase zum Egel? Was ist das? Du bist zu spitz, finde ich. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Ähm... Die kalte Schulter! Hier. Für dich. Teil 4 und The Lost Legacy. Also nicht die ersten 1-3 Teile, ne? Schade. Teil 2 ist, glaub ich, einer meiner Lieblinge. Obwohl Teil 4 auch schon grandios ist. Ah... Also ich hätte schon mal Bock auf das auf 4K zu spielen. Will ich auch nicht lügen oder so? Schauen wir mal, ob wir uns das demnächst einmal mal gönnen. Witz. Digger. Einfach mal nicht witzig. Worauf spielst du gerade PC? Sieht man doch, hört immer die Grafik an. In 4K. Also ich spiel das in 4K. Ich lese es leider nicht in 4K. Haha, das ist okay. Der war gut, der war gut. Der war gut. Du hast uns schon mal sogar letztes Jahr alles gespielt. Letztes Jahr? Hört mir gar nicht mehr an. Aber nicht in 4K, ne? Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja... Wie entstehen Kinder? Na, in Teamarbeit. Teamarbeit. Hahaha. Lustig. Okay, das war es jetzt. Das waren genug Witze für heute. Ernsthaft? Ich spiele das schon seit einer Stunde? Willst du mich jetzt in den Arm nehmen oder was? Und auf den? Du musst einfach den Anweisungen folgen. Mein Dad hat sich das damals für den PC vorbestellt und zurückgehen, weil es überhaupt nicht lief. Stundenlang, ja. Am Anfang war das Spiel richtig schlimm. Gab es richtig viele Bugs, Ruggler? Was? Wieder ein Thema. Liebe. Bei mir ist das Streaming 16 Minuten lang. Ja, deswegen liegt er mal im Internet. Change Theme? Okay. Okay. Ob er lieber lesbisch ist? Wie ein Engel. Okay, was Gruseliges. Dinosaurier. Oh nein! Ich liebe diese Dinger. Oh, oh, jetzt mal eine Franz. Okay. Bei OBS stehen mehr. Das ist lustig. Das mag ich nicht. Das ist lustig. Das finde ich lustig. Okay, das sieht nicht so lustig aus. Ja, mir steht, ich streame seit über zwei Stunden. Gefällt mir. Teilen wir mal auf Facebook. Einfach irgendwas. Deinen Nachnamen oder so. Okay. Und fertig. Ja, was ist ein Facebook? Keiner würde es wissen, wenn, ne? Wenn ich hervorher jemand sage zu dir. Keine Ahnung, also was würde es einfach, also, ne? Ich verstehe dich schon. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Oh. Gib uns ein paar Bilder. Ach, ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Was? Ah, komm schon! Verdammt! Scheiße. Wie alt sind die? Ich weiß es sogar. Die beiden? Ehrlich ist doch 14, oder? Und die rechte sieht älter aus. Die 15 oder so. Was ist das beste Abenteuerspiel, das du bisher gespielt hast? Abenteuer? Was ist ein Abenteuerspiel? Die Uncharted dann, oder? Oder ist das nicht auch Abenteuer hier? Ist auch Abenteuer, oder nicht? Oh, ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung. Die 6 Uhr-Schicht beginnt zu sehen. Ja, es gibt viele. Ich glaube, Uncharted, da ist sowas ganz schwer zu sagen. Okay, jetzt ich fertig. Alle Einwohner müssen sich für einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden sie jegliche Anzeichen einer Inflation sofort den Zuständen für Ausländer. Nicht vergessen. Und Tätigkeit kostet Leben. Jetzt habe ich das Kind aber super gerne gemacht. Hier einfach so runter gegangen. Ja, das wäre viel besser. Äh. Ja, ist ganz schwer zu sagen. Der Last Wars ist ganz weit oben, aber... Könnte auch Uncharted sein, oder... Ja, was wie Mario. Ist ganz schwer. Ich habe ja irgendwie nie den Hype um Elden Ring verstanden. Ja, doch ich schon. Aber ich selbst mag das Spiel nicht so. Also wenn wir das hier mal spielen, dann wisst ihr, ich würde was Neues probieren. Ich glaube, ich würde zuerst Bloodborne versuchen werden, bevor ich Elden Ring probiere. Ich glaube, Uncharted könnte noch... Obwohl, ist das besser als der Last Wars? Würde ich auch nicht sagen. Ist ganz schwierig. Ich würde so gerne damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit boxt du und damit trittst du zu. Und zum blocken den hier. Okay. Zuerst willst du deinen Charakter. Ach so. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Hey, sorry. Ist so schwer, das auszusuchen. Ein uraltes mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Zaff dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf. What? Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell! Schlag ihm in den Rücken! Lol. Du hast nicht so richtig eins mit dem Ellbogen. Verstehe ich das Spiel nicht. Das ist zu kompliziert für mich. Ja! Er wird klar und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du reißt die Ellenbogen hoch, gerade als eine Kombo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell! Konter mit einem Himmelsheber. Und oben und dritt. Oh mein Gott. Okay. Der hat sich gleich. Boah, das ist krass. Und oben blocken und dritt für einen Klingenangriff. Oh mein Gott, das ist voll schwer. Abblocken! Geschafft! Und ruf vorwärts und jetzt eins fest. Ja, mach ihn fertig. Oh mein Gott. Kriege ich was dafür, oder? Ist nämlich gar nicht so einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Ist ja voll schwierig. Nein! War wirklich voll schwierig, jetzt ohne Scheiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mag gerade Spiele nicht, wo man tausendmal derselbe Stelle stirbt. Das ist ja mit dem Spaß weg. Und ich hab keinen Bock bei Storygames zu schwitzen. Wieder anscheinend schon. Und wenn sie aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse, tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultrakill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Das war cool. Kann man machen. Letzte Vorstellung. Ich warte auf den zweiten Teil von The Last Wars, bis er im Januar rauskommt, das Remastered, bis wir spielen. Ich denke, es lohnt sich am meisten. Okay. Wie schnell würdest du sterben mit einer Apokalapse? Hoffentlich nicht zu schnell. Okay. Okay. Genau, beim letzten Mal ist sie ja verschwunden. Und jetzt müssen wir sie wieder finden. Und ich hoffe, das wird funktionieren. Und ich glaube, jetzt wird sie richtig gruselig auch. Oh. Dinger, diese Dinger sind aber auch so creepy, ne? Einfach nur creepy, creepy. Aber wo ist sie hin? Oh, wir haben hier auch gar keine Waffen. Oh, das ist interessant. Wir haben gar keine Waffen. Was quasi bedeutet, ähm... Was glaubst du denn so? Okay, sie ist angepisst. Kann ich verstehen. Ich will auch keinen Fan verpuppen. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung hier wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut. Und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich's dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber... Ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Hm? Sie wollte Wasserpistolen haben? Oh mein Gott. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Hallo, Lejo. Komm schon, zeig, was du kannst. Digga, ich bin besser als du. Also, zumindest in dem Spiel. Hä, Nassmachstufe. Achso. Okay, das ist funny. Digga, nein. Blatt nach. No. Das ist witzig. Hallo, Peter. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Okay, die ist vielleicht besser als ich. Oh mein Gott. Scheiße. Ich bin nicht mehr am Gewinnen. Nein. Nein. Oh mein Gott, sie hat gewonnen. Hey, Rice. Oh, sie hat gewonnen, Digga. Das pisst mich an, egal. Sie war echt gut in dem Spiel, muss ich wohl sagen. Das ist aber kaum ein Streifschuss. Du triebst. Okay. Du zählst bis fünf. Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliebt. Schön. Schließ die Augen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich komme. Was? Was hat sie gesagt, wer zuerst getroffen wird, verliebt? Digga, diese Waffe zu benutzen, ist einfach Qual. Da ist sie. Ah, yes. Verdammt. Okay, gewonnen. Okay, wer zwei von drei schafft. Also nochmal. Na gut. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Du bist tot. Was habe ich sollen? Schlachten sind schon cool. Ob ich sie wohl hören werde? Oder kann ich vielleicht den hier machen? Ah, schade. Ich höre sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay. Gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Denk schon. Dann komm, ich hole meinen Rutsack. Hey. Also. Das kam vorhin blöd rüber. Aber. Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest. Seit. Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Klapp bestimmt. Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Das ist wie ein Film, den ich so schaue. Mehr. Weniger spielen. Mehr. Schauen. Feier ich aber irgendwie. Ob Aldi wohl Rhythmus hat? Ich weiß ja nicht. Hm. Hm. Na ja, ja. Sieht nicht so aus wie der Typ, der geil tanzt. Ich weiß ja nicht so aus wie der Typ ist. Oh, scheiße. Irgendwas ist ja passiert. Sie ist ja nicht geblieben, ne? Und jetzt werden wir über Joel wetten. Weil er was mit Joel hat, das ja auch. Ja. Und da ist das Spiel. Also in dieser Szene muss man, obwohl? Ne. In der anderen, also in dem, in der Vergangenheit musste man auch Waffen benutzen, glaube ich. Ich weiß es ja nicht. Obwohl? Ich glaube, das ist so, in diesem Moment kannst du Waffen benutzen und hier geht es um Kämpfen und da geht es mehr so um Story. Aber ich weiß es doch nicht. Ah ja, wir haben ein Helikopter. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich jetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob sechs Munitionen reicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das könnte nicht reichen, leider. Wo ist aber Joel? Oh. Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Oh. Nice. Was für den allercoolsten Käpt'n. Okay, cool. Cool, cool. Ich glaube, Joel war da unten irgendwo. Aber wenn ich mich nicht täusche, sind da auch Klicker, leider. Oh. Ne, da kannst du nicht hin. Okay, ist... Nein, das wollte ich nicht, ich schwöre. Wie komme ich aber zurück? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen den Weg gehen. Ich glaube, das war schon der richtige Weg. Weiter geht es nicht weiter. Ah. Darüber kann man einfach springen. Okay, das geht. Nein. Oh. Er ist tot. Oh nein. Der ist tot, ja. Ne. Was für ein Glück. Yo, Digga. Was für ein Glück haben wir nur am. Was machen wir hier? Wir erschützten sich um diesen alten und ein kleines Mädchen. Ein Munition. Das ist nicht viel. Ich gehe hier lang. Schau dich hinten um. Schieße. Schieße. Oh. Und der eine hat nichts mitbekommen. Ach du Scheiße. Hä? Nein. Oh. Ach du Scheiße. Okay. Der ist auch tot. Oh. Wir haben noch die Waffe im schlimmsten Fall. Kann man bestimmt mal verwenden. Und vielleicht haben wir hier auch Pfeile. Irgendwas? Oh. Irgendwas stimmt mit der Zeitung nicht. Ich weiß nicht, was da los ist, Leute. The last of us game of the year. Wir wissen es. Okay. Wo ist der Typ jetzt hin? Oh no. Ich glaube ich warte noch auf den. Oh. Oh my god. Digga. Hör auf so rum zu zappeln. Ich komme und hole dich, Joel. Hm. Ähm. Medi. Wollen wir noch Medi-Packs eigentlich nicht, ne? Nein, nicht werfen. Nicht werfen. Bitte. Bitte werf das nicht. Nicht schon wieder, Mann. Keine Lust mehr, die ganze Munition irgendwie zu verschwenden. Oder meinen Molotow-Cocktail aus Versehen zu werfen. Oh, ich habe Angst. Oh my god. Hallo. Oh. Oh, es ist scheiß kalt hier drin. Ich bin der letzte Überlebende meiner Crew. Und kript mich in einem Luftschacht. Okay, cool. Coole Story, Bro. Oh my god. Scheiße. Oh, werden die alle töten? Werden sie sie töten oder nicht? Oh, ich habe eine Idee. Oh my god. Ich habe volle Idee. Attackiert sie. Oh my god. Ist das nicht eine gute Idee? Sie auf sie zu locken. Dann wird sie sich gegenseitig eliminieren. Müsste ein guter Plan sein. Oh my god. Digga, was geschieht da gerade? Nein, 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 nein. Nicht hier. Nicht hier. Nein. No. No, 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 no. Okay, jetzt bin ich auch am Arsch. No, das ist ein Klickerlauf. Scheiße, Digga. Oh my god. Tut er es. Digga. Okay, sie weiß, dass ich hier bin. Oder es weiß, dass ich hier bin. Das war ein bisschen crazy. Will ich auch nicht lügen oder so. Bisschen crazy war das. Aber es war eine ganz gute Taktik, glaube ich. Ups. Ob es jetzt die optimale war. Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, die Menschen werden auch zu Zombies. Nix. Schade. Bin mal wieder zu viele Gegenstände, leider. Ah, nice. Nice, 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 nice. Obwohl ich sagen muss, Molotow Cocktails finde ich besser als diese komische... als dieses komische Ding. Oh. Okay. Pfeile und Bogen kann man immer gebrauchen. Okay. Joel, wir kommen. Keine Sorge. Ich meine, wir kommen natürlich. Weil wir wissen ja, sie hat es ja geschafft, was zu finden. Und sie hat ja auch am Ende überlebt. So, das Interessante ist hier tatsächlich... Ähm... Die Vorgeschichte. Aber das heißt, sie musste doch gebissen werden, oder nicht? Sie wurde ja gebissen. Aber sieht man das nicht? Weil sie wurde ja gebissen, das wissen wir ja. Oh nein. Nein, 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 nein. Das ist Zombie. Oh, nein, nein, nein. Digga. Nein, sag nicht, ich muss da lang. Das wäre weird. Weird und crazy wäre das. Will ich auch nicht lügen. Oh. Nein. Okay. Nicht schon wieder, Digga. Ich habe Angst. Ich glaube, ich warte, bis die hier sind. Und dann werfe ich, weil ich glaube, hier hinter bin ich relativ... Naja, sicher will ich nicht sagen, aber... Okay, wo sind die Typen denn? Ich glaube, ich werfe einfach da hin. Mal schauen, was passiert. Oh nein. Oh nein. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß damit. Ich chill dann mal hier. Und warte ab. Oh mein Gott. Nein, er kommt nicht hier lang. Wehe. Was macht er? Da versteckt er sich? Ich glaube, ja, ne? Digga, wieso laufen sie die Gäste weg? Was ist hier los gerade? So lange ich es nicht gesehen werde, ist ja alles gut. Oh mein Gott, das sind so viele. Komm nicht hier lang, bitte. Bitte nicht hier lang. Bitte nicht hier lang. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, was ein Chaos, Junge. Lasst euch nicht von mir stören. Macht einfach euer Ding. Irgendwie liebe ich das gerade. Nein, 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 nein. Wo muss ich überhaupt lang? Oh ja. Nein. Digga. Nein. Du bist hier drüben. Wieso deckieren sie doch mich? Ach komm, laufe einfach Scheiß drauf. Ich muss doch da hoch, oder nicht? Vielleicht. Ich verpiesel mich. Viel Spaß. Okay, nee, gleich Spaß. Weiß nicht, wo ich sagen soll. Äh. Wie weiß sie, dass ich hier bin? Woher weiß sie, dass ich hier war? Okay, jetzt, falls die Menschen noch leben, hauen wir lieber ab. Bitte. Okay, ich glaube, die sind immer noch beschäftigt. Oh mein Gott. Das war ein bisschen too much, bin ich ganz ehrlich. Oh nein, wieso kriege ich jetzt Munition genau? Und ich glaube, ich kann mich eigentlich heilen, wenn ich... Obwohl, soll ich? Ich warte. Obwohl? Ah, ich warte noch. Und wozu kriege ich jetzt Pfeile und alles? Oh no. Das heißt, da kommt noch was. Nein. Das war so klar, ne? Nein. Oh mein Gott, da ist jemand. Wo muss ich denn hin? Okay. Ich muss was tun. Schnell. Nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich mag den Bogen ja manchmal einfach gar nicht, ne? Da hinten ist noch einer. Oh mein Gott. Ah, ich habe aus Versehen geschossen. Das war aus Versehen, ich schwör. Das sind eh die letzten Gegner jetzt hier. Also ich habe aus Versehen geschossen, tatsächlich. Da ist tot. Da ist tot. Denke, wir haben wir hinten. Da ist tot. Ich gebe Deckung. Aiming ist da. Oh, Aiming ist richtig da, Junge. Aber hier sind mehr als gedacht. Ah. Okay, jetzt ist es blöd. Das ist... Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Digga. Digga, übertreib deine Lage. Übertreib, Junge. Nice. 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 Ist hier noch mehr vielleicht, oder? Wir haben nicht so viel Munition. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Könntest du die Worts deiner Streams hochladen? Ich lade das in einem Video hoch, also keine Sorge, es wird hochgeladen. Aber nicht das in einem Worts, sondern das in einem Video. Oder ist das dasselbe eigentlich, ne? Ist das dasselbe? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss sagen, das Aim war und Point hier. Also, naja, was heißt... Es geht schon besser, natürlich. Es geht immer besser, aber es war schon ganz gut. Kann sich sehen lassen. Oh, Digga. Jetzt ist auch mal gut. Ich glaube, ich benutze noch meinen Bogen. Digga, dieser Bogen. Wie gesagt, er hat sie. Das ist gruselig. Da oben. Das ist, okay, das ist schwierig jetzt. Weil jetzt muss echt jeder Schuss sitzen. Und das wird nicht der Fall. Ich muss mit dem Bogen jetzt arbeiten. Au. Oh nein. Oh mein Gott. No. Ein... Oh, das war's. Ich hab noch Molotov-Cocktails. Ich weiß, aber... Verblendt. Ach, scheiße. Ein Schuss nur noch. Hast du Munition? Okay, Pfeil-Munition. Oh, und ein Gewehr. Yo. Ey, das ist das erste Mal, dass ich Munitionsprobleme habe. Okay. Sieh ich nicht gut... Okay, das war's. Es gibt so eine Einstellung auf Twitch, deine Streams im Nachhinein automatisch hochlädt, also auf Twitch-Kanal. Ja, aber das will ich ja nicht. Also ich will ja nicht, dass es automatisch hochgeladen wird, weil... Ähm... Ja, ist halt vieles unnötiger in Streams, ne? Kann ich nicht erstmal... Munitions, wenn ich muss laufen. Scheiße. Ja, das will ich ja nicht. Ich will ja, dass das Video hochladen und die unnötigen Stellen auch mal rausschneiden können. Und das geht nicht, wenn man... Nein. Wenn man einfach den kompletten Stream hochhält, geht das ja nicht. Okay, das war schmerzhaft. Nein. Nein, 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 mein Spiel. Einer auf den. Ist er abgestört? Ernsthaft? Okay, mal schauen. Gut. Oh mein Gott. Dann nehmt doch mal. Dann nehmt doch mal. Ist auch okay. Auch kein Problem. Nein. Siehst du, er ist tot. Ich glaube, ich stehe noch die Pfeile zurück. Oh mein Gott, der Bogen hilft meinem Arsch halt so hart. Okay, das ist kein Falsch. Nein, nein, ich bin tot. Das war's. Mann, Digga. Ist doch nicht wahr. Ist voll schwer. Weil man hat echt nicht so viel Munition, ne? Das ist echt nicht einfach. Muss voll vorsichtig sein. Oh, nice. Okay, das hat jetzt unseren Hintergerätet. Nein. Nein, bitte nicht. Jetzt gibt's auch noch Klicker, oder was? Bitte nicht, Mann. Okay. Ja, wenn nicht, dann muss noch ein besserer Kühler her. Aber eigentlich dachte ich, wir hätten das Problem gelöst. Gut, wenn's jetzt einmal, weiß ich auch nicht. Die Welt könnte auch im Spiegel liegen haben. Ich weiß es nicht, aber... Einige von euch wissen ja, ich bin hart getriggert, wenn's um Abstütze geht und so. Kann ich da jetzt hin, oder will ich's aus? Nein. Ich kann da nicht mal rein. Okay. Wieso kann ich da nicht rein? Ich muss doch nicht nach oben, oder? Ich glaube nicht. Ja, was sind diese Sounds, bitte? Oh, mein Gott. Zeig dich, Bruder. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh, mein Gott. Der ist voll schnell. Kann ich das hier durch? Ey. Oh, no. Okay, das ist aus Versehen. Jetzt muss ich die auch noch töten, oder was? Ach, du Scheiße. Yay. Nein. Nein. Oh, diese Klicker wegen mir Kopf zu schnell. Das ist das Problem, leider. Leute, ganz kurz. Wir kommen an den Anruf gerade. So, sorry. Ich musste kurz telefonieren. Okay. Klar, wir wissen, wir wissen, wir doch. Also, zumindest in dem Spiel. Ich mag die Sequenzen mit ihr. Keine Rumgekämpfe, einfach nur Filmschauen. Das feiere ich irgendwie. Okay. Achso, achso, yeah, sorry, sorry, sorry. Sie stirbt gleich, Junge, wegen mir. Sorry, ich habe nicht nachgedacht. Sorry, haha. Alles gut. Nice. Nein. Alter. Guter Schuss. Weil ich. Alter, sie ist voll krass. No. Guter, das ist ein bisschen krass. Also, ich sagte, das ist, das passiert, normalerweise. Achso, jetzt verstehe ich. Ich habe Effe nicht gesehen, lol. Ernsthaft, Digga? Bleib still. Störb. Störb. Oh nein, jetzt wurde sie gebissen, halt auf den. Oder wurden wir jetzt gebissen? Nein, geschafft. Die Treppe hoch. Das Gerüst. Darüber kommen wir raus. Was ist da los, Junge? Was ist da los? Inflizierte. Hinter uns sind sie auch hier lang. Lauf, lauf, lauf. Mir nach. Ellie. Alles okay, lauf weiter. Okay, dieses DLC wird entscheiden, ob wir sie im zweiten Teil auch noch sehen oder nicht. Achso, da hoch? Ja. Achso. Würde ich nicht wissen, dass sie überlebt, würde ich wirklich denken, sie stirbt jetzt hier. Ja, okay. Da wurde sie, da hat sie die Infektion. Oh. Oh my god. Digga. Ich glaube, das war's. Ellie. Ellie, dein Arm. Nein, 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 nein. Sie auch? Lauf, den. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Bin quasi ein Experte. Fast. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße! 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 Da vorne ist noch mehr zum Zerschlagen. Warum jetzt nur... Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen's uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Ja. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten. Oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag... Lass es uns aussitzen. Wir gehen es... romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry. Moin, hi. Komm. Verschwinden wir hier. Hä? Ein auf denen. Durchgespielt? Nein. Ich dachte... Okay, jetzt wissen wir aber nicht, was mit ihr passiert ist. Ich glaube, dass wir es so schnell durchspielen. Das war ja echt richtig schnell. Wir haben eine Stunde 40 Minuten gebraucht nur. Okay, ja. Das war's für Last of Us 1. Sehr schnell durchgespielt tatsächlich. Das war jetzt natürlich... Und jetzt...